Du weißt schon, was du vergisst. Weißt du, wie gefährlich der Islam ist? Also ich sage halt einfach immer so, jeder soll so leben, wie er möchte, frei sein. Wenn der eine meint, er muss Moslem sein, also strenggläubiger Moslem sein, soll er das sein. Wenn der eine meint, er will strenggläubiger Christ sein, soll er das sein. Ich verstehe halt nicht, warum man sich immer gegenseitig an die Gurge gehen muss. Ja, wir gehen ja niemanden an die Gurge, wir klären ja nur auf. Der Michael Stürzenberger steht doch nicht dort und sagt, lasst uns den Muslimen an die Gurge gehen. Das ist doch so Quatsch. Der steht dort, weil er besorgt ist über die Bestandteile des Islams und weiß, was seit 1400 Jahren der Islam angerichtet hat, wo Muslime die Oberhand haben. Du siehst doch, dass die Ungläubigen dann unterdrückt werden, Scharia eingesetzt wird, drakonischen Strafen angewendet werden. Das hat doch nichts mit Nächstenliebe und Demokratie zu tun und so. Wo jeder seine Meinung äußern kann, Religionen sich miteinander so verständigen können. Nein, der Allah sagt, dass seine Religion überall in anderen Religionen ist. Das ist das Problem, was wir haben. Allah hat einen Absolutheitsanspruch. Und die Muslime wurden durch Allah befohlen, die Ungläubigen zu bekämpfen. Und das ist ihnen vorgeschrieben in Surah 2, 216. Vorgeschrieben ist euch der Kampf, auch wenn es euch zum Wider ist. Und die Muslime müssen so lange kämpfen, bis Allahs Religion über alle anderen Religionen siegt. Das findest du in Surah 8, Vers 39. Und die Muslime dürfen nur dann friedlich sein, wenn sie in der Unterzahl sind. Aber wenn sie in der Überzahl sind, sagt Allah in Surah 47, Vers 35, ruft nicht zum Frieden auf, wo ihr doch die Oberhand haben werdet. Und dann musst du die Ausleger gucken und dann musst du mit Tafsil durchgehen, was damit eigentlich gemeint ist. Dann kriegst du Schock deines Lebens, man. Dann siehst du eigentlich, ey, der Islam ist durch und durch heftig, man. Ich habe ihn jetzt nicht so kennengelernt, aber ich muss ehrlich sagen, Amir, viele Sachen fand ich auch jetzt komisch. Ich recherchiere ja. Und was ich ja zum Beispiel auch, jetzt zum Beispiel einer hat letztens dieses Thema mit Dingen, dass ein 9-Jähriger oder 6-Jähriger ein Kind geheiratet hat. Dann sage ich zu ihm, ich sage, hey, jetzt mal ehrlich, würdest du dein 6-Jähriges Kind einen 50-Jährigen Mann verheiraten? Sagt er ja natürlich nicht. Dann sage ich, guck, da widersprichst du doch dich. Er sagt, ja, zu diesem Zeitraum war das aber normal. Dann sage ich, was ist da normal? Genau, was ist denn daran normal, ein Kind zu heiraten? 600 Jahre bevor überhaupt Mohammed war, war doch Jesus Christus da. Und da gab es keine sowas wie Kinder heiraten. Keiner von denen hat irgendwie danach gedacht, ein Kind anzufassen. Und der Herr Jesus Christus warnt sogar in Matthäus 18, dass wenn jemand wagt, es ein Kind anzufassen oder einen Anstoß zur Sünde gibt, dann wäre es besser, dass ein Müllstein um seinen Hals gelegt wird. Das ist das, Abim. Deswegen liebe ich den Herrn Jesus und seine Worte. Ja, da habe ich auch recherchiert. Zum Beispiel die Türken, die waren ja früher, die haben ja an den Gökdelen geglaubt. Also quasi komplett was anderes. Und die wurden dann halt später, weil es um die Machtkämpfe ging, dann von den Arabern quasi auch zwangsweise muslimisiert. Ja, ich habe mir gestern ein bisschen was von Pierre Vogel, seine gehirngewaschene Show, mir angeguckt. Ich war einfach nur noch fassungslos, wie der versucht, mit List, Lügen und Takiyah-Spielchen den Islam irgendwie zu retten. Aber nein, die Menschen sind aufgeklärt, mehr denn je. Und sie können ihren eigenen Verstand benutzen, um genau herauszufinden, ob das, was der Pierre Vogel sagt, in der Realität Sinn ergibt. Und dann siehst du, nein, der Islam hat sich seit 1400 Jahren mit dem Schwert durchgesetzt und so viel Blut vergossen, dass man damit das ganze Ozean füllen könnte. Das muss er dir mal geben. Ich finde es halt einfach traurig. Ich weiß nicht, warum man nicht einfach in Frieden leben kann. Keine Ahnung. Ja, da muss man die Worte des Herrn Jesus Christus in die Tat umsetzen. Der sagte, ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, den die Welt euch nicht geben kann. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und hasse deine Feinde nicht, sondern liebe sie. Was meinst du, wie die Welt aussehen würde, Habib, wenn wir alle auf die Worte des Herrn Jesus Christus hören würden? Wir hätten morgen das Paradies auf Erden. Dann bräuchten wir wieder Polizei, dann bräuchten wir wieder Staatsschutz, sondern alle würden einander lieben, helfen und füreinander da sein. Gäbe es was Besseres als das? Natürlich nicht. Willst du? Deswegen sollte jeder in sich hineinkehren und mal sich eingestehen, wenn wir die Worte des Herrn Jesus Christus, des Messias, in die Tat umsetzen würden. Dann hätten wir ja das Paradies auf Erden. Dann gäbe es ja sowas nicht wie, der eine haut ihm das M-E-S-S-E-R da rein und nackentherapiert ihn oder hasst ihn oder versucht ihn irgendwie zu schaden oder zu bevorteilen oder übervorteilen, wie das heißt. Verstehst du? Oder zu betrügen, lügen und allmöglichen Zeugs. Ja. Wie gesagt, also wenn ich jetzt so gucke, Pia Vogel und was weiß nicht alle anderen schreien immer nach dem Kalifat, Kalifat, Scharia und was weiß nicht. Dann denke ich mir, dann geht doch jetzt nach Afghanistan oder nach Saudi-Arab. Ja, richtig, genau. Warum fordert ihr etwas, wovon ihr doch selber geflohen seid? Die Muslime, die dort stehen, glaubst mir das, 99% dieser ganzen Muslime, die dort stehen, haben noch nie unter Scharia gelebt. Aber sie fordern das. Ach, guck mal, der... Wie willst du denn ein System einführen, wo du doch gar nicht weißt, wie das funktioniert? Und du weißt doch noch gar nicht, du hast doch gar nicht unter der Scharia gelebt. Meinst du, dann wird alles besser. Nein, da sehen wir doch anhand der islamischen Länder, wie verrottet die da sind. Ich weiß, wir hatten gestern ein Ding, Gespräch in der Arbeit, weißt du? Dann sage ich so, sagt ein Kollege, oh, hey, wir müssen mal nach Dubai. Dann habe ich gesagt, nach Dubai, oh, können wir mal gehen, habe ich so gesagt. Aber es gibt ein großes Problem, der so was. Ich so, da herrscht die Scharia, kennst du dich mit den Gesetzen dort aus? Dann sagt er so, nein, du? Sag ich auch so, ich bin zwar Moslem, aber nein, also ich glaube, wir werden da echt große Probleme bekommen. Siehst du, das ist heftig. Ich weiß nicht, die Muslime sind heftig, ohne Spaß, die dort stehen. Die haben es doch gut in Deutschland. Ich verstehe gar nicht, warum man... Werbung macht so ein anderes Richtssystem. Sie leben in Freiheit, Frieden. Sie können etwas aus ihrem Leben machen. Und dann wollen die Scharia einführen und auf einmal zurück ins 6. Jahrhundert katapultiert werden. Was ist denn los mit den Leuten, Mann? Ich weiß nicht. Ist das ein zuvorkommendes Rechtssystem, was Allah da einführt? Ist das eine Gerechtigkeit, was Allah da einführt? Oder ist das nur für die Muslime bedacht? Keine Ahnung jetzt. Ja. Wie wird denn ein Andersgläubiger in einem islamischen Staat behandelt? Ich will gar nicht die Ausmaße mir angucken, wie Juden, Christen und Buddhisten, Jesiden und was es da für Religion gibt. Meinst du, die können noch ihre Religion frei äußern oder praktizieren oder was auch immer? Also ich denke mal, praktizieren ja, aber nur wenn sie die Jizte bezahlen. Ja genau. Ja, die Jesiden haben ja überhaupt gar keine Möglichkeit, die Jizte zu bezahlen. Ja, die sind ja Ding. Die Buddhisten genauso wenig, die Buddhisten auch nicht. Alle Religionen haben nur eine Wahl, die Angehörigen entweder zum Islam zu konvertieren oder in die Ewigkeit geschickt zu werden. Die einzigen, die bezahlen dürfen, sind die Juden und Christen. Die gehören nämlich zu Al-Uqitab. Aber Mohammed hat auch von den Zohastriern hat er Jizya genommen. Das sehen wir in der islamischen Tradition und Geschichte, die verbreitet wurde. Also authentisch überlegt wurde. Das er auch von den Magiern und den Feuerhandelbetern Jizya genommen hat. Ja. Stell dir mal vor, morgen würde Olaf Scholz eine Rede halten, indem er sagt, Muslime, ihr werdet anders besteuert. Ihr werdet die sogenannte Jizya bezahlen. Und bei Nicht-Einhaltung müssen wir euch zu einem Exekutionskommando schicken. Stell dir das mal vor. Ja. Also die würden dann gleich hier alle irgendeine Barrikaden hochkennen. Ja. Siehst du, wie unfair dieses System ist, was der Allah eingeführt hat? Nur um die Juden und Christen zu demütigen, Wahum Saaridon, um sie kleinlaut gedemütigt in Schande in ihrer Religion behalten zu dürfen. Unter den schlimmsten Bedingungen müssen sie den Zimmi, als ein Zimmi nehmen, als ein zweiter Klasse Dreckmensch leben. Unglaublich. Und dann sagen die, der Islam ist eine Religion des Friedens. Super. Sehr friedlich. Ja, ich weiß nicht, wo die lernen oder das, keine Ahnung, wo sie sich das Gehirn so brutal waschen lassen haben. Das ist das Problem. Das sind diese sogenannten Bücher, die gedruckt wurden und die dann von den Shiuchs und Imamen gelehrt werden. Und das sind die Köpfe der Muslime rein gepflanzt wird. Und da haben wir das große Problem. Sobald ein Muslim dann vertraut wird mit den Büchern von Ibn Taymiyyah und Mohammed bin Abdel Wahab und diese ganzen anderen Bücher, auch der Koran und Hadith und sowas, es kann nichts Gutes aus dir werden, glaube es mir. Es kann einfach nichts Gutes aus dir werden. Je weiter du dich reinsteigerst, je weiter du Mohammeds Leben studierst, du gehst weiter, immer weiter in die, du trifft es ab und wirst irgendwann so ein IS-Typ. Ja, ich sag ja, bei mir hat der Zweifel so, was heißt Zweifel, so Nachdenken erst so angefangen, wo diese Widersprüche angefangen haben. Ich muss auch ehrlich sagen, deine Arbeit hat auch viel beigetragen, dass ich angefangen habe mal zu recherchieren, nachzuhaken, zu fragen, ob das stimmt oder nicht. Und wenn ich dann halt so gefragt habe, dann immer so immer so gezögerte Antworten. Ja, da gibt es halt immer wieder so Ableitungen, der eine sagt 6, der eine sagt 9, der eine sagt 19, kann man nicht so sagen. Ich so, ja, wie kann man nicht sagen? Weißt du, dann habe ich so gemerkt so langsam und dann zum Beispiel das beste Beispiel war dann Sven Lau, wo ich mir dachte, der wurde abgeschoben und dann, wo es dann hart auf hart kam, Verfassungsschutz auf einmal gut. Ja, siehst du, wie verrückt das Ganze ist? Wie verrückt das Ganze ist und was in den Köpfen sich noch befindet? Was meinst du, wenn die Muslime ehrlich ihre Meinung sagen dürften, was sie davon halten, was man mit den Ungläubigen anstellen sollte? Da würdest du, du würdest verrückt werden, du würdest denken, was? So viele Leute haben so eine Gesinnung und so, die sagen es nicht. Das ist das Problem, sie sind noch ruhig. Und dann wirst du, ich und alle anderen in einen Topf geworfen, die sich wirklich kritisch mit den ganzen Sachen beschäftigen und herausgefunden haben, dass man gar nicht dieser Religion folgen kann. Es sei denn, du willst so bösartig werden. Verstehst du? Ich bin ja auf die Suche nach Gott gegangen und habe Gott sei Dank, in Jesus Christus habe ich ihn ja gefunden, dem Herr sei Lob und Dank. Aber als ich mich mit meiner Religion kritisch so auseinandergesetzt habe, bin ich auf Sachen gestoßen, die ich ja mit allen in Deutschland, Schweiz und Österreich erteile. Mein Kanal ist mittlerweile ja Europa und weltweit bekannt, in Amerika und so weiter und so fort. Und die meisten Muslime wissen gar nicht, dass sich diese Bestandteile innerhalb des Islams befinden, in den islamischen Schriften. Dass die Aussagen der Gelehrten den Wahnsinn ja mit sich bringen. Und dann sind die natürlich empört, wenn ich zum Beispiel diese PowerPoint-Präsentation halte auf YouTube oder meine Aufklärungsarbeit mache oder den Leuten das zeige, wo es verzeichnet ist, damit sie sich selber ein Bild machen. Und diese Religion ist absolut heftig, man, absolut heftig. Und der Polizist musste aufgrund seines Jobs, weil er sein Leben eingesetzt hat, jetzt mit dem Leben bezahlen. Weil ein Muslim, ich weiß nicht, wie weit der vertraut war mit den Büchern von den Gelehrten, dass wer den Propheten schmäht oder beleidigt, er nur den TOD verdient hat. Der Eben Taimir sagt das in seinem Buch, das gezückte Schwert. Wer es wagt, den Propheten zu beleidigen oder zu schmähen, muss in die Ewigkeit geschickt werden. Das Prinzip ist, wenn du Allah beleidigst, hast du Zeit zur Vergebung. Drei Tage Zeit, Buße zu tun, Tauber zu machen, Reue zu zeigen. Solltest du aber Mohammed beleidigen oder schmähen oder kritisieren, musst du in die Ewigkeit geschickt werden, auch wenn du bereust. Und das müssen wir ansprechen und dieses geht absolut nicht. Wenn das also in den Köpfen der ganzen Muslime ist, die Dauer machen und so, da muss man darüber nachdenken, ob man wirklich dann in einer großen Aktion diese Leute dann Nebel- und Nachtaktion in Flugzeuge setzt und dann dieses Landes verweist. So muss man dann, wie willst du denn mit diesen Leuten denn umgehen? Diese Leute werden dich eines Tages dann Nackentherapien aufgrund ihrer islamischen Texte. Mit diesen Leuten kannst du gar nicht umgehen, weil das sind einfach Leute, die sich irgendwelche Titeln selber geben und dann hier rumlaufen und dann einen auf höchsten Imam machen. Ja gut, aber wenn sie von Millionen von Muslimen anerkannt werden, dann kannst du und ich und diese Bevölkerung nichts dagegen sagen. Dann ist das in den Millionen von Köpfen drinne. Und du kannst es auch nicht von denen rausholen, weil die denken, er ist der Schech des Islams. Und Millionen und Abermillionen Muslime nehmen das ernst, was er dort verzeichnet hat. Und was der Koran da sagt, und was Ibn Kathir sagt, was Al-Ghurtubi sagt, was Al-Tabari sagt, was Al-Jalalayn sagt, was Assadi sagt, was Al-Baraoui sagt und wie die ganzen Leute heißen im Islam. Wir haben also ein ernsthaftes Problem, weil die Muslime mit den Tafsilen vertraut sind und genau wissen, was zu tun ist, sobald sie die Mehrheit erlangt haben. Das ist traurig. Ich gebe dir auch einen Tipp, du solltest auf dich aufpassen. Auf Instagram habe ich so ein Video gesehen, da ruft auch einer gegen Gewalt dir gegenüber auf. Ich kenne den, das ist immer ein Metti, der war schon sehr oft hier oben. Der ist so ein Tablettenabhängiger. Ich glaube, der ist irgendwo in der Psychiatrie oder sowas, keine Ahnung. Ja, der Staatsschutz hat mich vorgestern kontaktiert und die haben mich angerufen. Die haben meine Nummer irgendwo herausgefunden, Wahnsinn. Ganz schnell. Das geht aber schnell. Der hat mich gefragt, ob alles mit mir gut ist und ob ich irgendwie was brauche oder sowas. Voll nett, voll korrekt. Da meinte ich so, nein, ich habe keine Angst. Das ist schon in Ordnung. Ich kenne, die haben mich gefragt über diesen Typen. Da meinte ich so, ja, ich kenne den. Ich habe schon sehr oft mit ihm geredet. Und ja, der hat schon ein bisschen seine Gesinnung zur Schau gestellt. Aber der ist psychisch krank. Der meinte, ja, ja, der ist, wir haben den schon auswendig gemacht. Der ist sehr psychisch labil. Der steht unter Tabletten und sowas, keine Ahnung. Aber das entwürdigt ja nicht seine Aussage, ist ja krank. Ja, der hat ja auch das Ding verherrlicht, den Angriff gegen den Polizisten. Wo ich mir auch denke, was konnte er so der Arme von hinten in den Hals, weißt du? Und jetzt stell dir mal vor, der Mann hat sein Leben gelassen und hat eine Frau und Kind hier auf der Welt zurückgelassen. Unglaublich. Was meinst du, was? Die Kinder werden jetzt ohne Vater aufwachsen, die Frau ohne ihren Mann und die ganze Familie vernichtet. Er selber hat sein Leben vernichtet, diese Afghane, obwohl er selber Frauen und Kinder hat. Wegen was? Weil Leute etwas gegen den politischen Islam sagen. Das kannst du keinem erzählen, wie verrückt das Ganze ist. Wie verrückt das Ganze ist. Also das war mir irgendwer so. Ich habe nicht gedacht, dass das in so einem Ausmaß ausbricht. Aber ich habe mir schon die ganze Zeit gedacht, diesen Schützenberger, den werden sie auf jeden Fall angehen. Ja, es war nur eine Frage der Zeit. Der hat ja sehr oft schon einen drüber bekommen. Es waren zwar nur hier mit Faust und sowas, aber einer würde dann eventuell richtig handeln. Und da ist es dann passiert am 31. war das. Wie ist das bei dir? Also wirst du auch so auf der Straße angegangen? Viele Muslime kennen mich ja noch von den Videos von der ABK. Also das ist so mehr oder weniger so ein lustiges Ding. Aber darunter gibt es auch Muslime, die dann nicht lange fackeln würden. Ich weiß darum. Es ist mir fast ja passiert. Ich habe ja fast mein Leben verloren. Wäre der Herr Jesus Christus nicht da gewesen durch die Obrigkeit, Staatsschutz, die die aufgehalten haben. Ich wusste das gar nicht. Ich war einfach Auto am Fahren. Ich wusste nicht, dass Leute hinter mir her waren, um mich in die Ewigkeit zu schicken. Und dann siehst du, dass der Herr den Staatsschutz dahin schickt, um diese Leute auch noch zu verfolgen. Ich muss dir mal vorstellen, von 6000 Gefährdern, die wir in Deutschland haben, verfolgt genau die Polizei die Leute, die mir gerade hinterher fahren. Kannst du dir das vorstellen? Ist doch kein Zufall. Hier haben wir es mit Gott zu tun. Psalm 91, der über mich wacht. Heftig, ne? Das ist ein großes Zeugnis für all diejenigen, die sagen, dass Gott nicht existiert und dass die Bibel ein Märchenbuch ist. Verstehst du? Ich verlasse mich ja komplett auf den Herrn. Und wenn es eines Tages soweit sein sollte, dass ich in die Ewigkeit geschickt werde, dann habe ich wenigstens alles getan und habe sehr viele Menschen zum Herrn Jesus Christus geführt. Dank dem Herrn, der mich ja benutzt. Haben wir jetzt noch eine ganz andere Frage. Und zwar, du bist jetzt strenggläubiger Christ, ja? Ja, was heißt strenggläubiger Christ? Ich bin einfach jemand, der Reue gezeigt hat, vor Jesus Christus, wiedergeboren ist und ein Kind Gottes wurde. Strenggläubig. Wir werden nicht strenggläubig sein. Wir werden versuchen, alles in die Tat umzusetzen, um weniger zu sündigen. Aber wir sind in diesem sündigen Leib gefangen, so wie Apostel Paulus das sagt. Nichts Gutes wohnt in meinem Fleisch. Die Sünde beherrscht mich. Und dann frage ich mal so rum, ich formule die Frage anders. Darf man im Christentum, ein Mensch, darf er die Bibel verändern? Nein, nein, auf gar keinen Fall. Warum? Weil die Frage ist darum, ich habe gelesen, dass der Kaiser Konstantin die zehn Gebote geändert hat. Nein, nein, der Kaiser Konstantin hatte überhaupt nichts zu tun. Er war der damalige Herrscher in dem Reich, wo Christen unter seiner Herrschaft gelebt haben. Und da kam dann irgendjemand auf die Idee, irgendeine andere Lehre einzuführen. Das war dieser Arius, der sogenannte Arius, der dann mit der arianischen Lehre um die Ecke kam. Dass der Vater der alleine wahre Gott ist und Jesus Christus nur sein Sohn oder was auch immer. Also nicht selber Gott ist, der Herr Jesus. Ja, und dann war die Mehrheitsgesellschaft dort trinitarisch. Und dann gab es dieses Konzil zu Nicea, wo der Kaiser Konstantin die Leute dann einberufen hat. Weil er gesehen hat, dass da große Tumulte stattfanden bezüglich der Doktrin des Christentums. Weil es war ja klar, dass der Gott ein dreieiniger Gott ist. Das sehen wir in den frühesten Kirchenvätern, die das bezeugen. Irenius und die ganzen anderen, Polycarp und wie sie alle heißen. Und dann siehst du, wenn du ihre Schriften aufschlägst, dass sie genau geglaubt haben, dass Gott sich in Vater, Sohn, Heiliger Geist geoffenbart hat. Und dass Jesus Christus der allmächtige Gott ist, das war die Doktrin der Bibel. Und daran haben die Christen geglaubt, die frühesten Christen. Und dann kam auf einmal jemand um die Ecke und hat auf einmal andere Lehren eingeführt. Das ist dann die Runde gegangen und dann gab es ein großes Tumult. Deswegen hat er die Leute einberufen zum Konzil, zu Nicea. Und dann gab es die Debatte zur Dreieinigkeit. Und dann haben die dort festgestellt oder festgelegt, die ganzen Kirchenväter und die ganzen Christen dort, dass der Gott ein Dreieiniger Gott ist. Und dann gab es diese Debatte. Und dann ist das dort nochmal, wie sagt man, wie würde man sagen, was heißt eingeführt? Nein, nicht eingeführt, sondern wurde bewiesen anhand dieser Debatten, die dort geführt wurden. Dass die Doktrin der Bibel lautet, dass Gott sich in Vater, Sohn, Heiliger Geist geoffenbart hat und dass der Sohn Gottes Mensch wurde, um für die Schuld der Menschen zu bezahlen. Kaiser Konstantin hatte überhaupt nichts zu tun mit Bibelhinzufügung oder sonstiges. Nein, es war einfach nur die Debatte, die stattfand zwischen den Arianern und den Trinitariern, die bisher heute ja stattfindet. Das ist das. Ja, weil das ist ja immer, bei vielen immer die Verteidigung, dass die Bibel mit dem Alten Testament, mit dem Neuen Testament, dass man da sagt, da ist die Bibel verfälscht und was weiß ich. Wenn wir sagen, dass Gott nicht in der Lage war, sein Wort vor Verfälschungen zu beschützen, ja was ist das denn für Gott? Können wir dem Gott vertrauen? Was ist das denn? Die Muslime machen aus Gott unbewusst einen Clown. Verstehst du? Gott ist ja allmächtig. Meinst du, er lässt es zu, dass irgendwelche Menschen die Möglichkeit hätten, sein Wort zu verfälschen? Bräuchten wir dann noch an Gott zu glauben, wenn das so wäre? Natürlich nicht. Siehst du? Und deswegen schießen die Muslime sich ins eigene Fuß, wenn die sagen, die Tora und das Evangelium ist verfälscht. Weil somit stellt das ja Gottes Allmacht in Frage, das war's. Wenn die Muslime behaupten, dass die Bibel verfälscht wäre, so stellt das Allahs Allmacht in Frage und somit kann er auch nicht mehr allmächtig sein. Weil ein allmächtiger Gott kann ja auf seine Worte aufpassen, oder? Ja, natürlich. Aber im Koran sehen wir, dass Allah nicht auf seine Worte aufpassen konnte. Weil eine mächtige Zige in Zunan Ibn Majah, Hadis 1944, kam und seine heiligen Ferse gefressen hat. Den Steinigungsferse und das Berufsaugen eines Erwachsenen. Das ist ein Desaster, das ist eine Katastrophe. Ja, deswegen noch, wie viele Spaltungen waren es? 72 Spaltungen? Mehr, der Mohammed hat ja gesagt, meine Oma wird sich in 73 Gruppierungen spalten. Heute sehen wir, dass es mehr als 73 gibt. Allein die Schiiten haben ja schon, wie viele zig von Untergruppen innerhalb des Schiitentums. Und an die Sunnis will ich ja gar nicht von reden. Ach, das ist unglaublich. Ja. Ja, und jetzt versuch mal, die Nadel im Heuhaufen zu finden, unter dieser einen Gruppe zu sein, weil er sagt ja, alle anderen Gruppen werden ins Höllenfeuer gehen und nur eine Gruppe wird bestehen bleiben. Ja, toll. Welche denn? Ja, gute Frage. Ja, genau. Und dann siehst du, dass die Muslime, die im Namen Allah, Fisabilillah, kämpfen gehen, zu denen gehören, die dann die Schahada haben wollen, die dann das Märtyrertum wollen, um sicher in Allahs Himmel reinzukommen. Weil sie wissen, es gibt nur einen Weg, und zwar Fisabilillah, Dschihad machen. Ja. Da ist das große Problem. Ich hoffe natürlich, dass du dir selber Gedanken machst. Du scheinst ein sehr, sehr kluger Mann zu sein, der sich Gedanken macht um alles und auch hinterfragt, kritischen Geist halt, ne? Ja, natürlich. Das musst du ja. Keine Ahnung. Deswegen finde ich ja auch gut, dass du so aktiv bist, auch Gespräche annimmst und auch zuhörst. Weißt du? Ja, natürlich. Du sagst, was mir halt sehr gefallen hat, wo du gesagt hast, hey, die sollen doch kommen. Ich bin da. Ich debattier. Ja, natürlich. Ja, was soll denn ein Imam, der sich bestens mit den islamischen Schriften auskennt und weiß, was zu tun ist, wenn sie die Oberhand haben? Oder ein Scheer, der genau weiß, was die islamischen Schriften hergeben. Was soll der denn mit mir denn diskutieren? Der sagt, ja gut, der Amir hat recht, was soll ich mit dem noch diskutieren? Ihr wollt ja den Islam nicht akzeptieren, dass der Islam so und so ist. Wir schämen uns nicht für unsere Religion. Der Amir hat recht, ja. Wenn wir die Oberhand haben, dann seid ihr dran. Was ist das Problem? Meinst du, ein Scheer kommt dann und sagt, nee, das ist nicht so, Amir? Ja, dann macht er mit uns Taqiyah-Spielchen. Weil wir sehen doch, was der Islam seit 1400 Jahren getan hat. Wo der Islam die Oberhand hat, wie es dann zur Sache geht. Ja. Und die ganzen Fatwas und Koranverse, Auslegung der Gelehrten. Ja, was willst du denn machen? Er muss doch genauso zurückgreifen wie ich zu Ibn Qasir al-Kurthu bi'atabari al-Jalalai. Ja. Will er jetzt seine eigene Meinung in den Koran hineininterpretieren? Ist doch Quatsch. So darf doch kein Muslim vorgehen. Ich hoffe natürlich, dass du eines Tages zum Glauben an den Herrn Jesus Christus findest. Es kann dich, mich, jeden Einzelnen, der hier drin ist, hier wie auf der Straße langlaufen, dass er auf einmal irgendein verrückter, irgendein M-E-S-S-E-R zückt und einfach wahllos reinschlägt in die Leute. Darunter kannst du dann auf einmal sein mit deiner Familie. Nicht mal, dass du was getan hast, du kannst eigentlich gar nichts dafür, weil du bist einfach nur am falschen Ort zur falschen Zeit. Ja, klar. Was ist das Problem? Eine Vierjährige in einem Einkaufszentrum, da hat er reingeballert, Mann. Eine Vierjährige, Mann. Guck mal, wo wir gelandet sind. Ein Somalier nimmt von vier Frauen mitten in der Innenstadtpassage das Leben von denen. Einfach reingeballert, falscher Ort, falscher Zeit. Das könnte dir, mir, allen hier passieren. Jeden von uns. Ja. Ja, und dann natürlich regen die Deutschen sich auf und sagen, was geschieht hier nur in diesem Land. Wo kommen diese Leute auf einmal her? Wer hat die überhaupt hier reingelassen? Wer hat die überhaupt geprüft? Keiner. Keiner. Und dann siehst du auf einmal, dass immer weiter Zulauf diese Parteien bekommen, jetzt beispielsweise AfD. Die Leute sind besaucht, die Leute haben Angst um ihre eigene Familie. Und die schreien nach Sicherheit. Kann man den Leuten das verwehren oder sagen, seid ihr bekloppt, warum seid ihr so? Nein. Die Leute haben begriffen und haben gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Sollen wir die Nächsten sein, oder was? Sollen wir unter den Opfern sein? Warum? Weil ihr nicht in der Lage seid, Sicherheit zu bieten, oder weil ihr nicht in der Lage seid, die Grenzen zu schützen, oder wie, oder was? Was ist das denn? Gerade in einer Zeit, wo das Kalifat ausgerufen wurde, 2015, wo sich die ganze muslimische Umma, die hier, die ganze muslimische Umma sich gespalten hat zwischen jetzt die Daesh-Leute und dann auch alle anderen, die jetzt so heuchlerisch unterwegs sind. Ja, was soll das? Und jetzt siehst du, dass diese Leute immer weiter Zulauf bekommen und dementsprechend dann auch Handeln und Gesetze erlassen werden. Ich würde es nicht wundern, wenn diese Remigration, diese Rückführung demnächst stattfinden wird. Dass die Leute dann ein nach dem anderen ausgewiesen werden und dementsprechend dann des Landes verwiesen werden. Dann kommen sie aber wieder. Ja, ja, nee, dann werden andere Gesetze erlassen, Grenzen werden, ähm, werden, wie nennt man das? Grenzen werden geschützt und da kann nicht jeder einfach so einreißen. Du siehst doch in Israel, dass es so groß ist wie das Bundesland Hessen. Kein anderes Land ist so heftig in Sicherheit wie Israel. Allein wenn du versuchst zum Airport zu gelangen, da wirst du erstmal auf 20 kmh runtergebremst, 10 kmh. Erstmal bevor du überhaupt 10 Minuten, 20 Minuten, bevor du überhaupt da hinkommst, haben die dich schon auf dem Radar alles. Du kannst niemals einfach so in die Grenze dort hineinkommen. Meinst du, Deutschland kann das nicht genauso? Meinst du, dazu fehlt ihnen die Equipment? Nein, die können das genauso. Wenn Israel das kann, dann kann Deutschland das ja locker. Ja, aber die Vorgeschichte von Deutschland oder die Geschichte von Deutschland, das hat ein bisschen negativisiert. Ja, dann hast du zum Beispiel solche Antifa-Leute, die in ihre eigenen Leute reinschlagen, obwohl sie die ersten sind, die von Muslimen dann in die Ewigkeit geschickt werden. Das verstehe ich auch nicht. Meinst du, die Muslime machen Halt vor Antifa, weil sie ihnen helfen oder wie oder was? Wie verrückt ist das bitte, Mann? Ne, da gab es doch mal auch so ein berühmtes Video, da gab es doch mal auch so einen Typ, der war ja immer mit diesem Ding, Pia Vogel und allen unterwegs. Ja. Und auch mit dem einen, ich weiß jetzt seinen Namen nicht mehr, aus Österreich, der Psycho da. Aus Österreich. Warte mal. Ja, so ein Ägypter. Ach so, ja, Mohammed Mahmoud. Ja, ja, der war einer der heftigsten überhaupt. Der hat ja kein Blatt vor den Mund genommen hier in Österreich. Er war übelster Extremist, übelster Gefährder. Der hat auch diese Internetseite gegründet gehabt, Muslimische Front oder irgendwie sowas. Anleitung von Ibrahim oder sowas, keine Ahnung, war das. Auf jeden Fall, wo dann so irgendwelche Hilfsorganisationen in Syrien war, da sind sie doch mit Kalaschnikows rein und haben sie das sogar noch aufgenommen, wie sie die Helfer da Ding behandelt haben. Wo sie dann Angst hatten um ihr Leben. Ja, ja, ja. Die Blicke jetzt mal sehen müssen. Ich glaube, dieses Bild ist immer noch in Google oder was. Ganz, ganz schlimm, der Typ. Ganz schlimm. Ja, und das ist die Gesinnung der Muslime halt. Viele, viele von ihnen sind so. Ja, was war am Ende? Sogar dem IS war das zu viel dann. Ja, genau. Die haben dann irgendwie schon so rausgeworfen. Also die hatten nichts von ihm gehalten oder was, ne? Oh, danke schön. Heftig. Ja, mein Lieber. Das ist die Lage, der derzeitige Lage. Na, danke dir. Das ist die derzeitige Lage, in der wir uns alle befinden. Es kann sogar einen Muslim treffen, der auch zur falschen Zeit ist. Selbst der, der zum Beispiel auch Scharia fordert. Von einem Somalier, der zum Beispiel einfach wahllos in allem reinhämmert. Verstehst du? Ja, was dann? Toll. Wie sollte man wirklich mal in Iran leben? Wie sollte man überhaupt in einen Scharia-Staat gehen, ja? Ja. Also Iran ist immer das beste Beispiel, sage ich, was Scharia angeht, um ehrlich zu sein. Ja, genau richtig. Heftig, ne? Guck mal, wenn ich so Türkei bin und wenn dann so Iraner kommen, wie frei die sich fühlen. Und für die ist das vollstraffesten Land und so. Das ist heftig, ne? Wie traurig das Ganze ist, ne? Wie traurig das Ganze ist. Wir haben doch das abschreckende Beispiel aus meinem Land. Warum verstehen die Muslimen nicht, dass genau dieselben Zustände herrschen werden und sie dann eines Tages auf die Flucht gehen müssen? Weil der Islam ihr Leben bestimmt. Und wer will sich denn von Religionen sein Leben bestimmen? Das ist doch Quatsch. Und zwar jeder hat sich dann dieser Religion anzupassen, sozusagen, weißt du? Was darfst du dann überhaupt noch, frage ich mich dann. Was darfst du dann noch, frage ich mich genau. Na gut, mein Lieber, dann störe ich mal dich nicht, Wardo, halte dich mal weiter nicht auf. Wenn ich irgendwann mal Fragen habe, komme ich wieder einfach live. Merk dir meinen Namen. Ja, danke dir für deine Zeit. Dankeschön, dass man... Ich danke dir für deine Zeit und ja, fahr vorsichtig, pass auf deinen Rücken auf. Mehr kann ich noch sagen. Ja, möge der Herr dir auch begegnen und dich zu sich ziehen. Amen. Später für dich, mein Lieber. Ja, danke. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, wundervoll. Betet für ihn, ne? Betet für Gazi, dass er zum Glauben findet. Er ist ein kluger Mann. Da sieht man den Unterschied zwischen einem Muslim, der total indoktriniert wurde und einem Muslim, der einen etwas kritischeren Geist hat und sich Gedanken macht und sagt, ja, warte mal, ich hinterfrage das Ganze mal. Dankeschön, Tony. Ja, heftig. Gestern hat der Bosbach ja eine Rede gehalten, ne, Leute. Der Toni hat mir das geschickt, ne, Toni, heftig. Ich dachte, ich wäre da gerade am Reden mit der Welt. Das war heftig. Ich habe mir gedacht, ey, krass. Der Bosbach und ich, wir sind einfach so, äh, da kam ein und dasselbe da raus. Das ist heftig. Einfach krass. Da hat er mit der Welt ein Interview geführt und hat gesagt, äh, so kann das ja nicht weitergehen. Wie, wie lange wollen wir das denn noch so, äh, ähm, uns das gefallen lassen, mäßig, ne? Also mit meinen Worten jetzt wiedergegeben. Wir hören uns das gleich mal an. Ich muss nur ganz kurz hier mal was erledigen. Ich muss mal hier gucken, wo ich hier bin. Ich bin schon wieder in dem übelsten Ghettos hier unterwegs, ja. Ah, mir, aber Bosbach, ja, genau. Aber Bosbach, das ist heftig, der Aber Bosbach, ey. Das ist heftig, als wenn, als wenn wir ein und dieselbe Gesinnung der Bosbach und ich, ne, heftig. Als hätte ich ihm gesagt, rede so. Hallo, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Hallo, hi, my friends, how are you? I'm fine, and you, no, no, don't match, don't match, please. Okay, 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 okay. Where do you come from? Afghanistan, bro. Afghanistan, you live in Germany? Yeah. Why you left your country? No English, man, Iran. Ah, so, jetzt auf einmal no English, ganz so. Unglaublich. Da spricht ja mehr Englisch, da sage ich, why you left your country? Oh, no English, no English. Auf einmal no English. No English. Das kannst du keinem erzählen, ne? No English, no English. Oh, hier, 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 heftig, ey. Oh, Mann. Kommen zu Deutschland, sind auf TikTok, ja, genau. Ja, das ist ja nicht mal das Schlimme, dass sie auf TikTok kommen. Kommen hier nach Deutschland und machen genau da weiter, wo sie von geflohen sind. Das ist das Kranke. Ob sie jetzt auf TikTok sind oder nicht, das ist ja das kleinste Problem. Aber diese Gesinnung bringen sie mit hier nach Deutschland. Ach, ihr Lieben, wir leben in absolut kranken Zeiten. Und ich hoffe und bete für jeden Einzelnen von euch, dass ihr mit dem Herrn Jesus Christus in den Tod geht, ihr Lieben. Und das ist euer Herr und Gott ist. Auf welcher Seite kann ich die Scharia nachlesen? Einfach in den Koran aufschlagen, das siehst du doch. Einfach mal den Koran aufschlagen, dann siehst du, was da abgeht. Was ist denn? Es ist einfach nur traurig, es ist einfach nur traurig. Ja, ich habe gestern total Gedanken gefangen da, was dem Polizisten wieder erfahren ist. Der war, glaube ich, ein sehr, sehr beliebter Polizist, sehr, sehr beliebt. Und hat sehr, sehr, sehr viele Freunde dort gehabt. Er war ein sehr, sehr zuvorkommender, höflicher und fügevoller Kollege halt. Ich will gar nicht wissen, ich will gar nicht wissen, was für die Familie und Freunde jetzt, die sind am Ende. Ja, und dann natürlich geht das in den Köpfen ab, wer trägt die Verantwortung für diesen Wahnsinn? Wer trägt die Verantwortung dafür? Politiker? Staat? Wer, wer macht? Wer trägt die Verantwortung für das Leben, das ihm genommen wurde? Das ist absolut, ihr fehlen die Worte, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich komme sofort wieder, ihr Lieben. Sorry, ihr Lieben, ich bin wieder da. Ich möchte einmal noch mal kurz was sagen. Lasst euch nicht vom Satan jetzt reizen, da diese Leute hier ihre Gesinnung zur Schau stellen, dass wir auf einmal anfangen, diese Menschen zu hassen. Das hat uns der Jesus Christus nicht befolgen. Ich weiß, der Satan reizt uns und es ist wirklich schwierig, diese Menschen auch dementsprechend, also die Worte des Herrn Jesus Christus in die Tat umzusetzen. Aber lasst euch nicht vom Teufel versuchen, dass er euch in so eine Art Wut und Hass und alles Mögliche hinein verfrachtet. Ihr seid immer noch Christen. Ihr gehört immer noch Jesus Christus. Und seine Worte sind für euch maßgebend. Seine Worte sind für euch bindend. Auch wenn es uns manchmal wehtut, wenn wir sehen, dass diese Leute zu was für Mitteln greifen, um ihre Meinung durchzusetzen. Wie crazy. Wie crazy. Ja, der Herr Jesus Christus hat ja gesagt, liebe deinen Nächsten für dich selbst. Liebt eure Feinde und wohl den, die euch hassen und für die, die euch beleidigen und verfolgen. Diese Worte sind da, dass er Jesus Christus so ist. Ich weiß, das fällt uns allen schwer und wir möchten auch manchmal Dinge machen, die nicht gerade christlich sind, aber der Herr Jesus Christus geht vor. Lasst immer die Liebe in eurem Herzen gedeihen, nicht den Hass. Ich weiß, dass du mich hochnimmst. So. Dankeschön. Hi, Amir. Danke, dass du mich hochnimmst. Ja, gerne. Gott segne dich und deine Familie. Dich auch. Danke. Amir, ich weiß gar nicht, weshalb wir uns darüber so aufregen, dass hier so viele reinkommen. Ich lese immer so, Islam gehört zu Deutschland. Wir sind schon sechs Millionen Muslime hier in dem Land. Amir, kein Problem. Wir warten einfach noch ein bisschen. Dann sind die meisten von denen... Warte mal, dann sind die meisten von denen hier. Und guck mal, wie schön Syrien ist oder Afghanistan oder so. Dann ziehen wir alle da runter und bauen uns da ein neues, schönes Abendland auf. Und ich baue mir ein Haus, schön am Meer. Ja, das ist die Lösung, Amir. Wir warten einfach noch ein bisschen und dann gehen wir alle da runter. Ja, genau. Die Lösung ist einfach, Syrien kommt nach Deutschland und Deutschland haut ab nach Syrien. Ja, warum denn nicht? Und die schöne Heimat verlassen. Ja, die wollen doch alle nach Deutschland. Oft verregnet und so. Guck mal, wir sind schön im Sonnenland und so. Dann nennen wir uns nicht mehr Abendland, sondern wir nennen uns Sonnenland. Sonnenland, genau. Nee, von Sinnenland, von Sinnenland, nicht Sonnenland, von Sinnenland. Oder so, ganz egal. Nur wir müssen eins diesmal besser machen, wenn die ja mitkriegen, dass wir diese Länder wieder wunderschön aufbauen. Wir müssen eine ganz hohe Grenze ziehen. Ja, ich weiß, jetzt lachen wir darüber, aber das ist ein Trauer. Eigentlich ein sehr, sehr großes Armutszeugnis für dieses Land auch. Und ein sehr trauriges Thema. Das ist sehr, sehr, sehr heftig. Das ist so gut, Amir, da sagst du was. Ich versuche immer aus der Perspektive eines Deutschen zu sehen, der hier seine Heimat hat, sie aufgewachsen ist, seine Kultur, dies, das und jenes. Da kommen auf einmal aus ganz fernen Ländern Menschen aus archäerischen Gebieten und haben rohe Gewalt kennengelernt. Und diese rohe Gewalt sitzen denn hier auch noch in Deutschland ein, in den Innenstädten. So, verstehst du, was ich meine? Das ist so krank. Amir, die Kulturen von dort passen niemals in die Bundes. Wie viel sind wir denn noch da? Absolut, Amir. Ich habe mit 21 erfahren, dass ich adoptiert bin. Also ich weiß noch nicht mal, was für eine Nationalität ich habe. Ich sehe deutsch aus und so, aber ich bin hier in Deutschland geboren. Ich indifiziere mich mit Deutschland. Meine Tochter ist hier geboren. Ich habe hier meine Familie aufgebaut. Und jetzt bekomme ich das mit. Aber die Frage, die ich mir stelle, wie soll das deutsche Volk, wie sollen die Patrioten das hinkriegen, dass sich das ändert? Mit Gesprächen und alles sehe ich, schwarz soll es wirklich darauf hinauslaufen, dass es hier zu einem Bürgerkrieg kommt. Wir haben gestern schon mal kurz darüber gesprochen. Ich weiß keine Lösung. Nein, die Lösung ist Jesus Christus. Dieses Land kannst du nicht mehr retten. Das Kind ist ja schon in den Boden gefallen. Wie willst du denn Millionen Leute dann rückführen? Das ist also Quatsch. Und die AfD versucht aber, die will es wissen um das Problem, versuchen, so gut es geht, dann zu sagen, ja, wir müssen dann nicht jetzt alle Ausländer ausführen, sondern diejenigen, die zum Beispiel überhaupt gar nichts zu dieser Gesellschaft beitragen. Und zwar so diese islamischen Prediger und islamischen Dauerteams und sowas und alles Mögliche. Die müssen dann das Land verlassen. Naja, ich bezweifle halt, dass das reichen wird. Ich denke, dass die AfD erkannt hat, dass das halt ein tolles Wahlprogramm ist, mit Ausländer raus und nur die Kriminellen. Aber ich sehe das ganz genauso wie du, dass das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Genauso sozusagen. Das ist leider so. Wir können diese Demografie nicht auffalten. Allein auch, wenn du in Deutschland abbringst, das Ganze durchzusetzen. Was ist denn mit Europa? Europa ist ja schon verloren. Hier leben über 50 Millionen Muslime. Ganz genau. Ganz genau. Ja gut, wenn du überlegst, wir haben ungefähr 500 Millionen Einwohner in Europa. Das ist jetzt prozentual gesehen nicht zu viel. Aber wenn die mitkriegen, dass hier massenhaft Ausweisungen und so passieren, dann werden die sich ja dagegen auch wehren. Und spätestens haben wir dann den Bürgerkrieg. Ja, genau. Ja, es ist alles traurig an mir. Auf jeden Fall. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich will noch mal ein bisschen schlafen. Ich muss dann auch los. Ich wünsche dir auf jeden Fall was euch auch hier alle im Chat. Und ja, nicht den Mut verlieren. Lebt jeden Tag, als ob es der letzte wäre. Nicht in der Zukunft leben, in dem Moment, wo ihr lebt, leben. Ich hoffe nicht, dass du das meinst, in Sachen Gas geben zur Sünde oder was. Nein, nein, nein. So nicht. Der Herr Jesus Christus sagt... Ich? Ja, ja. Der Herr Jesus Christus sagt, ihr sollt zwar so leben, aber ihr sollt bedacht sein, dass ihr meine Wiederkunft erwartet. Das ist das. Nein, nein. Ich meinte, dass man nicht in der Zukunft leben soll, dass man eben hier und jetzt leben soll und das hier und jetzt einfach genießen. Und nicht irgendwie, ach, morgen einfach das hier und jetzt genießen. Was morgen ist, keine Gedanken drüber machen. Wir leben im Hier und Jetzt. Ja. Ja, wir leben im Hier und Jetzt, aber mit unseren Taten werden wir ja eines Tages in Ewigkeit gehen. Ich hoffe natürlich, dass du deine Entscheidung, dass du Christus noch triffst. Nein, das stimmt. Aber ich kann ja nur für das Hier und Jetzt meine Entscheidung treffen. Und wenn ich im Hier und Jetzt gute Entscheidungen treffe, dann werden das ja morgen auch gute Entscheidungen sein, wenn ich im Hier und Jetzt gute Entscheidungen treffe. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß das. Aber du hast in deinem Leben ja sehr viele Sünden angeholfen. Da gibt es jemanden, der deine Sünden... Das stimmt. Und das ist eine Person und die Person hat einen Namen, die die Wahrheit in Person ist. Und das ist Jesus Christus, der ewige Sohn Gottes, der gekommen ist und gesagt hat, komm mit her alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich will euch Ruhe geben, Ruhe schenken, euch eure Sünden vergeben. Komm zum Glauben an den Händen, Jesus Christus, und lass dich retten von ihm. Ja, da sagst du was. Ich habe früher mal wirklich geglaubt, habe da mein Glauben wieder verloren durch meine Lebenssituation und fange jetzt an, seit zwei, knapp drei Monaten wieder den Weg zu Jesus Christus zu finden. Und ich bin auf einem sehr, sehr guten Weg. Halleluja. Ich bete für dich, Maiky. Danke, Amir. Du bist ein kluger Mann. Ich danke dir, Amir. Jesus wird die Beste deines Lebens sein, glaube es mir. Ja, ja. Seitdem ich den Weg zum Glauben finde, fühle ich mich auch irgendwie ausgeglichener als vorher. Ich fühle mich irgendwie, ich habe mehr Frieden in mir. Super, ist doch schön. Der Herr Jesus gibt dir seinen Frieden, einen Frieden, den die Welt dir nicht geben kann. Nur Jesus kann dir das geben. Nur der Herr Jesus. Der ewige Jesus, der für unsere Schuld bezahlt hat, für unsere Schuld bezahlt hat, gibt es was Kostbaren wie ihn. Er ist der kustbare Eckstein, den Gott für uns gegeben hat. Den sollten wir küssen, den wahren Eckstein, nicht den Stein, den Saudi-Arabien, den Meteorit. Absolut, wir müssen das nur begreifen, dass Jesus das Allerwichtigste ist und keine Götzen anbieten, so wie Ronaldo oder sonst irgendwas, das zählt alles nicht. Wir müssen nur an Jesus Christus denken. Alles andere ist egal. Amen, Amen. Okay, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, euch auch in dem Chat. Alles klar, ciao. Ich wünsche dir für dich, Mikey, mach's gut. Ja, ciao. Danke, ich wünsche dich auch. Tschüss. Ciao. Ja, betet für Mike, ne? Betet für Mike, ne? Und Gottes Segen, die Amir. Gottes Segen, mein Lieber. Gott segnet schon deine Familie. Bruder, ich habe eine Anfrage geschickt, weil ich dir einfach mal danken will für deine Arbeit, dass du tust, dass du jeden Tag Gott segnest, also Gottes Segen an alle verteilst, im Namen Jesu Christi natürlich und ich weiß es wirklich zu schätzen. Ja, alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, der jeden Einzelnen von uns benutzt, um sein Reich mit wundervollen Seelen zu füllen. Amen. Wunderschön, einfach wunderschön. Weißt du, vorhin bei dem Mike, da sehe ich auch wieder, weißt du, viele Leute, die gehen auf deinen Livestream und weil Gott deine Gebete erhört und du ihn wahrscheinlich gebeten hast, ein Werkzeug, deine Taten zu sein, ja, siehst du so Leute wie Mike, der zum Beispiel, ja, hat seit zwei, drei Monaten wieder mehr intensiv sich mit Gott beschäftigt und so auch seinen Weg wieder zu ihm findet. Ich finde das so schön. Ja, ich auch. Ja, diese Arbeit trägt Frucht, ne, also sehr viele Menschen, die mir da zuhören, machen sich Gedanken auch um ihre Ewigkeit und das ist wundervoll. Ich konnte sehr viele, wir konnten zigtausend und Millionen von Menschen erreichen, ne, Wahnsinn. Absolut, ich finde das so gut und du bist auch einer der Gründe, warum ich auf TikTok bin. Ja, viele, viele, du bist nicht der Einzige. Viele, viele haben sich nur TikTok gemacht wegen mir, das ist heftig. Und das mit Stürzenberger, das müssen wir jetzt so sehen, denn wir müssen das Unglück, also das Unglück im Glück zurückverwandeln. Denn unsere Namen sind ja gefallen und viele wissen ja, dass ich Werbung mache für den Herrn Jesus Christus. Und dass ich die Menschen wieder auffordere, zurückzukehren zu ihrer ersten Liebe und zwar Jesus Christus, damit sie wieder die Beziehung zu ihm aufnehmen. Und das ist das Wichtigste in ihrem Leben, sollte das sein, die Nummer eins, die Priorität in ihrem Leben, Jesus Christus. Ja, und das ist halt auch das Interessante, ne, vorhin hattest du ja die Diskussion mit dem Mike bezüglich, wir leben im Hier und Jetzt, ne. Und Jesus sagt ja, achtet nicht auf die Vergangenheit, sorgt doch euch nicht um eure Zukunft. Aber ein einziger Aspekt, den man immer vor Augen haben muss, ist die Wiederkunft Christi. Und da sagt er, seid bereit, denn ich komme wie ein Dieb in der Nacht und niemand wird es erwarten. Ja, genau, das meinte ich ja zu ihm. Meinst du, wir müssen so leben, dass wir Jesus Christus jeden Tag erwarten, deswegen. Ja, das ist halt das Ding. Ja. So, toll. Okay, danke dir vielmals für deine Worte. Gott segne dich von den Namen. Ich habe noch einen Input, wenn du kurz Zeit hast, Bruder. Ich war letztens auch mal in deinem Live und ich habe gesehen, da war so ein junger Herr aus, Mannheim, Boxring, irgendwie sowas hat er geheißen. Ja, ja, ich erinnere mich noch. Und da hat er gesagt, wie kann das sein, dass Gott mich in die Hölle schickt, ne. Und ich hatte deine Antwort bereit und ich hätte mir so sehr gewünscht, ihm die Antwort geben zu können. Es ist ja nicht so, dass Gott dich in die Hölle schickt, sondern es ist so, dass durch deinen freien Willen, den Gott dir schenkt, ne, machst du ja dein eigenes Begräbnis sozusagen. Weil Gott sagt, du kannst die Ewigkeit mit mir verbringen oder du kannst so leben, wie du willst. Ja, ja. Dann musst du halt damit leben, dass du in Ewigkeit nicht bei mir bist. Genau so sieht es aus. Das ist genau dasselbe wie ein Vater, der mit einem Sohn da ist und warum... Genau, der Vater sagt zum Sohn, geh nicht diesen Weg, der Weg ist schlecht für dich, komm mit mir auf diesen Weg. Wir werden einen schöneren Weg gehen. Und dann sagt der Sohn, nein, ich möchte bitte meinen Weg gehen, Papa. Und dann sagt der Papa, okay, alles klar, ich habe dich doch gewartet, ich weiß es doch besser für dich, mein Sohn. Wenn was passiert, hat er die Konsequenzen seiner eigenen, eigenen freien Willen dann zu spüren bekommen. Absolut. Die lieben Menschen, die lieben den freien Willen. Absolut. Es gibt so ein gutes Beispiel mit dem heißen Herd, ne. Ein Kind sieht den heißen Herden willen anfassen und der Vater sagt, fass es nicht an, aber er hört nicht zu. Und irgendwann sagt man der Vater, okay, dann fass hin. Und dann fass er hin und verbrennt sich halt übelst. Nur haben wir halt hier noch die Möglichkeit, nie mehr das anzufassen. Und das gibt uns der Jesus Christus eigentlich auch, weil er uns ja sagt, hey, schau mal, du hast gesündigt. Erkenne es und bring deine Sünde vor mich, denn er ist das Unschuldslamm, das für uns, ja, für unsere Sünden gestorben ist. Amen. Amen, Bruder. Okay, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Bruder. Und danke, dass du dich mitgenommen hast. Möge der Herr dich auch sehen. Ciao, Bruder. Ciao, ciao. Ja, heute sind irgendwie die Gespräche total schön, ey, was ist denn hier los? Sowas gefällt mir auch, heftig. Keiner, der hier rumtrollt, alle irgendwie total gediegen, bedacht, total den Verstand an den Tag zu legen und so. Hammer, wundervoll. Oh, danke dir, Toni. Dankeschön. Lass uns das mal hören, genau, Toni, Toni hat mir das geschickt, das mit Bosbach. Hört euch das mal bitte an, was der Bosbach sagt. Und nochmal, wir sprechen mit dem CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach. Wir grüßen Sie ihn. Guten Abend. Guten Abend, schöne Grüße aus Friseute nach Belieben. Innenministerin Nancy Faeser sagte, wenn die Ermittlungen ein islamistisches Motiv ergeben, dann wäre das eine erneute Bestätigung der großen Gefahr durch islamistische Gewalttaten, von der wir gewarnt haben. Tut die Regierung aber genug? Ja, aber die ganzen islamistischen Angriffe, die haben sich ja gehäuft in den letzten Jahren seit 2015. Du siehst auf einmal, dass diese ganze Flüchtlingswelle nur Probleme mit sich gebracht hat. Das ist krank. Genug, um die Bevölkerung vor diesen islamistischen Taten zu schützen. Nein, ich kann das nicht feststellen und jetzt ist die Bestürzung groß. Das Land hält den Atem an und meine politische Lebenserfahrung sagt mir leider, in wenigen Tagen wird das Thema versandet sein. Es wird sich konkret nichts ändern. Ich kann mich noch gut... Ja, das ist heftig, ne? Wir hören etwas, wir sehen etwas, wir sind bestürzt und dann auf einmal, zwei, drei Tage später ist alles wieder total vergessen. Das ist Wahnsinn, der Mensch ist heftig, ne? Der Mensch ist sowas von heftig, sobald er... Dem wird auch alles sofort abgewöhnt. Er gewöhnt sich sofort an allem ab. Sobald dann nichts mehr darüber berichtet wird, vergisst er das, das war's dann so. Einfach Vergangenheit, vergessen. Nein, sowas darf nicht vergessen werden, ne? Darüber muss immer wieder gesprochen werden. Auch gut daran erinnern, dass in den letzten Jahren, lange bevor Frau Felser im Antwerp viele gesagt haben, das kann nicht gut gehen, wenn wir hunderttausende junge Männer aus einem anderen Kulturkreis, bei einer anderen religiösen Prägung... Genau so sieht das aus. ...die sind bindungslos in unserem Land. Ja. Und es geht doch nicht um die Muslime. Die allermeisten Muslime in unserem Lande sind friedlich und rechtstreu, sondern es geht um den politischen Islam und den Islam... Die meisten Muslime, die breite Masse an Muslime, die haben ja einfach ihr Leben hier. Die haben ja gar keinen Bock auf Scharia und sowas. Den Islamismus und den Salafismus, ich sage Ihnen, es wird sich im Großen und Ganzen nichts ändern. Wir müssen den politischen Islam in Deutschland den Stecker ziehen, und zwar so, dass er nicht wieder aufflammen kann, sonst werden sich die politischen Verhältnisse in unserem Land, auch die gesellschaftlichen Verhältnisse, dramatisch verändern. Frau Göring-Eckardt freut sich darauf, ich nicht. Also Sie sagen, den Stecker ziehen, aber Herr Bosbach, wie soll denn das aussehen, jetzt konkret zum Beispiel nach so einer Situation? Das kann ich Ihnen sagen. Wir hatten noch nicht vor allzu langer Zeit Debatten über die sogenannten Kalifat-Demonstrationen. Ich glaube nicht, dass es bei dem Ruf, das war eine Warnung an unseren Staat. Ja, genau. Eine Warnung, die doch... Ja, genau. Die Muslime haben sich schon mal positioniert und haben dann lautstark schon mal gewarnt. Sie haben nicht direkt gesagt, wir fordern ein Kalifat für Deutschland und so. Nein. Die haben einfach nur gesagt, wir fordern ein Kalifat für den Nahen Osten. Aber die Gesinnung in den Köpfen ist da. Sie fordern das Kalifat weltweit. Aber Sie wissen ganz genau, wenn Sie sowas in der Öffentlichkeit sagen, dann werden die Medien sich darauf stürzen und dann werden sie Probleme bekommen, die Muslime hier. Deswegen haben sie genau gewusst, wie sie rechtlich vorgehen, was die sagen, damit sie nicht belangt werden. Wir fordern ein Kalifat für den Nahen Osten. Nein. Ihr fordert nicht nur ein Kalifat für den Nahen Osten. Ihr fordert ein Kalifat auch für Deutschland und Europa und weltweit. Das ist das. Das ist das. Öffentlich ausgesprochen worden ist von denjenigen, für die Koran und Hadith die Worte des Propheten wichtiger sind als die Gesetze unseres Staates, dass irgendwelche... Na genau. Für die Muslime ist das Gesetz oder beziehungsweise die Worte von Mohammed und die Gesetze von Allah mehr wert als alles andere. Und jetzt sagt ihr mir aus dem aufrichtigen Herzen, passen solche Leute hin, die nach Koran und Sunna leben wollen? Passen die hin? Passen diese Menschen, die nach Koran und Sunna leben wollen, hier hin? Sie lehnen Demokratie und Grundgesetz und alles ab. Sie wollen lieber Scharia und nach den Gesetzen Allahs leben. Rechtliche Konsequenzen gezogen wurden. Nehmen Sie mal das Beispiel Blaue Moschee in Hamburg. Da hatten wir schon Exekutivmaßnahmen im Herbst vergangenen Jahres. Vereinsverbot. Wir haben das Religionsprivileg nach dem 9-11 aus dem Gesetz gestrichen. Wir haben jetzt die rechtliche Möglichkeit, auch solche Vereine zu verbieten, deren Zweck Religionsausübung ist, wenn sie gegen die feindlich-demokratische Grundordnung agieren. Und wir haben sehr, sehr hohe Wirken für die Ausweisung und Abschiebung, auch von ausländischen Staaten. Das ist auch heftig. Deutschland macht sich das selber schwierig mit den Abschiebungen so ultra, ultra krimineller Menschen. Ultra kriminell. Ich meine, dass jeder eine zweite Chance verdient hat, ist klar. Jeder von uns macht irgendwo mal, misst der eine mehr, der andere weniger. Deswegen sollte jeder mal wenigstens eine Chance verdient haben. Aber dahin zu gehen und dann auf einmal ohne Ende Straftaten zu begehen und, wie sagt man, diese Gesellschaft abzulehnen mit den Werten und allem Möglichen. Was willst du denn da erwarten? Das ist doch krank. ...Straftaten, auch von denen die Kapitalverbrechen begangen haben, jedenfalls dann, wenn sie aus Kriegs- und Krisengebieten kommen, die Hürden sind viel zu hoch. Glauben Sie doch bitte nicht, dass die, um die es hier geht, dass die Angst vor unserem Strafrecht haben, vor der Justiz, die haben allenfalls Angst vor den ausländerrechtlichen Konsequenzen. Ist das, dieser Vorfall, möglicherweise eine ganz neue Dimension? Ein Polizist schwebt ja noch in Lebensgefahr, aber ist das vielleicht eine ganz neue Dimension? Weil wir eben alles genau minutiös per Video aufgenommen bekommen haben. Wir können das Video genau ansehen, diese Tat genau mitverfolgen. Wir sehen genau, dass der Täter gezielt eben auf diesen Michael Stürzenbach einsticht. Also ist das möglicherweise auch eine Zäsur hier in Deutschland? Diese Moderatorin oder was das da ist, diese Mitarbeiterin von Welt, die ist noch nicht mal in der Lage, sich einen Namen zu merken. Michael Stürzenbach, da sagt die Stürzenbach. Ist das krank, ist das krank. Und wie die auch nur so flüchtig immer ihn erwähnen, so in den Medien, so ganz mal hier mal erwähnt. Und dann sagt der Michael Wendt oder wie der heißt, dieser Polizeisprecher oder was sagt der, zwei Extremisten treffen aufeinander. Der vergleicht also Michael Stürzenberger mit dem Afghanen, der in Menschen reingehämmert hat. Das ist so. Das kannst du dir nicht geben, was dieser Polizeisprecher da sagt. Ja, die ganze, ganz Deutschland war total empört über die Aussagen von ihm. Deutschland? Was das Tatgeschehen angeht, leider nein. Was die Bilder angeht, ja. Sie sind ja von beeindruckend guter Qualität, also gut in Anführungszeichen, sodass der Tathergang sehr genau beobachtet werden kann. Und das erinnert mich leider an das berühmte Sylt-Video mit diesem unsäglichen Gesang. Und da geht's los. Das hat das ganze Land in vierer Aufregung versetzt. Wir hatten Tage lang... Das ganze Land hat sich über fünf, sechs, zehn grüllende, besoffene Deutsche aufgeregt und haben alle darüber gesprochen, alle gefühlt ganz Deutschland und zwar tagelang. Alle Influencer, alle haben sich eingeschaltet. Und das jetzt in Mannheim, guck dir das mal an, diese widerwärtige Doppelmoral dieser Leute. Das ist so krank. Bis heute. Das ist so schlimmer Zustand, ne. Das macht einen wütend, traurig. Und, hör mal, man ist ultra entsetzt, ne. Ultra entsetzt über dieses Verhalten. Man hätte mindestens genauso das erwähnen sollen und sagen, mit sowas identifizieren wir uns nicht. Das ist das Allerletzte. Schaut euch das mal an. Und man muss was gegen den politischen Islam haben. Man muss ja nicht mal sagen gegen den Islam. Man kann ja sagen gegen den politischen Islam. Sodass du nicht von dieser Mainstream-Breitenmasse dann kritisiert wirst. Das ist ja so krank. Du erleidest also den sozialen Tod, diese Influencer erleiden würden dann den sozialen Tod erleiden, wenn sie sagen würden, das hat mit dem Islam zu tun. Und man muss in die islamischen Schriften reingucken, um zu schauen, woher dieser Afghane seine Legitimation hernimmt. Die meisten machen es aber nicht, weil sie politisch korrekt bleiben wollen. Geht es um Rechts, um so rechte Gesinnung, dann ist man empört. Geht es aber genauso um diese rechte islamische Gesinnung, dann ist es kein Problem. Dann kehrt man das unter dem Teppich. Unter dem Teppich. Obwohl sie eines Tages selber dran sind und darüber reden sollten. Versteht ihr? Nur weil sie jetzt das Ganze nicht thematisieren oder darüber sprechen, heißt das nicht, dass der Islam Halt macht vor diesen Influencern. Ja, wie diese eine Lola da hieß, hier mit diesem Fitness-Blödsinn-Haufen da. Das ist das schrecklichste Video, was ich jemals gesehen habe. Und dann siehst du überall in den ganzen Medien Menschen sterben. Der wurde schon wieder erschossen. Da ist M-E-S-S-E-R in einen reingehämmert worden. Das macht sie natürlich nicht traurig. Das macht sie nicht traurig, dass Menschen verhungern, Hungersleid auf der Erde ist. Dass die mexikanischen Drogenkartelle alle Zivilisten dort ausschalten wollen, die Polizei anging und so. Das macht sie nicht traurig. Das macht sie traurig, wenn zehn besoffene Deutsche irgendeinen Drecks-Meme-Song nachsingen. Das macht sie traurig. Und da müssen alle Namen veröffentlicht werden. Arbeitsplatz, Wohnort, Straße, Hausnummer, Verwandte, Freunde. Das ist so krank. Das ist einfach so krank. Und den Täter von Mannheim haben sie verpixelt. Den Täter von Mannheim haben sie verpixelt, Leute. Man muss seine, man muss seine, seine Privatsphäre, oder wie nennt man das hier? Seine, äh, sagen wir mal schnell. Ja, ihr wisst, was ich meine. Man muss die bewahren. Seine Identität und seine, ja. Persönlichkeitsrechte, genau, da ist das, Persönlichkeitsrechte. Sehr gut, danke. Ich wurde wieder mal gebärbockt. Gebärbockt. Man muss doch seine Persönlichkeitsrechte bewahren. Ja, was ist denn mit den Menschen, die diesen blöden Song gesungen haben? Hätte man da auch nicht ihre Persönlichkeitsrechte bewahren sollen? Ihr Leben ist ruiniert worden. Weil die einen blöden Song unter dem besoffenen Kopf gesungen haben. Meinst du, die hätten das irgendwie, aber mich wundert das auch, dass man bei so einer, äh, Vergangenheit, ähm, dann so ein Video auch ins Netz stellt, als wäre das total, äh, so gewollt. Versteht ihr? Als hat diese ganze Sache so eine Inszenierung. Kein normaler, kein normaler Mensch würde einfach, äh, so einen Song irgendwie hochladen. Das ist doch Quatsch. Man weiß doch, dass das viral geht und die Leute sich dann darüber aufregen und so. Das hat also, irgendjemand hatte einen Plan darauf, ne? Ja, genau, Ablenkung, irgendwas stimmt hier nicht. Das ist so krank. Das ist einfach so krank. Kein vernünftig, normaler, normal, rational denkender Mensch würde sich doch so aufregen und ihre, ihre Leben dadurch fändigt. Das ist doch Quatsch. Das ist doch Blödsinn. Aber dass alle, auf einmal diese ganzen Satans-Influencer sich darauf stürzen, habt ihr gesehen, diese Ultrasatanisten mit Millionen von Abonnenten und sowas, die ständig diese blöde Ein-Auge-Gesten und sowas waren. Die sind natürlich sofort parat, weil das System dann in den Sack reagiert da drauf und damit alle aufregsam werden. Ja, genau, und im Hintergrund läuft die eigentliche Katastrophe noch ab. Ich würde es nicht wundern, dass auf einmal jetzt schon wieder irgendeine Moschee demnächst unter solchen Angriffe erleiden muss. Irgendeine Moschee, die auf einmal Akt von so einem Wahnsinn wird gespielt, damit weiter die Wut und Hass in dieser Gesellschaft weiterhin kocht. Merkt ihr, was hier abgeht? Ja, mich würde es nicht wundern, wenn auf einmal wieder so ein Hanau passiert. Habt ihr gesehen, wie was für Ungereimtheiten sich in Hanau gebildet haben? Dass die eine Fraktion, die da teilgenommen hat, gesagt hat, das war gar nicht dieser Typ, den wir dort gesehen haben. Das war irgendjemand anderes. Aber das, was die Medien uns da präsentieren, das war der Typ ja gar nicht. Heftig, nur das wurde wieder unter den Teppich gekehrt. Absolut krass. Ja, da sehen wir mal, was hier abgeht in dieser Gesellschaft. Selbst im türkischen Fernsehen ist das ja damals gelandet. Wisst ihr noch, wo ein Augenzeuge für das türkische Fernsehen gesagt hat, ich war ein Augenzeuge, ich habe gesehen, das war gar nicht dieser Mann. Die haben den Falschen da irgendwie in die Medien gerückt. Heftig. Ja, mich würde das nicht wundern, wenn es jetzt zu einem nächsten Hanau kommt oder irgendeine Moschee da jetzt dran sein wird und sowas. Heftig. Und so geht es weiter. Immer dieser Ping-Pong-Ball, der hin und her gespielt wird. Heftig. Dass der Islam im Kern brutal ist, das brauche ich ja niemand von uns sagen. Die islamischen Schriften sind da, der Koran ist da, die Ausleger des Islams sind da. Ja, man kann sich ja bedienen. Man kann ja, die ganzen Internetseiten der Muslime sind ja offen. Sie geben es ja offen zu, was sie hier vorhaben in Deutschland und Europa. Hören wir mal weiter. Tage lang kein anderes Thema. Niemand ist doch zu Schaden gekommen. Schlimm genug, aber keiner wurde auch nur verletzt. Hier haben wir es mit einem brutalen Tatgeschehen zu tun, mit insgesamt sechs Verletzten, nicht mal Stürzenberger, auch fünf, aus seiner Partei oder der Partei nahe stehen, plus ein Polizeibeamter, der lebensgefährlich verletzt wurde. Ich kann von dem Öffentlichen aufschreiben, den ich in den letzten Tagen vernommen habe, in der Kausa Asyl, kann ich im Moment nichts und noch nichts merken. Ich war vor wenigen Tagen in einer Fernsehsendung mit Zaira Atisch, die schon seit langer, langer Zeit massiven Polizeischutz bekommt, Personenschutz, weil sie eben mit Morddrohungen konfrontiert wird. Mehr als einmal seit langer Zeit. Wer regt sich darüber auf? Wer sagt, so geht das nicht weiter? Wir entfernen uns als Politik meilenweit von dem, was 80, 90 Prozent der Bevölkerung für richtig, für notwendig halten. Wir reden keine Klappe, wir eiern herum, wir relativieren, wir tabuisieren, weil wir Angst haben, wenn wir die Dinge bei Namen nennen, sind wir rechts. Das ist das. Das lassen Sie mich glauben. Genau. Das ist das Problem, die Deutschen in die Ecke zu dringen und sagen, ihr seid alle rechts, wenn ihr irgendwas gegen Islam sagt. Was für eine Waffe, ne? Oder wenn ihr das beanstandet, was hier gerade, was für Zustände das ist. Heftig, ne? Heftig, das heißt, wenn du die Zustände ansprichst, dann bist du rechts. Das ist so krank. Geht mal eure Schule, mach nicht. Die sind da live im Klassenraum, anstatt dem Lehrer zuhören oder was und ihre Zukunft da einigermaßen... Ich glaube nicht. Das haben wir Menschen nicht gefallen. Dankeschön, Herr Bosbach. Danke Ihnen. Ja genau, viele Menschen in diesem Land wollen sich das nicht mehr bieten. Ich glaube, nach dieser Tat hat AfD nochmal die ultraheftigste Zulauf bekommen, ne? Ich glaube, die sind schon wieder so gestiegen, die AfD, ne? Alles läuft nach Plan, das ist so krass. Das ist heftig, das ist einfach mal heftig. Ich konnte sägen, Bruder, Amit. Warte sägen, Bruder, Toni. Ja, ich wollte nur ein, zwei Sachen sagen. Ich hatte gestern Abend durch eine YouTube-Empfehlung, bin ich an diesem Livestream gelandet, wo ja auch die ganzen Betroffenen ja mit im Livestream waren. Und die haben da natürlich, also das gesamte Video von Anfang bis zum Ende, was ja einer von dem Stand da quasi automatisch gefilmt hat, wäre das Ganze nicht passiert, hätte einfach nur die Kundgebung gefilmt. Deswegen, als die Moderatorin von mir meinte, ob das so geplant ist, dass das so minutiös gefilmt wurde, nein, natürlich nicht. Weißt du, was ich meine? Derjenige, derjenige, der das gefilmt hat, gehört ja mit zum Team. Und dann hat er halt natürlich die Kamera oder das Handy halt weiterlaufen lassen. Aber auf jeden Fall, was heftig ist in dem Video, wenn man das gesamte Video betrachtet, wie fast 20 Polizisten da stehen, noch zwei, die überhaupt nichts damit zu tun haben, eingreifen, auch was abbekommen in den Beinen und, und, und. Und durch diese Hektik wurde ja erstmal ein Falscher vom Täter runtergezogen. Ja, das war ja dieser Polizist, dieser Ruven, der jetzt sein Leben mehr vergeben hat, also verstorben ist. Er hat gedacht, dass der der Täter wäre. Ja. Hat einen Fallen Fehler gemacht, ne? Und, und wenn man das gesamte Video sieht, der schwenkt ja auch einmal nach rechts, da siehst du acht Polizisten stehen. Also ich möchte jetzt hier keine direkte Kritik, weil mal selber in dieser Situation zu sein, keiner weiß, wie man selber reagiert hätte. Aber gut, die sind in dem Sinne auch geschult. Bloß, was so heftig daran ist, dass, also, wie kann ich dir das erklären? Ja, das, wirklich, da standen ja auch die Polizeifahrzeuge, die sind ja nicht aus heiterem Himmel gekommen, die standen da ja auch. Und, äh, als, ähm, Schürzenberger da lag, es hat sich keiner um ihn gekümmert, man sieht das in dem Video, als der Schuss fiel, und der Junge ist ja sofort zu Boden gegangen, sind die sofort hin und haben Rettungs, äh, hier, lebensrettende Maßnahmen eingeleitet, also die Polizisten. Ja. Aber alle anderen, äh, lagen da einfach rum. Verstreut, wurden fixiert, auch die, die was abbekommen hatten, wurden fixiert, weil kann ja sein, dass alle unter einer Decke stehen. Und, ähm, äh, dieser Ruven ist aufgestanden, hat seinen, äh, Nacken gehalten und die wollten, äh, ständig, dass er sich hinsetzt. Du musst dir vorstellen, 15 Zentimeter hinten ins weiche Gewebe, zweimal, äh, also, der Teil ist ja auch, äh, ins Gehirn gegangen. Und, äh, das ist, äh, ja, heftig. Und das, äh, ja, medial, äh, ja, wie das so aufgearbeitet wird, ist eine Katastrophe. Wer trägt jetzt die Verantwortung für diesen Wahnsinn, ne? Das ist so krank. Wer trägt die Verantwortung für diese Tat? Und eine Sache noch, ich hatte, äh, so eine ganz alte, äh, Debatte mir nochmal angeschaut mit, äh, ich weiß nicht, ob, äh, Mariam Hübsch dir was sagt, die... Ja, natürlich kenne ich die, Mariam Hübsch. Egal. Ja, ihr... Das ist genau dieses Relativieren der Muslime, ne? Das hat mit Islam nichts zu tun, das sind irgendwelche Wahnsinnigen, aber einmal die islamischen Schriften aufzumachen, um zu sehen, ob das, was sie machen, islamisch ist oder unislamisch ist, also, wovon reden wir denn hier bitte? Obwohl ihr Vater ja kein Unbekannter ist, ne? Also, sie kommt jetzt, äh, aus dem Elternhaus, wo sie eigentlich jeden einzelnen Buchstaben kennen müsste. Ja, siehst du? Ja, und, äh, was heftig war, da, äh, ähm, wurde sie gefragt, ja, als, äh, die Karikatur von Mohammed mit, äh, anstelle eines Turbans war eine, äh, äh... Bombe. Bombe. Da sind, da meinte, äh, Abdel Samad, das war ein Flächenbrand weltweit. Da sind 150 Menschen ums Leben gekommen durch diese Aufruhr und Demonstrationen und wie kann das sein und, und, und. Und dann sagt sie, ähm, und weil, äh, äh, es ist ja schlimmer, den Propheten zu beleidigen als, äh, 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 Gott selber bei denen. Und dann sagt sie noch, ähm, ähm, ja, davon distanzieren wir uns, äh, äh, untern, äh, äh, Namen Mohammed, äh, sowas zu tun. Äh, ähm, ähm, wir sind auch, äh, äh, also, ne, dass sie dagegen demonstriert haben, dass angeblich, äh, äh, solche, äh, äh, also Aussetzer bei dem Muslim, ähm, ähm, diese ganzen Taten, die halt geschehen sind, weil da einer was gezeichnet hat und weiß, wie genial seine Antwort war. Er meinte, äh, und wieso distanzieren sich die Muslime nicht, äh, äh, bei der ISIS auf der Flagge Mohammed steht und echte Bomben auf echte Kinder, auf echte Frauen, auf echte Väter fallen? Ja, genau, richtig. Ich muss mal ein paar Sachen jetzt erledigen. Na gut, na gut, alles klar, bis dann. Ja, das ist heftig, ey. So, ich bin wieder da. Ah, ja. Dankeschön, Daniel. Dankeschön, ihr Lieben. Ich muss immer wieder, immer wieder, wenn ich hier rausgehe, muss ich immer wieder so denken, so Wahnsinn, das hätte jeden von uns treffen können. Egal, wo wir auf einmal lang gehen, es könnte unser letzter, letzter Tag sein dann. Und, äh, wir sind dann, ja, wir sind dann nicht mehr hier auf der Erde. Aber deswegen tröstet uns der Apostel Paulus mit den Worten, ne? Christus ist mein Leben und Sterben ist ein Gewinn. Christen gehen nach Hause, sie sterben nicht. Amen. Und weit durch den, der uns gelebt hat und sich selbst für uns dahin gegeben hat. Ja, das macht also einen sehr nachdenklich, traurig auch. Und nimmt einen mit. Obwohl man den, äh, diesen Polizisten nicht kennt, man versetzt sich dann in die Lage rein, der, der Familie und der Angehörigen, des, des verstorbenen Polizisten, ne? Oh, wisst ihr, was das Heftige ist? Jetzt geben die sogar noch Michael Stülzenberger die Schuld. Jetzt gehen die noch Michael Stülzenberger die Schuld, dass, äh, er trägt eine Mitschuld, dass der Polizist tot ist. Schau dir das mal an. Wie verrückt diese Leute in dieser Gesellschaft sind. Wie kaputt und fertig sind. Als kann der was dafür, wenn er mit den Muslimen ins Gespräch treten will und da über den, über die, äh, Bestandteile des Islams aufklärt. Guck dir das mal an. Geht er mit einem M-E-S-S-E-R durch die Straßen und, ähm, haut das in die Leute rein, die nicht mit seiner politischen Gesinnung einverstanden sind? Was ist das denn bitte? Was für ein Billo, äh, was für ein Müllhaufen diese Leute da von sich geben. Ja, er trägt eine Teilschuld, er trägt eine Mitschuld. Wahnsinn. Was für eine Mitschuld, Mann. Das heißt nur, weil er die Meinungsfreiheit, äh, nutzt in diesem Land, der, äh, der, äh, ihm das ja gewährt und über die, äh, brutalen Bestandteile des Islams aufklärt und dann auch noch Recht bekommt aufgrund dieser Tat des Moslems. Das ist ja nur das, das Verrückte und Kuriose da dran. Er sagt die ganze Zeit, ey Leute, der Islam ist gefährlich und die Anhänger, und dann, wodurch wird er bestätigt, genau von einem Muslim, der sagt, ja, du hast Recht, unsere Religion ist so. Boom! Ach, so heftig. So krass. Also man klärt über die brutalen Bestandteile auf, ruft die Bevölkerung dazu auf, sich kritisch damit auseinanderzusetzen. Was passiert? Muslime reagieren genauso wie Michael Stürzenberger, das die ganze Zeit sagt, dass die so sind. Egal, wie du sie mit Samtan schon anfasst oder, äh, hier und da, äh, normal redest oder was auch immer. Das ist denen egal. Sobald du Allah, Mohammed und Islam in den Mund nimmst, da regen die sich schon drüber auf. Da kannst du, da kannst du noch so toll, äh, reden und, äh, ganz, mit einer ganz gediegenen Stimme reden und, äh, doch sagen, Och, bitte, ihr lieben Muslime, ihr wisst doch, dass in eurer Religion sowas sich befindet. Stell dir das mal vor. Selbst dann sagt er, komm her, na, kein Therapie. Was redest du da? Selbst wenn du mit Engelszunge kommst, Och, mein lieber Muslim, äh, ich bitte dich doch einmal, dich doch mal kritisch damit auseinanderzusetzen. Du siehst doch, was Mohammed in seinem Leben getan hat, mein lieber Muslim. Sagst du, was? Komm her, na, kein Therapie. Mohammed hat alles richtig gemacht. Heftig, ne? Das ist ja das Kranke, das ist ja das Kranke. Ich verstehe auch gar nicht diese Antifa-Leute. Kann mir aber bitte einer erklären, warum die, äh, diese Antifa-Leute, auf einmal so Proteste dagegen machen, dass man sich so darum kümmern will, gegen diese Bestandteile des Islams und alles Mögliche. Die sind doch die Ersten, die auch genauso dran sind wie alle anderen. Ich verstehe das nicht. W-w-was ist denn da los bei den Leuten, Mann? Als wären die wirklich wie ferngesteuert, Mann. Wie ferngesteuert. Als hätte irgendjemand den Leuten einen Chip ins Gehirn reingepflanzt und jemand ist mit der Fernbedienung vom Weiten und sagt, ja, genau so habt ihr zu reagieren. Äh, bloß nicht hinterfragen. Äh, bloß nicht den Leuten zuhören, die euch, äh, die euch die Wahrheit sagen wollen. Das ist, das ist krank. Das ist krank. Da gab's so viele Bilder, wie, wie diese, wie diese, äh, schwarz vermutten Antifa-Leute mit so Hammer durch die Gegend laufen, um, um in die Leute reinzuschlagen, die eine andere Gesinnung, also eine andere politische Auffassung haben wie die. Das ist so krank. Und da kümmert sich nicht Deutschland darum, ne? Da kümmert sich Deutschland nicht darum. Und dann sagen die, na, das ist schon in Ordnung, das ist in Ordnung. Legen ganz, äh, äh, Berlin, Hamburg, äh, fast in Schutt und Asche, demolieren Autos und sowas. Die werden nicht in, in die Kategorie, äh, von, von so Terroristen gesteckt oder wie oder was. Das sind dann Freiheitskämpfe oder wie nennt man sowas. Also ich kann losziehen in Deutschland und, äh, einfach so, äh, Nazi raus, Nazi raus, Nazi raus und dann dabei auch die Autos und alles demolieren oder wie funktioniert sowas. Und dann bin ich ein Held hier in Deutschland oder was. Kann man mal bitte einer diese, diese Logik erklären? Also man ist ein Held und man wird gefeiert, wenn man Nazi raus, Nazi raus schreit und dann auch gewalttätig gegenüber dann anderen ist oder wie. Dann ist man ein Held. Was ist denn bloß los mit den Leuten? Ich verstehe das nicht. Damals, als ich noch nicht im Glauben war und das erste Mal bei, äh, doch, ich glaube, ich war schon da im Glauben. Ja genau, da war ich schon im Glauben. 2014 war das. Da war ich in Köln bei Michael Stürzenberger auf seiner Kundgebung. Und dann habe ich versucht, als ehemaliger Muslim dann mit diesen ganzen Antifa-Leuten und den Leuten, die sich dann immer platzieren, mit ihnen zu reden darüber, dass das, was sie machen, nicht in Ordnung ist, dagegen zu protestieren. Sie müssen eigentlich dort stehen, wo Michael Stürzenberger steht und mit ihm die Aufklärung machen. Und dann habe ich mit den Leuten so geredet, habe ich denen so das gezeigt, was der Mohammed so in seinem Leben getan hat und dass er dazu aufruft, ihr euch alle so knackig zu therapieren aufgrund eures Unglaubens. Und dann haben die das gesehen, da ist ihr Gesicht blass geworden und dann habe ich gesagt, siehst du, ihr seid auch alle dran eines Tages. Auf einmal, wie, äh, wie ein Schnipsen, als hätte jemand geschnipst, sind die Leute wieder zurückgegangen und haben direkt wieder weiter mit ihrer Parole gemacht. Äh, äh, Nazi, raus, na, so, das war so krank. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, ich habe euch das doch gerade eben erklärt. Ihr habt das doch gesehen, ihr habt das doch verstanden. Und dann, wie, wie, als wäre ein Geist in den wieder reingegangen und, und sofort wieder, Anna, Nazi, Nazi, Hetzel, Hetzel, das war krank, Leute. Ich dachte, ich gucke nicht mehr richtig, wirklich, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe euch das doch gerade eben gezeigt. Die waren, die waren so total blass, sehen die das aus den islamischen Schriften? Und dann gehen die wieder so zurück mit ihren Schildern und dann schreien die Nazis raus. Ja, das ist doch krank. Wahnsinn, ey. Ich dachte, ich habe mir nur an den Kopf gefallen. Ich habe euch das doch gerade eben erklärt. Und dann haben die mich so übertönt. Dann haben die mich übertönt, sie, Nazis, raus, Hetzel, Mediale, irgendwie so ein Blödsinn. Und diese ganze komische Zeugs, das sie da rumbrettern, da in ihre Parolen, da. Ich höre nicht mehr richtig. Was ist das denn bitte? Hat da jemand den Knopf bei denen gedrückt? Wieso Marionetten auf einmal wieder zurück auf ihre Position und los geht's weiter schreien? Hä? Hä? What the heck? Oh, Jesus Christus, steh uns bei. Oh, mein Herr, mein Gott. Und ich bitte dich auch für diese Antifa-Leute, dass du ihre Augen öffnest, Herr Jesus Christus. Dass sie ein wenig ihren Blickwinkel ändern, Herr. Dass sie ihr geistliches Auge zurückbekommen und die Dinge sehen, wie sie wirklich sehen. Und nicht einfach verbohrt und verbissen an ihrer sinnlosen Ideologie festhalten, Herr. Sondern, dass sie zu dir finden, Herr Jesus Christus, und auch gerettet werden. Amen. Amen. Und dann bitte, Herr Jesus Christus, euch alle segnen, öden und beschützen. Das ist traurig, ne? Man redet mit den Leuten, sie haben's begriffen, ihre Kinnlade ist runtergegangen. Auf einmal, äh, als hätten die, als hätten die alle einen Knopfdruck begonnen. Sofort sind die wieder auf ihre Position gegangen. Das war für mich unvorstellbar. Ich dachte, was ist das? Sind das Roboter, oder was ist das? Unglaublich. Dankeschön. Ja, ich weiß nicht, was soll man dazu sagen? Keine Ahnung. Ist das gesteuert? Ist das eine Agenda, die dahinter steckt? Ja, bestimmt, ne? Absolut. 60 Euro bekommt jeder Teilnehmer. Ah, okay. 60 Euro und dann noch Catering Service, ne? 60 Euro und Catering Service. Ja, da werden sogar bezahlte Hetzer damals. Habt ihr noch gesehen, wo viele, äh, Menschen einen sehr, sehr scharfsinnigen Blick hatten und alles beobachtet haben und immer aufgenommen haben mit den Kameras und auch die Polizei da irgendwelche, ähm, sogenannten, ähm, Leute da eingeschleust haben, um Druck zu machen und Welle zu machen, um das Ganze dann dementsprechend durch die Polizei dann aufzulösen. Aber dass von ihnen gestellt wurde, das ist auch krank. Habt ihr solche Fälle auch mitbekommen, ne? Wo die Bevölkerung sehr aufmerksam war und das gesehen hat, dass das, dass das so bezahlte Provokateure darunter waren, Wahnsinn, in was für einer Gesellschaft wir angekommen sind, nur um die Corona-Proteste, ähm, äh, so zu demolieren und kaputt zu machen. Aber es ist auch traurig zu sehen, wie die, wie die Polizei da in die Leute reingehämmert haben, die genau verstanden haben, was der Corona, dieser sogenannte Coronavirus da ist und dass das alles nicht mit rechten Dingen zugeht, dass das Grundgesetz ausgehebelt wurde und das ist ja unmöglich, sowas. Für was? Für ein, für ein Virus, dessen Sterblichkeitsrate, ähm, 0,001% ist oder wie oder was? Und da legt man ein ganzes, äh, ein ganzes Land lahm oder was? Ja, viele, viele Leute sind aufgewacht und haben sich gedacht, nee, 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 hier stimmt etwas nicht. Und immer mehr Leute sind aufgewacht und haben gesagt, aha, ich glaube, das wird dafür genutzt, um etwas ganz anderes durchzusetzen und dann kam auf einmal diese Impfung da und dann wurden die anderen stigmatisiert, die sich nicht impfen lassen wollten und heute wissen wir ja, dass, äh, dass das alles ja Quatsch war, einfach übertrieben, die Menschen sich mit irgendwas geimpft haben, was die gar nicht wissen, was das da war, was die in ihren Körper reingehauen haben. Für eine Bratwurst, für eine Bratwurst, Leute, seine Gesundheit und sein Leben aufs Spiel zu setzen, für eine Bratwurst und Döner. Absolut krank. Absolut krank. In sechs Monaten durchentwickelt, nach ein paar Monaten auf den Markt gebracht und nach wieder ein paar Monaten in die Leute initiiert. und zwar millionenfach. Was haben diese Menschen gemacht, die sich nicht... Nein, manche müssen passen. So, da bin ich wieder. Wo war ich stehen geblieben, ihr Lieben? Mal gucken, wer mir zugehört hat. Warum sagst du sowas? Warum sagst du Punkt, Punkt, so? Warum? Was hast du denn davon? Was hast du denn davon, wenn du sowas sagst? Mein Lieber, wenn du hier reinkommst und diese Sachen sagst, was hast du denn davon? Du schadest doch nur deiner Seele damit. Ja, auf jeden Fall habt ihr dann ja gesehen, dass diese Leute sich haben Massen impfen lassen. Aufgrund des medialen Drucks und jeden stigmatisiert und jeden Kritiker mundtot gemacht, der eine eigene Meinung sich gebildet hat über das Ganze und hat gesagt, ich möchte gerne über meinen eigenen Körper verfügen und wir wissen auch noch gar nicht, wie das wirkt und alles mögliche. Und dann siehst du auf einmal ZDF, wie die das so zugeben und sagen, ja wir impfen jetzt und schauen dann, wie das Ganze wirkt. Ja, wenn man sowas hört, ja was ist das denn bitte? Meinst du, da möchte ich mich als Versuchskaninchen hergeben oder was? Und dann, wenn man sagt, ich habe Angst oder beziehungsweise ich habe Bedenken, mir so ein Zeugs in den Körper reinzuspritzen, wovon wir dann auch überhaupt noch gar keine Ahnung haben, was für Auswirkungen das ja mit sich bringt. Und dann siehst du auf einmal, wie die Menschen durch Herzinfarkte so umgekommen sind. Blutgerinnungen, Herzinfarkte, alles, die Leute, mir kam das so vor, als wären die Leute wie Fliegen weggeklatscht worden. Da, plötzlich, plötzlich verstorben, kennt ihr noch den Hashtag? Plötzlich verstorben, plötzlich entrissen, irgendwie sowas, ne? Unglaublich, wie viele Leute ihr Leben aufgrund dieses Drecks geben mussten, ne? Die wurden gezwungen, sie wurden beleidigt, wenn man nicht mitmacht und sowas, ne? Ja, genau, siehst du, hier zum Beispiel Kexolina, der Arbeitgeber macht auf den Arbeitnehmer so einen extremen Druck, dass man sich denkt, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich verliere meinen Job, ich habe Rechnungen zu bezahlen und das war's. Viele Menschen hatten dann Rechnungen zu bezahlen und die wollten natürlich ihren Arbeitsplatz nicht verlieren und haben denen dann mitgemacht, ne? So traurig. Wo man den Menschen hintreibt in dieser Gesellschaft ist so wahnsinnig. Ja, es ist einfach beschämend, ne? Dass der Mensch bereit ist, einen anderen Menschen zu Handlungen zu drängen, die so gefährlich sind, dass es geht dir unter keiner Kuhhaut, ne? Du, du bringst also, weil du selber dieses Zeugs in dich reingepumpt hast und dir jetzt nichts passiert ist, möchtest du, dass andere jetzt auch dieses Zeugs in sich hineinpumpen und genau diesen Müll mitmachen oder was? Unglaublich, unglaublich. Ja genau, schau mal, wer WHO finanziert, genau. Ja, das war ja allen klar, alle, die ja an den Demonstrationen teilgenommen haben, wussten ja ganz genau, warum die Elite ja das nutzt, um diesen Impfstoff da an den Mann zu bringen. Nein, ich bin nicht King. Der Herr Jesus Christus ist der König, der Könige und Herr aller Herren. Ich bin sein kleiner Diener. Ich bin sein kleiner Diener, genau wie ihr die Diener des Herrn seid. Wir sind seine geliebten Diener, die alles geben, um Menschen sehnen zu erreichen, damit sie die Botschaft des Herrn hören und gerettet werden. Jesus ist King. Jesus ist King. The Lord of Lords. Wir wollen, dass Jesus wieder zurückkommt. Ja, wer will das denn nicht? Armin muss neue Bundeskanzler werden. Der hat mehr Verstand. Gesamte Bundestag. Ja, ich könnte echt so ein AfD-Politiker sein, so als könnte ich so in den Bundestag gehen und dort dann auf den Tisch hauen, unter der Führung der AfD oder was. Das ist heftig, aber ich habe nichts mit Politik zu tun. Ich möchte, dass die Menschen die Botschaft des Herrn Jesus Christus hören und ordne mich dann, wenn die AfD dann eines Tages über mich gesetzt ist oder meine Obrigkeit ist, dann ordne ich mich der Obrigkeit unter. Ich werde aber nicht selber zur Obrigkeit. Aber ich verstehe die Menschen um ihre Sorge, die Sorge der Menschen bezüglich der derzeitigen Lage, dass sie sich dann beispielsweise der AfD zuwenden und so. Ist doch klar, ist das verständlich. Da braucht man den Menschen doch überhaupt keinen Vorwurf zu machen. Die haben Angst, sie möchten, dass irgendjemand sich darum kümmert. Ja, wofür sind denn die Politiker da in diesem Land? Um sich genau diese Probleme anzunehmen und Gesetz zu erlassen, damit man in Ruhe und Vernunft hier leben kann. Meinst du, mit so einem blöden Schild Waffenverbotszone ist es geregelt, was diese gute Frau Nancy Faeser da macht? Waffenverbotszone. Als würde ein Muslim sagen, oh, da steht Waffenverbotszone. Ich muss jetzt sofort mein M-E-S-S-E-R mal wegschmeißen oder wegpacken. Das ist so ein lächer Lüge. Als würden irgendwelche Plakate und Schilder die Leute davon abhalten, ihre Weapons mitzunehmen. Das kannst du keiner mehr sehen. Genau wie damals, als es losfing mit den Nafris und Silvesternacht, als die Frauen vergehen. Ihr wisst das schon, dieser Wahnsinn. Da kommt eine Politiker auf den Gedanken, ein Video zu drehen, wie sie den Frauen empfiehlt, zu den Leuten zu sagen, halt, stopp, eine Armlänge. Als würden die Muslimen oder diese Nordafrikaner sagen, oh, diese Frau hat gesagt, eine Armlänge. Jetzt muss ich eine Armlänge, äh, hier, Abstand halten von ihr. Das kannst du keinem erzählen, was hier los ist. Das kannst du keinem erzählen, was diese Leute hier machen. Eine Armlänge Abstand halten. Ich rufe die Polizei. Da gab es sogar so Memes, die sagen, so Leute, nee, das war nicht Memes, ich glaube, das war sogar ernst. Die haben so einen, die haben so einen Hula-Hoop-Reifen genommen, mit so, so, wie so eine Weste, als könntest du sie anziehen, wie so eine Weste, da hast du so 1,5 Kilometer, 1,5 Meter Radius gehabt, innerhalb dieses Hula-Hoop-Reifens. Da kannst du aber weit tanzen. Die Muslime sind davon sehr abgeschreckt, dass du dann so einen Hula-Hoop-Reifen hast, die kommen dann nicht auf den Gedanken, dann erst recht den Hula-Hoop-Reifen auch von deinem Körper zu reißen und dann dementsprechend dich dann, äh, es ist einfach nur noch traurig. Ich weiß nicht, ich könnte nur weinen, weinen über den Zustand. Weinen über den Zustand mancher Menschen hier in diesem Land. Ich könnte nur weinen, weißt du, wisst ihr. Aber wir müssen das Ganze ja irgendwie, wie willst du das denn aushalten? Dann willst du die ganze Zeit weinen, wir müssen das irgendwie ja mit Humor nehmen. Dass diese Leute das auch noch ernst meinen, das kommt noch dazu. Man denkt so, okay, man hat schon alles gesehen, das ist eventuell Satire oder was auch immer und dann wird man eines Wissens im Bild und diese Leute meinen das knallhart ernst. Das müsst ihr euch mal geben. Knallhart ernst, Halt, Stopp, 1,5 Meter Abstand halten, Sicherheitsabstand halten. Auch damals bei dieser Corona-Sache wieder. Wenn du zum Beispiel in so Bürokomplexe reingekommen bist oder in irgendwo, da hast du die Leute, die hatten dann einfach so ein Plexiglas davor. Aber alles drumherum ist alles offen. Da denkt man sich, wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Ich bin mit euch in einem Raum. Und dann wollt ihr mir sagen, dass die Viren, die ich ja gerade am sprechen bin, nicht einfach so im Raum rumschwirren, sondern dieser Plexiglas, das aufhält und die Leute machen diesen Unsinn noch mit? Und dann hast du andere gesehen, wie sie andere im Supermarkt ausgeschlossen haben und sie sogar verhungern lassen würden, wenn sie nicht die Maske anziehen. Wisst ihr noch, ich werde das nicht vergessen. Hattest du die Maske nicht an, wurdest du so demoliert von der Gesellschaft, ne? Und was meinst du, wie die Leute sich so kaputt gelacht haben über diese Leute, die das alles ja mitmachen? Da ist ja das krank. Wann war es? 2020 ging es los, ne? Vor vier Jahren, Leute. Alle haben es wieder vergessen, weil man wieder durch andere Themen abgelenkt wird. Aber ich werde das niemals vergessen, wie manche Menschen mit anderen Menschen umgegangen sind. Wie die Bilder rumgegangen sind, wie eine Oma vor leeren Regalen stand, weil die Gesellschaft Ellbogen ausgefahren hat. Und auf einmal anfing, acht Millionen Packungen Toilettenpapier zu kaufen. Die Welt geht unter und man kauft acht Millionen Packungen Toilettenpapier. Da gab es so heftige Videos, ganze Einkaufswagen voll gemacht mit Toilettenpapier. Ich werde das niemals vergessen, niemals, was hier abging. Wie die Polizei Menschen verfolgt hat im Park, sind die mit Sirene durch den Park gefahren, weil Leute sich auf die Parkbank gesetzt haben. Wisst ihr das noch? Die haben sich auf eine Parkbank gesetzt. Das war schon viel zu viel. Aber die Drogendiener im Görlitzer Park, das ist natürlich kein Problem. Da gibt es so ein Video, wie ein Kriminalpolizist so einen afrikanischen Drogenhändler dann so erwischt. Und dann sagt er, du hast mich rassistisch beleidigt. Da sagt der Polizei, wir können nichts gegen die tun. Sie werden uns dann irgendwie versuchen, Rassismus so vorzuwerfen. Und dann werden wir sogar noch unseren Job los. Das ist das Kranke. Ja, das war ein Bankräuber. Ja, genau, wie fühlt sich das? Die Leute, die hier fährt. Das war ein Bankräuber, genau. Ja, sehr gut, genau. Gut, er kann scharfsinnig, sehr scharfsinnig. Unglaublich, wie die mit voller Härte gegen so alte Leute vorgegangen sind. Das waren so schlimme Bilder, die rumgegangen sind. Die haben in alte Menschen reingeprügelt. Das ist so krass gewesen. In alte Menschen, die wehrlos waren. Ja, das hat mich auch fix und fertig gemacht. Dass man so mit der Bevölkerung umgeht. Niedergeknüppelt wurden die Demonstrationen. Ich wünschte, man hätte genauso mit der Härte gegen diese Kalifat-Demo, wäre man vorgegangen. Aber weil diese Leute etwas stärker sind und gewaltbereiter sind, hat die Polizei sich leider nicht getraut, etwas mehr Härte an den Tag zu legen. Es sind ja keine Deutschen, die gewaltlos dort stehen, um für ihre Rechte zu protestieren. Nein, das sind gewaltbereite Menschen, die ihre Ideologie am liebsten mit Gewalt durchsetzen wollen und lautstark nach einem Kalifat schreien für die islamische Welt. Das müsst ihr euch mal geben. Auch wenn sie nicht gesagt haben, wir fordern einen Kalifat für Deutschland. Die Gesinnung ist in den Menschen drin. Sie wollen am liebsten Deutschland islamisieren und die Gesetze hier verändern. Jeder muss es, das ist doch klar. Da brauchst du noch nicht mal, da brauchst du, kannst du eins zusammenziehen, da brauchst du nicht einen gehirngewaschenen Pia Vogel, der einen Livestream abhält und von allen demoliert wird in den Kommentarbereichen. Habt ihr gesehen, was für einen Shitstorm der abbekommen hat? Am liebsten hätte die Menschen sich gewünscht, dass Pia Vogel das mal abbekommt. Heftig, ne? Habt ihr das gesehen? Ja, war mal kurz da drin, hab ich mir das mal angeguckt. Da hab ich mir wieder seine gehirngewaschene Show mal wieder angeguckt. Der selber stellt sich schon wieder in die Opferrolle rein, die Muslime genauso, aber es sagt den Leuten nicht, dass, ja, die fordern Scharia für Deutschland. Sie möchten islamisches Recht hier haben in Deutschland. Ja. Was ist denn dann damit? Die Menschen wollen islamisches Recht nicht hier in Deutschland haben. Sie wollen in Frieden, Freiheit und Gleichberechtigung leben und nicht unter dem schlimmsten Gesetz, was ihr Gerechtigkeit Gottes nennt. Na, bitteschön, da kannst du deine Gerechtigkeit für dich behalten, mein Lieber. Wenn das Gerechtigkeit sein soll, indem man dann unter der Scharia Andersgläubige ultra bösartig behandelt und aus ihnen Wimmis macht, ja, wenn das für dich Gerechtigkeit ist, dann lass mich mal bitte einmal diese Gerechtigkeit an dir und deiner Familie praktizieren. Du hältst das Gesetz, ja Allah ist ja wundervoll. Dann lass uns den Spieß mal umdrehen. Lass uns genau das dir und deiner Familie antun, was du für gerecht hältst. Und dann mal gucken, ob du noch mal sagst, Islam ist wunderschön. Abartige, abartige Doppelmoral, abartige Doppelmoral. Gott sei Dank, sagte der Jesus Christus, wisse, dass Ungerechte niemals das Reich Gottes erben werden. Danke, Herr. Danke, Herr, für deine wundervollen Worte. Diese Menschen sind so ungerecht, ne? Ungerechte Menschen. Bösartig, bösartig. Komm mit einem bösartigen Kult nach Deutschland, wo Deutschland ihnen alles bietet, wo sie zur Uni gehen können, ein normales, respektables Leben führen können, aus ihnen etwas werden kann. Da kommen sie hin und wollen diese Gesellschaft ins 6. Jahrhundert katapultieren. Das ist für mich so unvorstellbar, Leute, ne? Gehirn gewascht, ja, anders, ich weiß nicht. Hi, Bruder, grüß dich, alles klar? Ja, bei dir, Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, Bruder, dich auch. Ich bin auf Arbeit, dies, das, ne? Ich hab mir mal ein bisschen so, das Talk hier so ein bisschen reingezogen, ne? Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Bruder, guck mal, was da passiert ist, also dafür hat man keine Worte, das ist klar. Da braucht man gar nicht alle Mann hier mit 450 Leuten drüber diskutieren. Aber, guck mal, ich sage dir das so, wie es ist, dieser Michael Stürzenberger, ne? Dieser Mensch in Person, der ist ja, er ist ja, das ist jetzt meine Sicht, wie ich das sage, er ist aber für all dies, das ist das, was er schon immer erreichen wollte. Ich verfolge diesen Mann schon länger. Guck mal, ich, jetzt ohne, ohne mich jetzt zum Islam zu bekennen oder was auch immer, ne? Ganz unparteisch jetzt, Bruder, jetzt. Ich sage dir so, wie es ist, ich, ich kenne jedes Video von diesem Mann und so, so wie der, das, das könnt ihr, äh, keine Frage, es gibt auch Islam, Radikal-Islamisten, die Hass predigen. Aber dieser Michael Stürzenberger, der tut ja das, im Prinzip das Gleiche, was ein Radikal-Islamist auch tut, Hass predigen. Er verteilt Hetze. Aber sollte man hingehen und ihn in ein Messer nehmen? Sollte man hingehen und ihn auf keinen Fall, auf gar keinen Fall, Bruder, auf gar keinen Fall. Aber, wenn dir etwas nicht gefällt, dann musst du wegschauen und weggucken. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann geh ich dorthin, um mich, äh, dann darüber aufzuregen, dann gucke ich einfach weg und interessiert es gar nicht dafür. Aber dorthin zu gehen und den Mann aufgrund seiner Besorgnis gegenüber, der derzeitigen Lage, ihm auch noch recht zu geben, dass der Islam total gewalttätig ist, er hat mit allem dann recht gehabt. Du hast vollkommen recht. Schau dir das mal an, wie paradox. Er sagt, Islam ist gewalttätig. Wie reagieren Muslime? Mit Gewalt. Mit Gewalt. Ich kann nicht gegenargumentieren, weil du recht hast. Ich kann nicht gegenargumentieren, weil du recht hast. Guck mal, das Ding ist aber, dass dieser, warum ist das alles passiert? wir müssen ja mal da anfangen, warum ist das passiert? Weil dieser Michael Stürzenberger, du weißt doch, wie einige Islamisten, Bruder, diese Menschheit von heute, die heutige Gesellschaft, es gibt genug Leute, die nichts zu verlieren haben. Geh in die Türkei, geh nach Syrien, geh nach Irak, Bruder. Diese Menschen, die haben nichts zu verlieren. Verstehst du? Denen ist das egal, ob die im Knast landen. Die nehmen dein Leben, weil die nichts zu verlieren haben. Die sind sowieso hungrig. Im Knast geht es denen besser als in der Freiheit. Warum musst du als Michael Stürzenberger, als der größte Islamkritiker und Hetzer, warum musst du ausgerechnet es so weit bringen? Er wollte das doch. Er wollte genau, dass sowas passiert. Er wollte, dass andere verletzt werden und er selber verletzt wird. Was erzählst du denn da mal? Nein, guck mal, du verstehst mich falsch. Du verstehst mich falsch. Guck mal, kennst du Videos von diesem Mann? Hast du dir mal welche Videos reingezogen von dem? Ich kenne alle, ich kenne so gut wie alle Videos von Michael Stürzenberger. Okay, guck mal. Ich habe den Fall eben gesagt, wenn die Muslime das nicht gefällt, was er dort sagt, dann können sie ja mit ihm in einen Dialog treten und darüber besprechen. Die Muslime wissen, dass ihre Religion so ist. Sie möchten, dass jemand das thematisiert. Ja, ja. Verstehst du das? Das ist das Problem. Und genau so reagieren ja die Muslime. Das ist das. Die Muslime reagieren genauso, was Michael Stürzenberger ja anprangert. Dass man nicht vernünftig mit denen reden kann, dass man sie nicht aufdehren kann, dass man ihnen nicht ein wenig ihr geistliche Freiheit wieder zurückgeben kann. Verstehst du? Dass sie aufwachen und sagen, hör mal zu, der Islam ist im Kern ultragewalttätig, sogar im Kern faschistoid und duldet keine andere Religion neben sich. Du, ich und alle Andersgläubigen hier in diesem Land sind eines Tages dran, wenn die Muslime sich breit machen. Also darüber schon... Ja, schau mal, Bruder. Schau mal, Bruder. Wenn, guck mal, über Islam, über Islam jetzt ein Urteil zu finden oder irgendwie schlecht zu reden, ist eine Sache. Aber den Propheten von Millionen Islamisten oder Muslimen zu beleidigen, ist eine andere Sache. Er redet ja nicht schlecht nur über den Islam, Bruder Herz. Er beleidigt auch den Islam. Er beleidigt damit Millionen Menschen. Der kann auch keine aufrechtliche Diskussion führen, dieser Mann. Aber warum reagieren die Muslime denn mit Gewalt, auch wenn jemand beleidigt wird? Mein Gott, das ist ja Quatsch. Das ist doch keine Rechtsprechung, ein Messer zu nehmen, das in den Kopf und jemanden reinzuhaben. Das ist ja Wahnsinn, Mann. Du suchst eine irgendeine Rechtfertigung für diese Menschen, die dann aufgrund ihrer wahnsinnigen Texte dann handeln oder was? Nein, das ist ja die Situation des Islams. Du hast recht. Der Mohammed ist ja selber mit seinen Kritikern so umgegangen. Du hast recht, siehst du. Bruder, guck mal, ich suche keine Rechtfertigung. Ich möchte dir nur, ich möchte nur aufklären, dass dieser Mann, natürlich, du hast alles gesagt, ich brauche das nicht wiederholen, aber dieser Mann, der führt keine vernünftige Diskussion, der tut nicht mal vernünftig Hasspredigen. Der beleidigt Millionen Menschen. Der tut nicht mal vernünftig Hasspredigen. So, verstehst du, ich kann dir doch jetzt, guck mal, du nennst dich hier Ex-Muslim und du tust dir dein Content machen. Ist doch alles schön und gut. Weißt du, aber das gibt mir noch lange nicht das Recht, dich dafür zu beleidigen, oder? Ja, ich beleidige dich doch nicht. Ich mache doch selber auch... Ich rede ja von meiner Perspektive und ich rede ja über diesen Michael Stürzenberger. Das war doch vorab zu sehen, dass irgendwann so was passiert. Wir müssen uns eins klar sein, Hollywood, wir müssen uns eins klar machen. Egal, was Menschen hier an Kritik an irgendjemand äußern, es gibt niemanden das Recht, das Gesetz in die Hand zu nehmen und Selbstjustiz zu machen und den Leuten da ein Messer in den Kopf zu rammen. Das ist Wahnsinn, Mann. Egal, was der Michael Stürzenberger sagt. Wenn ihr das nicht gefällt, wenn ihr Muslime das nicht gefällt, dann müssen die wegschauen. Dann muss man das aushalten in einer offenen Gesellschaft. Da haben die nichts hier zu verloren. Verstehst du? Da hast du recht. Selbstverständlich wie Deutschland, wo Meinungsfreiheit herrscht, da musst du damit rechnen, dass die Leute dein Glauben kritisieren. Ansonsten wirst du des Landes verwiesen, wenn du nicht damit einverstanden bist. Verstehst du? Ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Aber wir müssen Kritik und Beleidigung unter... Du musst das unterscheiden. Selbst wenn mich jemand beleidigt, selbst wenn Angela Merkel wird hier beleidigt, reagieren die Menschen hier mit Gewalt oder was? Nein. Die Leute halten das sogar aus. Die Politiker werden von morgens bis abends beleidigt. Sie stehen da drüber. Verstehst du, was ich meine? Aber wenn auf einmal jemand den Islam so kritisiert und wirklich Bedenken hat, was der Islam hier vorhat, da reagieren die Muslime auf einmal mit den übelsten Gewalttaten. Das ist ja Wahnsinn. Ich muss kurz weiter... Also ich sagte... Ja, alles gut. Ich habe ganz viel auf TikTok jetzt aber auch gesehen, Bruder Herz. Guck mal, viele Muslime, viele Muslime bekennen sich zu der Sache ganz negativ. Die sagen alle, guck mal, es gibt solche und solche. Es gibt Radikal-Islamisten und es gibt Muslime, die sagen, das sind keine Moslems, die sowas machen. Verstehst du? Wenn jemand sagt, dass das kein Moslem war, der lügt sich selber an und der weiß um die islamische Geschichte nicht. Denn der Mohammed selber hat ja befohlen, alle seine Kritiker und die Leute, die ihn beleidigt oder geschmät haben, alle nacheinander umzulegen. Also das ist Fakt. Ja, also soweit in die Materie kann ich nicht reingehen, weil ich, ich bin da ehrlich zu dir, du bist da, denke ich, schon mal erfahrener, soweit kann ich mit dir nicht diskutieren, weil ich da nicht so ganz Ahnung von habe. Weißt du? Aber was ich halt einfach nur klarstellen möchte, ist, dass ich Michael Stürzenberger halt aus dem Internet kenne und seine Videos wirklich oftmal angeschaut habe und schon immer, vor einem Jahr schon gesagt habe, irgendwann wird hier was Großes passieren, wenn er so weitermacht und der Zeitpunkt ist gekommen. Ja, sollte man, sollte man jetzt, sollte man Pierre Vogel jetzt auch dementsprechend aufsuchen, weil er die ganze Zeit die übelsten Sachen immer von sich gegeben hat im Internet und auch in seinen Kundgebungen und alles Mögliche? Pierre Vogel, was ist denn dann damit? Pierre Vogel ist genau, nein, Pierre Vogel ist für mich die gleiche Kategorie wie Michael Stürzenberger. Also laut deiner Logik muss er jetzt auch aufpassen auf sein Leben, weil das, was er gesagt hat, er beleidigt ja die Bibel und macht den Herrn Jesus Christus runter und beleidigt die Gesellschaft. Ich halte von ihm nicht. Ich halte von ihm nicht. Nein, ich sage ganz, ganz klar, dass der Islam sich nicht distanziert von Sklaverei und sowas. Was sind das für Aussagen, Mann? Glorifiziert einen Mann namens Al-Huveni und sagt, dass es ein Weltstar ist und dieser Weltstar ganz ungeniert hier in Deutschland einfährt und dann auf einmal in Ägypten, er sagt, das ist ein Weltstar und er hält voll viel von ihm und dieser Al-Huveni sagt, der Grund, warum wir arm sind und die islamischen Länder arm sind, weil wir aufgehört haben, Dschihad gegen die Ungläubigen zu machen. Das ist das Kranke. Was meinst du, was der Pierre Vogel für eine Gesinnung hat? Wenn er wirklich mal die Wahrheit sagt, glaub mir, morgen würden die Leute den Aufsuch und ihm zeigen, was abgeht. Er hält sich nur zurück. Ich glaube dir das. Seine Meisterreden schon, seine Meisterreden schon Klartext. Wenn Pierre Vogel diesen Al-Huveni für gut heißt und sagt, dass es ein Weltstar ist und dieser Weltstar auf einmal sagt, wir müssen die Ungläubigen angreifen, deswegen sind wir alle arm geworden, weil wir müssen ein paar Mal im Jahr müssen wir Krieg führen, damit wir ihre Ländereien erobern und von ihnen Dschihad nehmen und so. Aber weißt du, wie verrückt der Islam ist, Mann? So, und jetzt hol dich gleich wieder rein, Tschad. Unfassbar. Unglaublich. Ich komme gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ja, es ist traurig, dass man versucht, eine Rechtfertigung zu finden für diese feige Tat. Da gibt es überhaupt gar keine Rechtfertigung. Nichts rechtfertigt, jemanden abzumurksen, wenn du dein Glauben der kritisch ist. Das ist doch Wahnsinn, Mann. Wenn also die Leute bereit sind, aufgrund ihrer islamischen Tradition und das, was Mohammed gesagt hat, gegenüber den Kritikern, dann in die Tat umzusetzen, da muss man rigoros um die ganzen Moscheen eine Ansage verteilen und sagen, die islamischen Texte müssen nicht mehr gelehrt werden. Die Imame tragen eine große Mitverantwortung für diesen Wahnsinn und müssen dementsprechend dann auch ausgewiesen werden, falls das, die Tatbestand der Gehirnwäsche oder was. Ich glaube, hier gibt es sogar ein Gesetz, dass man wegen Gehirnwäsche auch drankommt, was man mit dem Muslim da macht. Ich muss mal ganz kurz was machen. So, da bin ich. Ja, ist das zu fassen, sollten wir jetzt auch Pierre Vogel angehen, wenn er diese komische Gesinnung in sich hat. Rechtfertigt das jetzt seinen, dass jemand kommt und Pierre Vogel dann aufgrund seiner Doktrin des Islams dann dementsprechend dann in die Ewigkeit geschickt wird. Selbst von seinen eigenen Glaubensangehörigen wird er umgelegt. Das ist ja das Kranke. Das ist ja das Kranke. Das ist das Kranke. Das ist das Kranke. Da kommt man und versucht man eine Rechtfertigung dazu zu finden, dafür zu finden, dass Stürzenberger jetzt dieses Attentat da abbekommen hat. Was für eine Rechtfertigung gibt das denn, wenn man Kritik äußert? Schau dir mal vor, die Christen, die sind hier in der Mehrheit. Und ihr wisst ja, wie die diese Nicht-Christenheit Atheisten da draußen mit Jesus Christus umgehen. Sollen wir Christen, wie sollen wir jetzt reagieren? Sollen wir genau wie die Muslime reagieren oder was? Meine Gefühle werden auch verletzt, wenn jemand Jesus Christus beleidigt oder in den Kakao zieht. Soll ich jetzt Stefan Raab aufsuchen und ihnen dann ein M-E-S-S-E-R in den Nacken rammen oder was? Nur weil ich nicht einverstanden bin, weil er meinen Herrn Jesus Christus jetzt beleidigt und in den Dreck zieht? Nein, ich brauche meinen Herrn Jesus Christus nicht mit Gewalt zu verteidigen, weil ich weiß, dass es eine Katastrophe, wie Leute versuchen auf Biegen und Brechen irgendeine Rechtfertigung zu finden oder Michael Stürzenberger genauso eine Mitschuld zu geben. Was rechtfertigt das denn, dass jemand mit deinem M-E-S-S-E-R auf ihn losgeht, nur weil man Kritik ausübt und genau auch noch Recht behält? Da ist ja das Kranke. Da ist ein Mann, der auf der Straße geht und Kundgebung abhält über die politischen Bestandteile des Islams, sodass der Islam eine eher gewalttätige Religion ist und die Anhänger des Islams sehr gewalttätig sind. Was passiert? Die Muslime zeigen auch noch ihre Gesinnung und sind gewalttätig. Und da brauchst du noch nicht mal als Mohammed irgendwie zu kritisieren oder zu beleidigen oder was auch immer. Nein, wenn du einfach sagst, der Islam ist nicht die Wahrheit, Islam ist eine sehr gewalttätige Religion, ist keine so normale Religion wie alle anderen Religionen, da bist du ja schon dran. Ja, Hamid Abdel-Samad hat das mal sehr klar ausgedrückt. Der meinte, das ist sehr paradox, die Muslime sagen nichts anderes als, wenn du nicht behauptest, dass meine Religion friedlich ist, so werden wir dich nackentherapieren. Das ist völlig paradox. Wenn du nicht glaubst, dass der Islam Frieden ist, dann hauen wir dir eine rein. Das ist das krank. Absolut herflich. Ja, und dann siehst du auf einmal, der Pier Vogel sitzt da in einem Interview, in einer Konvertierung von einem Deutschen mit einem Mann, der aus Ägypten kommt, wo man sich denkt, wer ist denn dieser Mann, der von Pier Vogel als Weltstar betitelt wird? Und dann sieht man auf einmal, was für Predigten dieser Typ hält. Und dass der Pier Vogel viel von ihm hält und ihn auch noch als Weltstar betitelt, das müsst ihr euch mal geben. Scheich Al-Hurani, das ist keine kleine Nummer, der Typ Millionen von Follower. Der ist eine Riesennummer in der islamischen Welt. Scheich Al-Hurani, der genießt einen sehr hohen Status. Und dann sagt der, eiskalt sagt der, der Grund, warum wir Muslime in einem machtlosen Zustand stehen oder arm sind, ist, weil wir keinen Dschihad mehr führen. Und die Ungläubigen angreifen, um ihre Länder zu erobern. Ist das so fassen? Und das nennt Pier Vogel einen tollen Mann? Einen Weltstar? Der die brutale Fratze des Islams ist allen Menschen präsentiert weltweit? Das ist ein Weltstar, Pier Vogel. Wie wär's mal, wenn diese Bevölkerung oder diese Gesellschaft dir ein wenig von deinen islamischen Schriften mal wiedergibt, Pier Vogel, Abu Hamza. Wie wär's mal, wenn diese Gesellschaft, die Gerechtigkeit, die du ja für gerecht hältst, was der Allah da herabgesandt hat, und was Mohammed den anderen Menschen angetan hat, dass man eventuell mal ein wenig dieser Liebe und Gerechtigkeit an dir und deiner Familie mal praktiziert, damit du eventuell deinen orangenen Bart dann ein wenig stutzt und dir mal an den Kopf so kratzt und sagst, stimmt, Armin, du hast ja recht. Der Islam ist eine wirklich gewalttätige Religion. Und Omar ibn al-Khatab, seinen Vertrag, bin ich nicht mit einverstanden. Glaub ich. Ja, den Wahnsinn in ihren Schriften drinnen und beschweren sich, dass dann Leute darüber sprechen und dann sagen, ey Leute, was habt ihr überhaupt für eine Religion da? Mit dieser Religion könnt ihr doch niemals mit einer anderen offenen Gesellschaft klarkommen. Ihr habt doch eine ganz andere Gesinnung als die deutsche Gesellschaft hier. Ihr seht doch, dass die Deutschen lieben oder beziehungsweise alle Menschen, die hier leben, ihre Freiheit genießen, ihr Leben leben und sich nicht vorschreiben lassen wollen von irgendeiner Religion oder was auch immer von irgendwelchen Menschen, wie sie zu leben haben. Das ist so Wahnsinn. Diese ganzen LGBTQer und sowas müssten eigentlich alle bei Michael Stürzenberger stehen. Alle. Das ist was Kranke. Alle müssten sie dort bei ihm stehen und nicht gegen ihn da sein. Diese Zustände hier in diesem Land, das kannst du keinem erklären, als sind sie alle danke dir. Als sind sie alle so ferngesteuert worden. Als hat jemand so einen Knopf gedrückt, dass sie alle sagen, das hat mit Islam nichts zu tun. Anstatt mal die islamischen Schriften aufzuschlagen und zu sagen, ey Leute, das hat doch mit Islam zu tun. Wir können nicht sagen, dass das nichts mit dem Islam zu tun hat. Genau wie dieser Imam, wo ich damals beim islamischen Unterricht teilgenommen habe, wo ich ihm gesagt habe, ja guck mal Scheer, warum gibt es so viele islamische Terrororganisationen, die im Namen des Islams am Nacki therapieren sind. Da sagt er zu mir, das hat mit Islam nichts zu tun. Islam ist Frieden. Wenn jemand eine Seele tötet, ist es so, als hätte er die ganze Menschheit getötet. Und wenn jemand eine Seele erhält, so ist es so, als hätte er die ganze Menschheit erhalten. Da dachte ich mir, ach oh mein Gott, ich glaube, dieser Imam, der lügt mir eiskalt ins Gesicht und will mir die Wahrheit nicht über den Islam erzählen, wie sie ist. Weil der Islam ja natürlich dann in ein ganz, ganz bösartiges Licht gerückt wird. Ja, dann bin ich selber dann auf die Suche gegangen und musste feststellen, feststellen, dass der Islam absolut bösartig ist. Und dann, ich wusste ja gar nicht, was ein Tafsir ist, ich wusste gar nicht, wie man die Verse zu verstehen hat im Koran. Weil das ja alles so wie so ein kompletter Wirrwarr da drin ist. Die sind ja nicht chronologisch geordnet, die Suchen, die sind einfach nur nach Länge geordnet. Damit der Muslim oder der Leser ein besseres Verständnis hat, zu welcher Zeit, was, wann, wo geoffenbart wurde, steht immer oben am Kapitelanfang zu Mekka geoffenbart, zu Medina geoffenbart und so weiter und so fort. Sonst kommt der Leser ja gar nicht mehr klar, weil der Koran Diabolos ist. Zusammenwürfer. Der Diabolos, der alles zusammenwirft, der Unordnung. Der Koran ist ein unordentliches Buch. Nicht, weil ich sage, der Islam ist so unordentlich im Sinne von eine Katastrophe. Nein. Ich meine damit, dass Allah nicht in der Lage war, sein Koran chronologisch zu ordnen. Dass das zeitlich wie eine Geschichte dargestellt wird, sondern einfach die Suchen irgendwo reingebrettert wurden. und der Längen nach. Ja, das ist das Problem. Und dann ist der Leser natürlich total verwirrt und versteht nicht, dass in einer Passage steht, es gibt keinen Zwang in der Religion und dann wiederum in Suche 9, Vers 29 kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben. Und dann denkt man sich so, ist das nicht alles ein Widerspruch? Aber was ist das bitte für ein Buch, Und dann Juden und Christen kommen ins Himmelreich in Suche 2, Vers 62 und später revidiert der Allah seine Aussage mit Suche 3, Vers 85. Nein, die werden nicht ins Himmelreich kommen bei einer anderen Religion als den Islam begehrt. Und dann wiederum in einer anderen Suche in Suche 2, Vers 69 sagt Allah wieder, doch, sie werden in den Himmelreich kommen. Dann denkt man sich so, ja was denn jetzt Allah? Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Das ist die Verwirrung, die Verwirrtheit ist ja schon verwirrt. Die Verwirrung ist schon verwirrt, Mann. Das ist so, das kannst du gar nicht erzählen. Und dann sagen die zu mir, Amir, der Koran und der Islam ist ein perfektes Buch und der Islam ist eine perfekte Religion. Dann denke ich mir, was soll denn daran perfekt sein, wenn Allah sein Wort nicht mal bewahren konnte? Der konnte nicht mal eine Ziege aufhalten. Wie soll denn einen Menschen aufhalten? Unglaublich. Ein perfektes Buch, in dem Gott einfach die Abrogation da reinhaut und seine Verse durch andere Verse ersetzt. Ja, waren seine Verse denn nicht vorher gut genug? Auch wenn man beschließt, sich Allah, die anderen durch andere zu ersetzen, ja, damit will Allah sagen, ja, okay, ich mache Fehler. Komm, wir machen alle Fehler. Auch ich mache Fehler. Aber ich ersetze meine alten Verse durch andere Verse. Und dann denkt man sich, allein in Surah 85 sagst du doch in Surah 85, Vers 35, dass deine Worte auf der Tafel aufgeschrieben wurden. Ja, aber dann brauchtest du doch gar keine Abrogation. Dann kennst du doch sofort das alles so herabsenden können. Nein, Armin, ich meinte das nicht so. Ich mache auch Fehler. Ist doch kein Problem. Jetzt nimm es einfach so. Hör auf, Fragen zu stellen. Weil vor dir Leute schon Fragen gestellt haben und herausgefunden haben, dass ich nicht perfekt bin, nicht allwissend bin und mein Buch eigentlich eine Riesenkatastrophe ist. deswegen lass das besser, sonst wärst du ungläubig. Ja, aber Allah, ich kann doch nicht anderes als nachzuforschen. Hier geht es doch um meine Seele, die gerettet werden soll. Und dann lügst du sogar noch über Jesus Christus und die Bibel. Du sagst, dass dein Wort verfälscht wäre. Du sagst doch in Surah 3, Vers 3, dass die Tore und das Evangelium dein Wort ist. Kann denn jemand dein Wort verändern? Nein, Armin, habe ich doch gesagt, in Surah 6, Vers 115 steht, niemand kann meine Worte abändern. Ja, aber Allah, du sagst es doch selber. Niemand kann deine Worte abändern. Und dann sagst du im nächsten Vers, dass doch die Bibel verfälscht ist. Ja, was ist das denn für ein Widerspruch, Mann? Entweder können die Menschen dein Wort verändern oder nicht. Dann musst du dich mal bitte entscheiden. Unglaublich. Unglaublich. Unglaublich paradox. Das ist so krass. Stell dir mal vor, du müsstest mit diesem Gott in einen Dialog treten und dann sagst du, Allah, du bist das doch schuld. Du hast jemanden ähnliches wie Jesus transformieren lassen, hast die gesamte Christen, das Christentum entstehen lassen, hast die Christen getäuscht, hast dir 600 Jahre Zeit gelassen, bis du überhaupt jemanden auferweckt hast, der das Ganze klarstellt. Aber was ist denn damit? Und dann hast du auf einmal eine Ziege gegen dich gewinnen lassen, Menschen haben gegen dich gewonnen und du behauptest, Gott der Allmächtige zu sein? Was ist denn an dir denn allmächtig? Was denn? Unfassbar. Was soll denn noch an dir allmächtig sein, Allah? Und wenn man das dann kritisiert und anspricht, dann ist man auch noch dran. Das ist ja noch das Kranke daran. Wenn man also die Wahrheit erkannt hat und dass die Wahrheit einen frei macht und den Leuten sagt, ihr Leute, ich glaube, dieser Gott des Islams will uns wegholen vom Kreuz des Weges des Herrn Jesus Christus und seinen Erlöser wegnehmen und es sagt von sich selbst aus, dass er der größte Betrüger aller Zeiten ist. Wie können wir diesem Gott denn vertrauen, wenn er selber sagt, dass er der Betrüger ist? Also ich glaube ihm auf keinen Fall. Ich glaube doch nicht an den Betrüger. Soll ich einem Betrüger einheimfallen oder was? der ein Marker ist, der eine List geschmiedet hat oder wie? Allahs Listenspiel, der beste Listenspiel. Gott sagt von sich selbst aus, dass er der beste Betrüger ist. Unglaublich. Unglaublich. Wo steht das mit der Zirke? Sonaneben Majah hat dies 1944. Sonaneben Majah der Hadith 1944. Der ist von Allah Albani als Hassan eingestuft und bei Ibn Hasm ist er Sahih, korrekt. Die Muslime schämen sich aufgrund solcher Hadithe. Wie kann das denn sein? Allah ist allmächtig. Er sagt, er ist der allmächtige Gott und niemand vermag es seine Worte abzuändern und gar irgendwie aus dem Koran Dinge herauszunehmen oder hinzuzufügen und dann sehen wir durch die ganzen islamischen Schriften, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn du also tief eintauchst, dann werden ja die Probleme immer schlimmer und schlimmer. Deswegen sollte der Muslim einfach nur ein bisschen Koran lesen, hier und da mal ein Hadith lesen und sich nicht tiefgründiger mit dem Islam auseinandersetzen, weil es durchaus problematische Themen gibt, die besser nicht von ihm behandelt werden sollten. Versteht ihr? Und dann hast du auch noch Imam und Shiuchs, falls der Muslim dann auf die Gedanken kommt, dann Fragen zu stellen und gute Fragen zu stellen und zu sagen, ey, ich glaube, der Islam ist doch nicht so perfekt, wie ihr sagt. Und dann auf einmal angelogen wird von diesen ganzen Imam und Shiuchs und diese ganzen Studenten des Islams. Sie alle wissen um die Fehlbarkeit Allahs. Sie alle wissen um die Fehlbarkeit des Korans. Sie alle wissen darum. Nur versuchen sie diese Lüge aufrechtzuhalten mit weiteren Lügen. Islam without lies dies. So einfach ist das. Es mag sein, dass dir meine Worte nicht gefallen, mein lieber Muskel. Aber es wird Zeit, ein wenig mal die Sichtweise zu ändern. Es wird Zeit, sein Gehirn zu benutzen. Es wird Zeit, die Bestandteile des Islams zu thematisieren. Und es wird Zeit, Gott zu suchen und nicht Religion. Religion haben uns nur über die Jahrhunderte Ärger gebracht. Religion haben für so viel Leid auf der Erde verursacht. Deswegen kam der Herr Jesus Christus und hat gesagt, ich bin nicht gekommen um irgendwas zu gründen. Nein. Ich bin gekommen um dich zu rufen, weil ich weiß, dass du ein Sünder bist. Ich weiß, dass du ein Sünder bist. Du brauchst mich. Geh bloß nicht ohne mich in den Tod. Denn ich bin fähig deine Schuld zu tragen. Nicht deine Religion. Ich alleine bin fähig deine Schuld zu tragen. Denn ich habe mit meinem Leben bezahlt. Habe mein kostbares Blut für dich vergossen und habe stellvertretend das, was du auf dich nehmen solltest, auf mich genommen. Amen. Das ist es, was du tun solltest. Dein von dir, dein von Gott gegebenen Verstand einzusetzen und einmal in deinem Leben nachzuforschen, um herauszufinden, warum derjenige das getan hat in Mannheim, warum es diese ganzen Organisationen gibt und warum Allah fehlbar ist. Okay, du sagst, Allah ist fehlbar. Was ist dein Beweis dafür? Es ist Sura 8, Vers 65 und 66, Sura 5, Vers 14 und Sura 5, Vers 91 und dazu kommt noch die Abrogation in Sura 2, Vers 106 und Sura 16, Vers 101. Allah erlaubt sogar das Alkohol und sagt auf einmal später, dass es das Werk des Satans ist in Sura 16, Vers 67. Allah klaut seine Verse von einem jüdischen Rabbiner in Sura 5, Vers 32. Allah klaut sogar aus syrischen Legenden in Sura 18, Vers 86. Okay. Gehen wir zum Thema Alkohol ein. Weißt du, wie der Koran offenbart wurde? Der Koran wurde Stück für Stück offenbart. Da die arabische Kultur sehr, da war Alkohol sehr weit verbreitet in der arabischen Kultur und der Koran wurde so offenbart, dass die Menschen sich langsam, langsam anpassen konnten. Deswegen wurde Alkohol am Anfang erlaubt. Man durfte aber nicht alkoholisiert wählen. Man musste nicht dann sein. weil es so das Schritt für Schritt verboten. Weil ein Mensch muss sich daran gewöhnen. Und es ist sehr besser, wenn du ein Vers einzeln reflektieren würdest, weil ich kann den Koran also wenn zum Beispiel Allah das Alkohol offenbart, aber später in einem anderen Vers in Sura 5, Vers 90 sagt, dass Alkohol Losweile und Glücksspiel das Werk des Satans ist, würdest du nicht auf den Gedanken kommen und zu sagen, ja Allah, wie kannst du denn in Sura 16, Vers 67 anordnen, dass man sich Alkohol und gute Speise hier bereiten kann? warst du dir nicht sicher, dass du das Werk des Teufels erlaubst? Guck mal, Allah hat uns so erschaffen, er hätte uns auch so erschaffen können, dass wir willenlos sind und meinen verfolgen, aber er hat die Welt so erschaffen, habe dir gerade eine Frage, dass wir hier das gelöst haben. Habib, du weißt, du sagst, dass Allah allwisslich ist, Habib. Ja, natürlich. War Allah sich dessen nicht bewusst, guck mal, war Allah sich dessen nicht bewusst, dass der eigentlich das Werk des Teufels erlaubt? Von wem ist denn das Alkohol? Diyad, von wem ist denn das Alkohol in Sura 5, Vers 90? Was sagt Allah? Keine Ahnung, wir müssen treten. Ja, in Surat Al-Ma'ida, Ayah 90, sagt Allah, Losfeile, Glücksspiel und Alkohol sind das Werk des Satans. Auf einmal sehen wir in Sura 16, Vers 67, dass Allah sagt, ihr könnt euch Rauschtan zubereiten, und gute Speise. Allah, warum machst du, hä? Warum erlaubst du denn das Werk des Teufels mal? Bist du der Teufel Allah? Er hat keinem was erlaubt. Er hat keinem was erlaubt. Er hat gesagt, man sollt es nicht trinken, weil der Teufel sagt, ey, guck mal, wenn du ein bisschen was trinkst, wird es schon nichts sein. Alkohol ist, du bist ein bisschen dichter, ein geiles Gefühl und so, weißt? Und es ist, der Satan sagt, du solltest es trinken, nicht Allah. Der Satan sagt, der Satan sagt, aber wenn dein Gott sagt, du kannst dir Rauschtank zubereiten und gute Speise. Wenn ich zu dir sage, Diyar, da vorne ist ein Grill, du kannst dir ein Hähnchen braten und dazu auch noch ein Bex öffnen. Meine ich das dann nicht so, oder wie? Nein, der meint das doch nicht so. Ach, der meint das dann nicht so, ne? Da muss man wieder anders verstehen. Wenn das klar und deutlich, alles ist einfach klar und deutlich in seiner Aussage. Du kannst dich einfach an der Ferse rausnehmen. Der ist also der Gott der Verwirrung, richtig? Diyar, der ist der Gott der Verwirrung. Nein. Warum sagt denn Allah in Hunderten von Versen, dass seine Worte klar sind, ohne Zweifel? Dass er kein Problem hat, das zu verstehen. Und dennoch sehen wir, dass wir unterschiedliche Meinungen sind. Dass Allah auf einmal sagt, ja, ihr könnt euch von den Früchten der Dattelpalmen, könnt ihr euch Rauschtank zubereiten und gute Speise. Auf einmal revidiert der Allah seine Aussage in Zucho 5, Vers 90 und sagt, ey Leute, das meinte ich gar nicht so. Losfeile, Glücksspiel und Alkohol sind das Werk des Teufels. Ja, Allah, waren das nicht deine Versen, die auf der Tafel drauf standen, in Zucho 85, Vers 35, dass das schon in Ewigkeit dein Wort war? Also widersprichst du deiner eigenen Tafel im Himmelreich? Nein, 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 guck jetzt, guck jetzt. Der Koran wurde Stück für Stück offenbart. Also der Koran kam nicht direkt. Der Koran wurde in 20 Jahren offenbart, okay? Und am Anfang musste man nur zwei Mal am Tag beten und es wurde dann mehrmals gemacht. Genau so war Alkohol am Anfang erlaubt. Man durfte es trinken, weil du kannst den damaligen Leuten nicht direkt sagen, ey, du darfst direkt in den Alkohol bringen, weil die Leute, wie gesagt, Alkohol war in den arabischen Gründen für sehr, sehr weit verbreitet. Und die Leute hätten mir nicht dann niemals eingenommen, wenn es so schwierig und so schlimm wäre. Das verstehe ich doch, Diyah. Du brauchst mir keine Rede zu halten. Mir geht es darum, dass der Allah in einer Suche sagt, ihr könnt euch Rauschtrank zubereiten. Also er fordert die Leute auf, die ja zuhören. Er fordert die Leute also auf, Rauschtrank zuzubereiten. Später aber sagt er, Alkohol, Losfeilung, Glücksspiel sind das Werk des Teufels. Da fragt man sich allen Ernstes, ja Allah, warum erlaubst du dem dann das Werk des Teufels? Warum sagst du, man kann sich das rauchen? Er hat es ihnen erlaubt, weil die Menschen damals, wie gesagt, Allah das Werk des Teufels erlaubt. Also hat Allah das Werk des Teufels erlaubt? Also hat Allah das Werk des Teufels erlaubt? Also hat Allah das Werk des Teufels erlaubt? Nein, hat er nicht. Ja doch, sagt er doch. Ja, guck mal, wie gesagt, der Koran wurde Stück für Stück offenbart. Ja, Stück für Stück, genau. Allah ist ja nicht Allah, ist er barmherzig, er weiß, was die Menschen wollen, er weiß, was sie nicht wollen, er weiß, er weiß unsere Gelüste, er weiß, er weiß, was die Menschen wollen, ja die Menschen in dieser Gesellschaft wollen Allahs Gesetz nicht. Wusste er nicht, dass die Menschen in diesem Land Allahs Gesetze nicht wollen? Ja, in Deutschland ist es ja barmher. Jetzt wollen wir ja die Menschen mit Gewalt durchsetzen, oder wie? Was erzählst du denn da, Diyar, man? Ja, guck mal, du kommst die ganze Zeit in die Gesellschaft. Du kannst nicht sagen, du kannst nicht sagen, ja guck mal, der hat das gesagt, man meine, ja, Bruder, das ist der Koran, der wurde halt eben so offenbart. Weil du musst so wissen, du musst so wissen, dass der Allah, ja, nicht nur, dass der Allah Alkohol erlaubt, er will sogar Hass und Svitrat sich in den Menschen stiften, der Allah. Tatsächlich nicht. Doch, Surat Al-Maida, Aya 14. Und ich stelle der Hass, sag was steht doch, sag was steht doch. Der Allah sagt, ich werde Hass und Svitrat sich in den Menschen stiften. Ich muss kurz prüfen, oder ich kann den Koran nicht auswählen. Ich muss kurz gucken. Ja, das Schlimme ist, du bist ja Kurde, das ist ja das Schlimme daran, ne? Ja, aber sag Dings, welche Surat war es nochmal? Surat Al-Maida. Ja, es ist nur 5 Vers 14. Ja, es ist nur 5 Vers 14. Ja, wenn ich dich frage, wer hat denn ein Anliegen, Hass und Svitrat zwischen den Menschen zu stiften? Du würdest mir sagen, der ist Schätan. Chill, chill. Chill, 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 genau, chill. So jetzt, es meint, wenn die Christen ein Abkommen ablehnen, also das heißt, wenn wir jetzt ein Abkommen mit den Christen haben, okay, sagen wir, wir haben einen Friedensvertrag, und wir haben gesagt, ihr greift uns nicht an, wir greifen euch nicht an. Und wenn ihr diesen Abkommen ablehnen, dann heißt es, dass wir uns verteidigen müssen. Ja, warte. Die Hand, das steht da nicht, Mann. Die Hand aufzulegen. Die Hand aufzulegen, was hast du doch gesagt, oder nicht? Das steht da nicht, so wie du das sagst. Und auch mit denen, wir sagen, wir sind Christen, aber wir haben ein Abkommen getroffen, aber dann vergaßen sie den Teil von dem, womit sie ermahnt worden waren. So erregen wir unter ihnen Verwünscht und Hass bis zum Tag der Auferstehung. Und Allah wird ihnen kumptun, was für sie zu pflegen, was zu machen, fluten. Und jetzt guck dir das mal an. Wessen Aufgabe ist, Hass und Feindschaft zu sehen, Allah macht das, ne? Ja, weil ihr euch, weil ihr gegen Allah seid. Natürlich tut er es zwischen euch, Mann. Weil ihr seid nie ein Hektik. Also, wenn Satan genau das, also wenn Satan, also wenn Satan, Dian, Dian, liest mal bitte Sura 5, Vers 91 und schau mal nach. Ich habe jetzt gerade ein bisschen laut, warte. Was jetzt mit der Ferse? Sura 5, Vers 91 Ja, was damit jetzt? Hallo. Sura 5, Vers 91 Hallo. Ja, genau. Der Satan will ja zwischen euch, Feindschaft und Hass sehen. Das durch berauschenden Getränk und... Siehst du, Dian? Der Satan will zwischen euch und der Satan will Hass und Sweetrat zwischen euch sehen. Ja. Aber wir haben gerade gelesen in Sura 5, Vers 14, dass Allah genau dasselbe macht wie Shaitan. Nein, oh mein Gott, Digga, du verstehst es nicht, Digga. Wallabillah, was... Guck mal, er sagt, Guck mal, Allah hat etwas erschaffen, okay? Und er meint damit, dass dieses... das Glücksspiel und Trönen vom Teufel kommen, das sagt, dass der Teufel dich dazu anstiftet. Er sagt, ey, guck mal, wenn du kurz Spiele gehst, komm, du gehst jetzt 50 Cent rein und du machst Boko-Fra-Kazin und du machst direkt Zahna draus und du hast Alkohol und du kannst ein bisschen dicht sein, und dann kannst du auch so eine Chick-Ball haben und so. Yani, weißt du, ich meine, sagt der Teufel zu dir, wenn Allah sagt es zu dir. Ja, also, der Satan will diese Was-Wasser machen, damit er dann auch Hass und Zwiegler zwischen euch stiftet, ne? Ganz genau, ganz genau. Ja, und der Allah will auch Was-Wasser machen, der Allah will auch Was-Wasser machen bei den Juden und Christen und will dann auch Hass und Zwiegler zwischen euch stiftet. Das ist eine andere Situation, Bruder. Der Koran wurde je nach Situation herabgesagt, das war je nach einer Situation. Das ist der fest, wenn du was gesagt hast, das ist auf Alkohol und Glücksfliegen gezogen. Der andere ist auf den Karten mit Christen und an den Christen bezogen. Das musst du ja halt mit dem Kontext Ja, die halt. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, wenn ich dich frage, wenn ich dich frage, ja, hallo, wenn ich dich frage, wer die Aufgabe hat, Hass und Zwiegler zwischen den Menschen zu stiften, dann würdest du mir doch niemals sagen, dass Gott die Aufgabe hat, Hass und Zwiegler zwischen den Menschen zu stiften. Das ist ja Blödsinn. Man macht das ja nicht selber, das machen die Menschen selbst. Die Menschen selbst. Ah, hier ist aber immer, die Menschen selber. Ja, natürlich. Aber du hast dir das freien Willen gegeben. Ich gebe euch einen freien Willen, mach damit, was du willst. Ah, ehrlich, deswegen glaubt ihr auch an Qadr, Vorherbestimmung. Ganz genau, Schicksal, ja. Ja, siehst du, also der Allah hat schon vorher, wo ihr alle hinkriegt. Egal, was ihr macht, ob ihr Kostad macht oder nicht, ist schon geschrieben, dass ihr in Hölle oder in Himmel kommt. Nein, guck jetzt. Das ist jetzt nicht komplett bewiesen, dass alles hintergeschrieben wird. Das ist halt ein Hadith, aber viele sagen, du weißt doch, 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 kennst du das Spiel, wo du so Entscheidungen treffen musst, und dann so ein Dings ist, so Schicksalsdings, wo du halt dein Schicksal so auswählen kannst? Bitte, war ich? Nein, guck jetzt. Sagen wir mal, du musst eine Entscheidung treffen, okay? Und du willst eine Entscheidung aus, und das hat mehrere, halt, ähm, Ausgänge. Also, jedes, jedes, jeder deiner Entscheidung hat einen Ausgang. Also, egal, ob du vielleicht den Rechten oder den Lügen wegnimmst. Jedes, jeder, bin ich denn jetzt, bin ich denn jetzt verantwortlich für Unzucht treiben oder Morden oder ist es Allah, der mich dazu treibt? Nein, du bist selber dafür verantwortlich, was du machst. Weil Allah hat dir den Weg offen gemacht, er hat dir den Weg bereitet und welchen Weg du einschlägst, ist deine Sache. Also, wenn... Ja, aber Allah sagt, Allah sagt im Koran, Allah sagt aber im Koran, nicht ihr habt sie getötet, sondern ich hab sie getötet durch eure Hand. Ja, weil er uns den Befehl dazu gegeben hat. Nee, er hat unsere Hand geführt zum Morden. Wenn er uns den Befehl gibt, dann ist es sein Wort und wir tun den Folgen. Ja, aber was denn jetzt? War ich das oder war Allah das? Allah hat dir den Befehl dazu gegeben. Wenn jetzt zum Beispiel steht im Koran, dass du dich gegen die Ungläubigen verteidigen sollst, dann verteidigst du dich. Ja, aber warum sagt denn Allah, nicht ihr habt sie, nicht Allah sagt ja, nicht ihr habt sie nackentherapiert, sondern ich hab sie durch eure Hand nackentherapiert. Also, Allah hat meine Hand geführt, dass ich dann auf einmal anfange, da in die Brust reinzuschlagen. Das ist aber eben deine Entscheidung. Guck mal, es ist deine Entscheidung, ob dem Koran folgst oder nicht. Meine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung. Ja. Es ist komplett deine Entscheidung. Ja, der Mohammed, der Mohammed sagt in einem Hadith, dass Adam und Moses darüber gestritten haben, wer schuld ist, dass die Menschen aus dem Himmel geschmissen wurden. Und dann hat der Moses zu ihm gesagt, du bist es schuld, Adam, dass wir in dieser mistlichen Lage sind. Da sagte der Adam zu ihm, warum gibst du mir für etwas schuld, was Allah 40 Jahre vor meiner Erschaffung für mich vorgeschrieben hat, dass ich es machen muss. Hat Allah vielleicht aderfreien Willen gehabt? Oder war es Allah schuld? Das ist immer ein Ding so bei Hadithen, da kann ich ehrlich sagen, ich bin keine Experte. Ja, ja, ist immer ein Ding bei den Hadithen. Ich hab, ja, Digga, Bro, was soll ich sagen, Hadithe wurden halt mündlich überliefert und du musst halt immer die Hadith-Kette beweisen. Siehst du, wie du das auf einmal relativierst? Siehst du, wie das relativierst? Siehst du, wie das relativierst, wenn es auf einmal problematisch und brenzlig wird? Ja, guck, genau das ist ja das Ding. Ich bin kein Wissen, ich bin ein normaler Muslim. Du kannst ja nicht einfach deine Religion kritisieren, weil dir das nicht gefällt. Du musst also einsehen, dieser Islam, von dem ich denke, dass der Islam perfekt ist, ist nicht perfekt. Denn es gibt Sachen, die sehr, sehr ultra-spitzeln. Ich bin nicht perfekt. Guck mal, es ist ja jetzt meine Aufgabe gewesen, es wäre jetzt meine Aufgabe gewesen, zu gucken, ob dieser... Du bist doch besser als dein eigenes Vorbild, Diyar. Du bist doch besser als dein eigenes Vorbild, Diyar. Du würdest doch niemals ein sechsjähriges Kind heiraten, Mann, oder? Bro, das ist jetzt komplett anderes Thema herausgegriffen, Bruder. Ja, aber ich will dir damit sagen, dass du sagst, ich bin nicht perfekt, dann sage ich ja, der Islam ist auch nicht perfekt. Und du bist sogar besser als dein eigenes Vorbild, denn du würdest niemals eine sechsjährige heiraten, Diyar, oder? Das war, das war zu der Zeit. Guck mal, zu der Zeit. Guck mal, unser Prophet hat lange Kleidung getragen, wie die, wie die Araber damals. Und die Ungläufe haben das auch getragen. Trage ich die Kleidung? Nein, weil es nicht meine Kultur ist. Es hat nichts mit der Religion zu tun. Das, das, das erreichende Jahre alt war die Sechste, war neun Jahre alt war die Papier. Allah erlaubt es dir doch, Allah erlaubt es dir doch, kein Kind zu heiraten, wenn die war. Diyar, Diyar, der... Das ist gar kein Problem unter islamischem Herrschaft. Super. Super. Hallo. Hallo. Hi, guten Tag. Gott segne dich. Gott segne dich und deine Familie. Ich wollte nur etwas fragen. Und da wollte ich halt deinen Rat dazu hören oder dein Wissen. Du kennst doch diese Debatte zwischen diesen Sunniten und den Schiiten, oder? Es gibt viele. Welche meinst du denn? Also, was ich meine, okay, nicht Debatte, sondern einfach nur dieser Konflikt zwischen den Gruppen. Und ich möchte einfach verstehen, warum gibt es die eigentlich genau, diese zwei verschiedenen, weißt du? Weil ich höre immer, dass die Sunniten immer die Richtigen seien. Und ich meine, die sind ja auch wirklich stark in der Überzahl. Also klar, es gibt noch immer viele Schiiten. Aber ich höre immer, wie die Muslime, wie zum Beispiel so bei mir aus dem Kreis, die Muslime immer sagen, dass irgendwie diese Iraner keine Muslime seien, dass seien irgendwie die abgespaltene Muslime, die seien gar keine, weißt du? Und ich wollte fragen, aus deiner Perspektive, weil du fühlst dich ja sehr gut aus, wer ist jetzt eigentlich näher, würde ich mal sagen, an den Islam, weißt du? Sind es die Schiiten? Weil ich habe das Gefühl, diese Sunniten, die reden die schlecht, weißt du? Weil sie irgendwie das nicht akzeptieren können, habe ich das Gefühl. Also ich bin kein Moslem, nein, aber ich möchte halt nur deine Meinung dazu hören. Ganz nah an Mohammed dran, war nein. Nein, das Problem ist an der ganzen Sache mit Sunni und Shia, dass der Mohammed einfach nicht seinen Nachfolger ernannt hat. Das ist das große Problem. Man hört nichts. Hallo? Hallo? Hört man mich jetzt? Ja, ich höre dich jetzt. Ich habe gar nichts gehört eben. Jetzt wieder, okay. Ja, das Problem an der ganzen Sache ist, dass Mohammed nicht einen Nachfolger ernannt hat, an seinem Sterbebett. Die Muslime haben sich dann gespalten und die einen fühlen sich zu Ali dann hinzugezogen und die anderen zu Amobakar Omar und Osman. Und dann gab es einen riesen Clinch unter diesen ganzen Leuten und dann hat Aisha auf einmal angefangen, Ali anzugreifen und die haben gegeneinander einen riesen Krieg geführt, wo zig von tausend von Muslime, die den Tod erlitten haben, aufgrund dieser Diskrepanzen untereinander. Und diese Diskrepanzen halten ja bis heute. Heutzutage hält es ja immer noch an. Du siehst ja, wenn Sunni auf Shia treffen, dann geht es richtig zur Sache und das ist ein riesen, riesen Problem. Weil beide an ihrer Theologie festhalten. Sowohl die Shia haben sehr gute Beweise gegen die Sunnis gebracht, als aber auch die Sunniten gegen die Schiiten. Also beide haben gute, wie auch mehr oder weniger billige Argumente gemacht. Aber im Endeffekt, beide müssen halt sehen, wie sie da vorzugehen haben. Sowohl die sunnitischen Schriften geben Hinweise darauf, Ali ist von unserer Geliebten und auch gesagt wird, dass wir Ali lieben und so weiter und so fort. Darunter gibt es aber auch dann wiederum Aussagen von Mohammed, der sagte, dass Omar ibn al-Khattab der gerechteste Mann nach ihm wäre. Und wenn es irgendeinen Propheten geben würde nach ihm, dann wäre es Omar ibn al-Khattab. Also der hält sehr viel von diesem Mann. Und dann siehst du auf einmal, wie die ganzen Leute sich dann versuchen, durch die islamischen Bücher durchzukämpfen, um zu beweisen, dass das Schiitentum die Wahrheit ist, aber auch die Sunniten in die schiitischen Schriften reingehen und zu sagen, denn eure schiitischen Schriften reden sogar sehr gut über Omar und diese ganzen Kalifen. Also du siehst, dass es ein riesen Wirrwarr ist und da müssen dann Experten miteinander diskutieren, die wirklich sich bestens auskennen, um da wirklich mal Licht ins Dunkle zu bringen. Okay. Hast du das alles gehört? Ja, ja, ich habe zugehört. Und jetzt, was ich fragen wollte, war, dieser Mann, wo du sagtest, dass Mohammed, er sei der Gerichteste nach Mohammed, von wem wird er dann jetzt so, auf welcher, ich weiß nicht, in welche Richtung ist er dann? Sunniten oder Schiiten? Ich habe gesagt, du hast ja eben gesagt, dass... Was hast du gesagt? Hallo? Ja, ich höre dich. Redet du einfach weiter. Ich habe hier schlichten Empfang. Ja. Also was ich sage ist, der Mann, der der Gerichteste sei nach Mohammed, ich habe jetzt den Namen von ihm vergessen, was du eben gesagt hast. Auf welcher Richtung, von welcher Richtung bist du denn jetzt angenommen? Von den Sunniten oder Sunniten? Von den Sunniten, das ist Omar ibn al-Khatab. Der Mohammed sagt in einem Autosniten nach Bukhari, dass er sehr viel von Omar ibn al-Khatab hält und der Mann nach ihm sieht und wenn es einen Propheten nach ihm geben würde, dann wäre es Omar ibn al-Khatab. Weil dieser Mann so eloquent ist und ultra viel Wissen mit und der Mohammed aber auch in einem authentischen Hadith, dass er Ali übertrieben liebt und dass man auf Ali hören sollte. Verstehst du? Mhm. Ah, und da fängt dann diese Auseinandersetzung an. Genau, also die Schiiten sagen, dass der rechtmäßige Kalif direkt in die Familienbande von Mohammed übergeben müsste. Und das ist ja dann Ali. Weil er ist ja der Vetter von Mohammed. Er ist ja sein Schwiegersohn, sozusagen. Er hat ja Fatima geheiratet, die Tochter von Mohammed. Ja, gut, dann... Deswegen gehört er direkt zur Familie von Mohammed. Ich glaube, so wie es auch scheint, ist Ali der Cousin sogar von Mohammed. Die Tante von Ali ist die Schwester von seiner Mutter gewesen. So ist es die Überlieferung, wenn ich mich nicht täusche. Aber die Muslime können mich hier korrigieren, falls über etwas Weißes sage. Aber so ist es. Also ich denke schon, ja. Und ich habe auch irgendwie die ganze Zeit gehört, dass Mohammed eine Sechsjährige geheiratet haben soll. Stimmt das oder ist das so eine Lüge? Bitte lauter sprechen. Ich habe auch gehört, dass Mohammed eine Sechsjährige geheiratet haben soll. Ist das wahr oder? Ja, natürlich. Das ist absolut authentisch überliefert worden und befindet sich auch in den islamischen Traditionen. Und der Koran gibt das ja dann auch wieder in 2065 Vers 4, durch die Ausleger der... sowohl bei den Schiiten als auch bei den Sunniten. Das Heiratsalter im Iran war bis dato neun. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt geändert hat oder nicht, aber nach dem Muster von Mohammed und Aisha. Also die Schiiten, in den schiitischen Quellen ist auch verzeichnet, dass Aisha zu den Iten neun Jahre alt war. Ey, das ist heftig, ne? Ja. Aber wie kann man das dann vertreiben? Da gab es eine Diskussion. Wie vertreiben die das dann? Ich weiß nicht, ob das eine Diskussion war, aber ein Sunniter hat sich mal die Aufgabe gemacht, in die schiitischen Schriften einzutauchen und hat dann den Leuten gezeigt, dass auch bei den Schiach der Fall ist, dass Aisha bei der Eheschließung neun Jahre alt war. Deswegen sagt der Imam Khomeini, dass das Alter für die Heirat in einem schiitischen Gottesstaat neun Jahre alt ist. Und ich denke nicht, dass Imam Khomeini ein Unwissner ist. Der ist eine hohe Autorität der Islam-Welt gewesen. Und Aisha bei der Eheschließung macht das sehr reif. Was? Das habe ich gerade wirklich negativ überrascht, weil ich dachte, also ich weiß schon, dass sie schon aggressiver sind, die Muslime, aber ich dachte halt irgendwie, dass es trotzdem schon so unbehalten gibt, weißt du, die gesagt werden. Aber wenn das stimmt, ich meine, ich habe gerade geguckt, das ist bei Sahih al-Buhari, oder? Ich habe auch die Quelle hier. Ja, aber das ist so bei Sahih al-Buhari steht das, oder? Mit der Sechsjährigen. Ja, genau. Bei Sahih al-Buhari, auch bei Sahih al-Buhari. Aber bei Sunnah Abidawood 21,21. Wenn bei Sunnah.com einfach Dolls ein Gipspuppen, dann wird das schon kommen. Und dann siehst du ja, dass der Mohammed Aicha mit in sein Haus genommen hat und sie hat ihre Puppen mitgenommen. Heftig. Du kennst doch diese Frage. Und das Spielen mit Puppen ist eine Sache, der Aicha erlaubt worden, da sie noch ein kleines Kind war, das noch nicht das Alte der Pubertät erreicht hat. Ja, der Mohammed hat einfach mit einem frühpubertären Kind verkehrt. Und von wo kam dieses Mädchen? Wurde die einfach so von der Straße oder war das von irgendeinem Vater? Nein, das ist die Tochter von einem seiner Weggefährten, Abu Bakr. Den ersten Kalif des Islams, der Nachfolger Mohammeds. Das ist heftig. Aber er selber war überhaupt nicht begeistert, als Mohammed nach der Hand von Aicha gefragt hat. Er hat mit einer sehr komischen Reaktion reagiert. Und zwar hat er zu Mohammed gesagt, aber ich bin dein Bruder. Also der Abu Bakr hat eindeutig richtig reagiert, wie jemand, der besorgt ist um seine Tochter und sie nicht einfach so hergeben wollte. Weil er dachte, wie kannst du mich als Mann, der in meinem Alter ist, nach meiner sechsjährigen Tochter fragen, aber ich bin dein Bruder. Wie kannst du das denn machen? Verstehst du? Ja, nee, das ist wirklich heftig. Weil ich würde mir dann auch denken, dass ich schon sehr geschmackslos von Mohammed, dass er sowas macht. Aber ich dachte mir dann so, noch geschmacksloser müsste ja der Vater dann sein, dass es seine eigene Tochter einfach an einem 50-Jährigen kam. Ja, nicht nur das. Nicht nur das. Die Muslime sagen, dass das ganz normal war damals, so Kinderheirat und sowas. Und dann sehen wir auf einmal eine Geschichte in Sunan al-Nasai, Hadith 3, 2, 2, 1, dass Abu Bakr und Omar nach der Hand von Fatima, der Tochter von Mohammed, angehalten haben. Und dann sagte der Mohammed, sie ist zu jung. Und dann fragt man sich sich denn allen Ernstes, erstens, wie können zwei erwachsene Männer nicht sehen, dass dieses Kind zu jung war? Wie alt war denn dieses Kind, wo Mohammed gesagt hat, sie ist zu jung? Wie kommen denn diese beiden überhaupt auf die Idee, nach der Hand von so einer Kleinen denn zu fragen? Haben sie denn nicht gesehen, dass dieses Kind noch ultra unreif ist? Das ist so ekelhaft, ne? Zum Glück bin ich auch ausgetreten, aber halt so eher auch so, also schon aus diesen Gründen, aber ich wusste gar nicht, dass es so schrecklich ist, weil je mehr ich lese, je mehr ich schaue, desto schlimmer wird es jedes Mal. Sag ich doch, je tiefer man eindringt, je mehr man sich mit der islamischen Geschichte auseinandersetzt, desto mehr kommt der Wahnsinn zum Vorschein. Die Lüge wird immer weiter klar sein. Amir, ich wollte nur sagen, ich finde es sehr gut von dir, dass du dich so traust, das öffentlich zu sagen, weißt du? Wir müssen das ja machen. Sollen wir alle unseren Mund halten? Nein, nein, weil ich bin auch jeden Tag dagegen. Nur das Problem ist momentan, ich weiß nicht, in der Politik auch, finde ich. Ich weiß, es ist eher so jetzt christliches Stream, aber ich finde, was ich dazu sagen möchte, ist, was mich halt sehr traurig macht, ist halt, dass man dann so bei Sachen wie bei Silt, das war auch ein sehr geschmacksloses, Moment, was da passiert ist. Nicht falsch verstehen, Leute. Aber das kann dann bei solchen Kalifaten-Demos oder irgendwelchen Free-Palästina, River to the Sea und Intifada und all diese Sachen, halt, dass man da irgendwie das mitmacht, dass man das sogar irgendwie so als gut sieht. Da sehe ich dann diese Dopumoral von dieser Politik in der Linken. Ja, solche Themen sollen uns ja bei Laune halten. Verstehst du? Im Hintergrund geht ja mal was ganz anderes ab. Das sind solche Themen, die für uns alle bereit gemacht werden und im Hintergrund ist wieder was ganz anderes am Laufen. Das ist genau das, was die Unternehmen schon immer gewissen ist. Solange man sich ja spaltet, solange die Gesellschaft gespalten ist, dann läuft es sehr gut. Kann man sie gut kontrollieren. Ja, genau. Eine gespaltene Gesellschaft lässt sich leicht kontrollieren. Ganz einfach. Wenn man halt einheitlich gegen ein Problem geht, was wollen die dann machen? Weißt du, deswegen möchte man das. Das sieht man auch auf Facebook, auf Social Media, diese Algorithmen Namen hier, wo die extra für diese Leute so eigene Bubble kreiert haben, weißt du, über das Internet. Ja, ja, klar. Das ist heftig. Mittlerweile ist das ja alles KI-gesteuert und alles. Und das ist unbezüglich. Ihr müsst da wirklich aufpassen. Wirklich, weil die was in einer rasanten Geschwindigkeit diese Technologie sich entwickelt. Das ist krank. Da passiert dann auch wieder so eine Machtübernahme. Weißt du? Nur eine Sache. Hier schreibt jemand, Abdul Wahid, glaube ich, heißt das, sorry, falls ich deinen Namen falsch ausspreche. Wie oft muss man uns sagen, wo bleibt euer Heiliger Geist, es zu verstehen? Ich verstehe nicht, ah, nee, sorry, falsches Kommentar. Hier. Wie oft noch, meine Güte, das waren andere Zeit. Reife einer Frau ist nicht gleich wie heutige Zeit. Das hat auch dieser Ananas-Islam irgendwie mal als Argument gesagt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist ja typisch. Das ist typisch Ananas-Islam-Style. Das meine ich nämlich, damit, dass die Leute, also Muslime, sich dann ins Internet setzen und dann versuchen, irgendwie diese Katastrophe zu rechtfertigen und dann mit den abstrusesten Sachen um die Ecke kommen, wo man sich denkt und einfach nur den Kopf schüttet und sagt, sag mal, tickst du überhaupt noch richtig? Dein Koran ist ein zeitlos gültiges Buch und du hast das in Zuge 65, Vers 4, dass die Muslime, dass die Muslime von Allah ihnen erlaubt wird, Kleinstkinder zu heiraten. Das ist doch das Problem. Allahs zeitloses Wort ist gültig. Und wenn die Muslime eine Mehrheitsgesellschaft bilden, die Scharia eingesetzt wird, dann siehst du ja das, was wir die ganze Zeit anprangern, in der Realität umgesetzt. Und das sehen wir in der islamischen Welt. In der islamischen Welt werden Kinder en masse verheiratet, am Fließband. Da ist es normal. Der Anas Islam schämt sich einfach nur Grund und Boden. Da habe ich dieses Video von ihm gesehen, wo er das versucht hat, zu erklären. Weißt du, ich weiß nicht, ob du Irfan Peci kennst, das ja auch ein Islamkritiker, der ist ja genauso wie wir ein Ex-Muslim. Und der hat dagegen diskutiert und er schneidet die Videos immer so für sich, für seinen Vorteil, weißt du, und wirkt dann noch eigene Erklärungen ab, wo Irfan gar nicht mehr da ist. Das heißt, man sieht halt, wie stark er es versucht zu verdrehen und zu manipulieren. Natürlich, der ist ein richtiger Listenspiel. Wie sein Gott, ein Listenspiel. Muslime sind so. Muslime sind so. Das ist eine Studie, Amir, von der Pubertät in Deutschland, okay? Und diese größte Blamage ist einfach, dass da zum Beispiel die Pubertät sogar noch später vor 100 Jahren war. Verstehst du? Das heißt, du hast dich dann selbst auch aufgeschlagen ein selber, ein noch aufgeschlagen. Damals waren die Kinder überhaupt noch gar nicht reif. Heutzutage sind die viel reifer. Durch dieses Essen, was die eingeführt bekommen. Siehst du ja, wie eine 14-Jährige aussieht. Sieht so aus wie eine 25-Jährige. Aber damals war das Essen noch gar nicht so mit, hier sagen wir schnell, gespritzt und alles Mögliche. Ja, ja, perfekt. Diese Leute sind am Ende, man. Diese Leute sind am Ende. Aber trotzdem, selbst heute mit all dem, okay, kann passieren, weiß ich nicht, da kann ich jetzt nichts sagen für die Zukunft, aber wie du gesagt hast, Jugendliche, Mädchen, Jugendliche, Jungs sehen heute aus wie Erwachsene. Früher, vor 100 Jahren, die sahen da aus wie 10, als sie 10 waren. Verstehst du was ich meine? Okay, kein Problem, kein Problem. Wenn das wirklich so ist, dass damals die Kinder frühreif waren, warum sagt dann Ibn Hajar al-Asqalani, der große Gelehrte des Islams, der Sayyib Bukhari erklärt, in Sayyib Bukhari 61, 30, dass Archer mit Puppen gespielt hat und das ein Zeichen ist, dass sie noch nicht ihre Menstruation hatte und überhaupt nicht in die Pubertät gekommen ist. Also dieses Kind war ein unreifes Kind. Es war wirklich ein unreifes Kind. Und sie hat erst mit 14 ihre Menstruation gehabt. Ich hab die Fatwa hier. Ich hab die Fatwa vor meinen Augen. 14 Jahre von den Gelehrten. In der Schlacht von Chaibal hat sie ihre Periode bekommen. Manche sagen sogar in Tabuk. Da war sie 16. Mohammed hat wirklich ein kleines Kind angefasst. Wahnsinn. Ja, das ist heftig. Die können das nicht, diese Muslime können sich jetzt nicht eingestehen, dass sie Propheten ein pädophiler Mann war. Ja, nenn es wie du es willst. Aber auf jeden Fall ist es schrecklich zu jeder Zeit. Nicht schrecklich. Man hat es nicht anzupassen. Und ganz, ganz und gar nicht ein sechsjähriges Kind. Das ist ja heftig. Wir sind schon empfunden, wenn wir zum Beispiel 15-Jährige heiraten oder 14-Jährige oder was auch immer. Da ist man ja schon erschrocken und empört. Aber Sex! Digga, das ist eine Klasse. Ich bin mal vor, ein leerer Heirat... Nee, ein 50-Jähriger Mann erheiratet ein Mädchen aus der ersten Klasse. Aber aus der ersten Klasse. Dann wird ja eine Meute kommen. Du würdest es ja gar nicht mehr sehen. Das ist krank. In Afghanistan ist es... Fast jeden Tag ist es der Fall. Da kommt ein alter Sack und holt dieses kleine Kinderhack. Kennt ihr dieses Video? Weil die Familie sich kein Essen mehr leisten konnte. Da hat sie von einem Kinder, da kommt ein alter dreckiger Mann. Nicht reinreden. Entschuldigung, sorry. Da hat dieser Mann ihnen Geld gegeben, damit sie ihr Essen bezahlen. Und dann auf einmal musste die Familie das Geld zurückzahlen und konnten nicht... Da gibt es eine Tochter. Die haben die Tochter von ihnen hergegeben. Und die wurde mit so einem alten Müllsack verheiratet und hat sie dann mitgenommen. Und die war unter Tränen und hatte Angst gehabt mit einem 60-jährigen Opa mit verdreckter Hose und Sandalen und hast sie nicht gesehen und wieder außer der Typ. Einfach nur eben. Na, das kannst du das kannst du keinem erzählen, ey. Hier schreibt dieser Amir, Amir, dieser Abdull-Wahid schreibt, wie oft noch Alter ist eine andere Zeit als damals. Okay. Eine auf eine, eine dazu. Wenn das früher eine andere Zeit war wie damals, warum sagt, warum besteht man darauf, dass der Koran zeitlos ist? Die Hadid, der Mohammed ist ja das zeitlos gültige Vorbild. Wenn er ein Kind hat, dann sagen die Muslime, dass das das Schönste und Beste ist. Dann werden sie es auch tun. Der Abdull-Wahid schämt sich einfach und versucht eine Ausrede zu finden. Ja, da siehst du schon in den Kommentaren. Komm, die Anzeige mit deiner Gehren-Gewaschenen-Show. Bitte, Abdull, bitte. Lass das, ich hab schon. Nimm dir mal hoch, ich hab schon. Nimm dir mal hoch, ich bin mir schon, was da sie sagt. Also nur wenn du möchtest, das ist dein Stream, aber ich hab schon mit dem Gerede, der macht mich verrückt. Wie bitte? Ich hab schon mit dem Gerede, der macht mich verrückt, das sind so Leute, die überhaupt null ihre Sichtweite ein bisschen ändern, sichtweise ändern wollen und einfach nur ihren Unsinn erzählen, die zum Beispiel so ein anderes Islam davon sich gibt und überhaupt die in der Realität wieder gar keinen Sinn ergeben, weil wir sehen in der islamischen Welt, dass die Leute einfach Kinder verheiraten. Wahnsinn. Und zwar Neunjährige, Sechsjährige, alles. Und das ist ja nur eine lange Liste, die das anschauen müssen. Warum soll ich mir den Abdel Wahid denn anhören, wenn ich mir die islamischen Gelehrten durchlese? Wer hat denn mehr Gewicht, ein Abdel Wahid, TikTok-Muslim, oder einen Scheich aus der islamischen Welt? Also ich bitte dich, das soll ich zerlässchern dich. Das ist wirklich so. Du bringst es jedes Mal perfekt auf den Punkt. Ich finde auch, du bist sehr gut belesen in den Religionen, da macht es ein Muslim sehr schwer, dass er bei dir so die Sachen umbringen kann. Weißt du? Weil die machen das ja bei Leuten. Ein richtiger Muslim leugnet doch nicht seine Schriften und sagt, ja, auch wenn wir Kinder heiraten dürfen, ich akzeptiere das, weil Allah das offenbart hat. Das ist das. So ein Abdel Wahid, anders als Islam, die haben ein Problem mit dem Koran und Islam. Nichts anderes. Die haben ein Riesenproblem mit ihrer eigenen Religion. Er schreibt hier gerade, wir haben euch alle widerlegt. Ende mit euch, Hakik. Ja, okay, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Ja, Amu, meine letzte Frage. Du hast doch gerade gesagt, man darf die Religion, darf man nicht verleugnen. Was ist denn mit Takiyah? Oder verstehe ich das falsch? Ja, Sura 3, Vers 28 erlaubt dem Muslim unter bestimmten Bedingungen dann sein Glauben zu verleugnen, wenn er unter Todesgefahr steht. Aber das ist die eine Sache. Der Muslim kann sogar den Nicht-Muslimen ins Gesicht lächeln, während er sie verflucht. Das ist auch nochmal die andere Sache. Zusätzlich kommt noch dazu, dass man sogar lügen darf, um dementsprechend Menschen in die Ewigkeit zu schicken. Wahnsinn, ne? Ja, aber ich meine, ich weiß nicht, der Prophet hat ja am Ende auch seine Rechnung bekommen. Er wurde ja von einer Jüdin sein abgerissen, als sie ja vergiftet, ne? Ja, mein Lieber. Okay, ich muss mal weiter, man. Ich hole dich später wieder rein, ja? Gott segne dich. Okay, schönen Tag dir noch. Dankeschön, Herr. Ja, ja, auch. Gott segne dich. Mach weiter. Es ist wirklich sehr schön, was du machst, Amir. Gott segne dich, mein Bester. Halte mal am Herrn Jesus Christus fest. Ciao. Ja, danke schön. Ich komme gleich wieder, ihr Lieben. So, da ist euer Dr. Scherabomi und euer Mitstreiter in Christus und in Sachen Menschenrechte. Gott segne euch und eure Familie, ihr Lieben. Lasst niemals zu, dass ihr euren Fokus von Jesus Christus verliert. Haltet immer auch bei diesen politischen Themen immer den Fokus auf Jesus Christus, ne? Selbst wenn wir mal politisch werden, selbst wenn wir mal so weltliche Dinge auch durchgehen, sollten wir niemals den Fokus verlieren auf Jesus Christus, ne? Ich liebe euch. Ihr seid meine Geschwister und möge der Herr Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen und sein Angesicht über euch leuchten lassen. Amen. Daran erkennt man uns aneinander, dass wir aneinander viel, dass wir aneinander lieben. Richtig? Geliebte, lasst uns aneinander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Derjenige, der nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Amen. Na, wie der Herr Jesus Christus euch das ewige Leben schenkt, in Ewigkeit Dankeschön. Das ist das Schönste, was es gibt, nach dem Tod dann gerettet zu sein. Ist das nicht das Schönste? Ja. Das ist das, was wir aneinander wünschen sollten, das ewige Leben. Wir dürfen niemals unseren Fokus von Jesus Christus lassen, niemals. Er ist immer die Nummer 1 in unserem Leben und egal, was für Sünden wir haben, egal, was für Fehler, Schwächen, Sorgen, Ängste, er sollte immer die Nummer 1 sein. Lasst euch niemals von irgendjemandem einreden, jetzt hast du das gemacht, jetzt hast du dies gemacht und dein Jesus, das sind genau diese Menschen, die noch so viel Dreck am Stecken haben und genau mit dem Finger auf euch zeigen. Das ist das Schlimmste. Das ist das Kranke daran. Das ist das Kranke. Genau das meint der Herr, zieh erstmal den Balken aus deinem Auge und dann fang an bei deinem Bruder den Splitter rauszuziehen. Das ist das. Ja, genau. Hallo? Aydin. 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 Günaydın. Günaydın. Naaber canım? Iyi misin? Nasılsın? Aydin. Aydin Baba Joe. Dr. Shekhabo Amir ist auch ab und zu mal Türke. Der war daiv. Aydin war daiv. Der war richtig daiv. Dr. Shekhabo Amir beherrscht sieben Sprachen. Gottes Segen. Gottes Segen. Turban sage ich auch noch. Turban. Ich meine Urban. Kein Problem, Mann. Ich trage auch gerne Turban. Ja, aber echt. Du hast doch Turban an. Guck dir das mal an. Ein ziegenhaftiger Turban. Vor diesem Turban fürchten sich die Muslime, aber er ist da. Ja, heute habe ich Sonderangebot, wenn es um Fragen geht. 2,99 Euro, Urban. Aydin, hast du ein gutes Thema eröffnet. Hast du dir das Statement von Anas Islam angeguckt? Da habe ich mir ein bisschen mal drüber geguckt. Ich dachte, ich konnte einfach. Ich habe mir das sofort ausgehört. Ich dachte, guck mal, wie du das wieder relativiert und nur auf eine Überlieferung wieder zurückgehst, die nur einen Blödsinn von uns gibt und die ganzen Nackentherapien, die der Mohammed angeordnet hat, aus acht lässt. Das ist so krank. Das ist einfach so krank. Und verstörend, was der macht. Ja, aber er hat ja was Gutes gesagt. Ich weiß nicht, ob du die Stelle im Sinn hast. Ansonsten kann ich die abspielen. Er hat gesagt, der Prophet hat gesagt, ein Gläubiger würde niemals einen hinterhältigen Pumpupunkt machen. Ja. Hast du das gehört? Ja, genau. Einen hinterhältigen Mordplan oder was. Und selber hat er selber gemacht. Genau. Das wollte ich ja sagen. Er hat einfach Tequirov seinen eigenen Propheten gemacht und gesagt, er ist ein Ungläubiger. Deswegen sage ich, wenn du dein Wissen von Anas Islam nimmst, du hast den Bezug zur Realität verloren. Glaub es mir. Wenn du Anas Beruf dir Wissen von Anas Islam aneignest und seine Argumente dir nimmst, du hast den Bezug zur Realität verloren. Glaub es mir. So war ich hier sitzen. Weil jeder Fünfklässler dich dann fertig machen wird aufgrund deiner eigenen Texte und deiner eigenen Gelehrten, die genau das Gegenteil sagen von dem, was Anas da von sich gibt. Genau das Gegenteil. Ja, der eine schreibt wegen Joker. Ich war gestern in einem Live, da war der bei Christen, als ich hochgegangen bin und da habe ich gesagt, jetzt erwische ich ihn mal und debattiere mal mit ihm. Da hat er mich hoch und runter beleidigt. Alles, was bei mir zu beleidigen ist und dann ist er einfach abgehauen. Ja, das siehst du mal. Ja, ich wollte das nochmal sagen mit Anas Islam. Vielleicht hast du das nicht gesehen. Falls du jemals mit ihm debattierst, dass du ihn mal drauf aufmerksam machst, dass er einfach gesagt hat, dass sein Prophet ein Ungläufiger ist. Sobald er seinen Mund aufmacht, sobald er seinen Mund aufmacht, weiß ich genau, wo was ist, wie, wo, wann. Soll eine Mahnung sein an die Christen und die Muslime. Guckt mal, was sie machen, Leute. Sie müssen lügen. Sie müssen unbedingt um jeden Preis lügen, um die Religion zu verteidigen. Sie wissen, dass sie lügen. Ihr wisst es nicht. Ihr geht verloren. Weil, wie heißt es in der Bibel, sie selber werden nicht in den Himmelreich kommen und sie verwehren euch auch den Weg ins Himmelreich. Ja, genau. Selber wollen sie nicht hindurch. Aber die, wo reingehen wollen, lassen sie auch nicht durch und hindern sie daran. Die Bibel bewahrheitet sich jeden Tag mehr und mehr. Direkt vor unseren Augen sehen wir das. Sie alle, sie sind schon verurteilt. Ja, leider. Ja, Gottes Segen an mir. Danke, dass du mich hochkollt hast. Ich wollte das nur mit Anas erwähnen. Gottes Segen. Okay. Okay, Robert. Ciao. Ja, ich hab ja letztens, der Anas hat sich auch über mich lustig gemacht und mich als Irren abgestempelt und sowas. Der, gerade der, der Typ, gerade der sagt zu mir ein Irrer. Wo die Muslime, wo der da hingeht und mich halt stürzen, der ja umarmt. Seine gehirngewaschene Shoulder von sich gibt. Wenn ich gesehen hätte, dass dieser Attentäter in den Bus oder LKW eingestiegen wäre, ich hätte versucht, ihn aufzuhalten. Und wenn, sogar seinen Tod hätte ich in Kauf genommen. Damit ich, äh, die Muslime, äh, einfach wie so Idioten dastehen lasse und den Dschihad aufhalte. Weil ich bin Anas Islam und ich mach meine eigene Version des Islams und ihr sollt von mir lernen und nicht von Dr. Cheikh Abou Amil. Habt ihr's gehört? Der ist irre, der Amir, dieser Ex-Muslim. Amir, bro. Amir, bro. Du! Du Kauna! Wie der immer so redet. Jetzt muss doch noch Anas Islam werden, ne? Was der krass haben wir schon. Jetzt muss doch noch die Rolle von Anas Islam annähen. Das ist unglaublich, ey. Als wäre das irgendeine Autorität in der islamischen Welt, dass man den so irgendwie... Das ist krank. Das ist heftig. Die Muslime sind... Ja, wen haben die denn? Die Muslime. Die haben ja niemanden. Da kommt dann so ein Anas, der dann wenigstens eine kleine Reichweite aufgebaut hat und irgendwas von sich gibt, ja, nehme ein bisschen was von ihm. Ja, sorry. Lasst uns, lasst uns mal für die Familie des, der verstorbenen Menschen, die vor kurzem auch gestorben sind, auch in Palästina, Israel, der Polizist und alle, lasst uns mal kurz eine Minute nehmen und für alle Menschen, die gerade unschuldig gestorben sind, beten. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich danke dir von ganzem Herzen Herr, dass ich wieder diese Gunst der Stunde nutzen darf, Herr, um deinen heiligen Namen zu ehren, zu loben, zu preisen und dich anzubeten, mein Herr und mein Gott, und dir zu danken, Herr, dass ich überhaupt noch hier auf dieser Erde sein darf, Herr. Ich weiß nicht, was du mit mir vorhast oder mit uns vorhast, Herr, aber ich bitte dich, nutze uns für dein, für dein, für deine gute Sache, Herr Jesus Christus, um wundervolle Seelen noch mit ins Himmelreich zu nehmen, wo sie einen Platz bekommen, wo sie in Frieden dann leben gehen, wo es keine, kein Tod mehr gibt und wo das Lamm und der Löwe miteinander spielen, Herr. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit uns wirklich Kraft schenkst und uns nicht dem Feind aussetzt, Herr Jesus Christus, sondern dass du uns weiterhin die Möglichkeit gibst, noch ganz viele Menschen mitzunehmen ins Himmelreich, Herr Jesus Christus und dass sie bei dir sind und deine Heiligkeit erleben dürfen, Herr. Ich bitte dich auch für Israel und Palästina, Herr, dass dieser Krieg so schnell wie möglich aufhört und für die ganzen unschuldigen Menschen, die dort gestorben sind und ihre Familienmitglieder begraben mussten, Herr Jesus Christus. Wir können uns gar nicht vorstellen, was in den Köpfen der einzelnen Menschen vor sich geht, die ihre Familienmitglieder verloren haben aufgrund von geopolitischen Strategien und diesem ganzen Wahnsinn, der dort stattfindet. Herr, wir sind keine Experten und wir wissen manchmal nicht weiter, aber das Gebet, das du uns gegeben hast, ist ja unsere Waffe, Herr Jesus Christus und ich bitte dich einfach auch für die Familie des Polizisten, die jetzt gerade ihren Sohn, ihren Mann, Freund und auch Mitstreiter für eine bessere Gesellschaft Ja, zu Grabe tragen müssen, Jesus Christus. Wir können uns diesen Schmerz gar nicht ausmalen, einen Menschen zu verlieren aufgrund von so einer Tat. Jesus Christus, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du ihnen Kraft schenkst in ihrer schwierigen Stunde, Herr. Und dass du auch viele Muslime durch diese Tat aufwächst, dass ihre Religion nicht das ist, was sie glauben, um Glauben zu sein, Jesus. Jesus Christus, dass diese islamischen Schriften ja voll sind von diesem Wahnsinn her. Und dass wir viele Menschen durch eine gewisse Reichweite erreichen können, um das da aufzuklären und ihnen zu helfen, Herr Jesus Christus, dass sie auch dich erkennen, den wahrhaftigen Gott und das ewige Leben, dass du sie rufst und ihnen Frieden schenken möchtest, Herr, und ihnen vergeben möchtest, Herr Jesus Christus. Wir beten auch für unsere verfolgten Geschwister, die jetzt auch wieder das Leid durchmachen müssen, Herr Jesus Christus, sie, ja, um deines Namens willen, geächtet werden, verfolgt werden, ermordet werden und ihr Leben lassen müssen, Herr. Daher bitte ich dich, uns alle zu stärken, auch diejenigen, die in dir gestorben sind, ihnen den höchsten Platz bei dir zu geben, Herr, und uns weiterhin die Möglichkeit zu geben, ja, ein ehrbares und ruhiges Leben zu führen, in dieser Zeit, in der wir gerade stecken, Herr. Darum bitte ich dich in deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Ja, wir müssen uns nun mal in die Lage versetzen, von der Frau, von den Polizisten, aber auch von dem Familienvater, von einem Palästinenser, der gerade seinen Sohn, seine Tochter, zu Grabe trägt, oder er seinen Sohn, seine Tochter, zu Grabe trägt, sein Vater, seine Mutter, wer auch immer. Auf beiden Seiten ist das zu beklagen, ne? Auf beiden Seiten. Unglaublich. Lassen Sie unschuldig ihr Leben. Unschuldig. Verlassen Sie diese Welt. Das ist einfach so krass, Herr. Ach. Das Einzige, was der hier machen kann, ist der Nile Karaman, Allah ist der Größte. Wundervoll. Anstatt sein Mitgefühl für alle verstorbenen Menschen, die gerade unschuldig verstorben sind, also unschuldig gestorben sind, sein Mitgefühl auszudrücken, hat er nichts Besseres zu tun, als Allah ist der Größte zu schreiben. Unglaublich. Es ist einfach nur noch eine Katastrophe, ehrlich, eine Katastrophe. Ja, kann sein, dass der Verhärtete ist, ja, weiß man nicht. Aber wir beten für ihn, wir beten für ihn auch, wir beten für alle, die mit so einem bösartigen Gesinnung unterwegs sind und Andersgläubige ihr Leben nehmen aufgrund ihrer Texte. Oh, du hast mein Dies beleidigt, oh, du hast mein Das beleidigt, oh, du hast den kritisiert, oh, du hast das kritisiert. Jetzt muss ich aber handeln. Schaut euch das mal an. Wie minderbemittelt muss man bloß sein, wie minderbemittelt. Wie minderbemittelt. Anstatt Größe zu zeigen, anstatt Ehre zu zeigen und zu sagen, ich muss nicht meinen Gott rächen oder quasi ihn zu benutzen, also, dass er mich braucht, um euch zu strafen. Nein, mein Gott kann das auch ganz alleine. Mein Gott kann das auch ganz alleine. Sobald ihr in die Ewigkeit geht, werdet ihr dann die Konsequenzen eurer Taten, die ihr hier auf Erden geleistet habt, zu spüren bekommen. Ja, der Attentäter von Mannheim hat sein gesamtes Leben vernichtet. Er ist immer noch nicht aufnahmefähig. Die ganze Welt will wissen, warum er das getan hat. Und dann kriegt ihr natürlich Schock, wenn er sagt, er hat meinen Propheten beleidigt. Viele Muslime in diesem Land sind verunsichert, haben selber Angst, dass auf einmal jetzt ein Gegenschlag gegen sie verübt wird, obwohl sie ganz normal friedlich ihr Leben hier leben. Und so geht es dann weiter. Aktion, Reaktion. Aktion, Reaktion. Das ist das. Auf eine Aktion folgt dann immer eine Reaktion. Jetzt toben natürlich die ganzen Menschen hier in diesem Land, sind natürlich auch verunsichert. Viele Muslime wollen diesen Wahnsinn auch gar nicht, dass Menschen hier hinkommen mit Kalifatsgesinnung, Scharia und sowas, das überhaupt nicht hier zu dieser Gesellschaft passt. Und auch nicht wollen, dass diese Gesellschaft islamisiert wird, sondern jeder einfach so leben kann, wie er möchte. Unter dem Grundgesetz sind wir alle gleich. Du brauchst doch nicht andere zu unterdrücken aufgrund deines Glaubens. Nein. Keiner will so eine Religion haben. Niemand. Selbst die Muslime sind sogar abgeschreckt von der Scharia. Fliehen aus Ländern, wo die Scharia herrscht, um ein anderes Leben zu leben und dann fangen sie hier dann wieder an. Wie aus dem Flüchtlingzeichen berichtet, ne? Da fliehen die Menschen von Islam und Scharia und denken, dass sie in Deutschland in Sicherheit sind. Dann gehen sie durch die deutschen Innenstädte und sehen, ey, diese Leute sind ja alle hier und es ist ja full, full davon. Tja, es ist so paradox, ne? Machen wir bitte um Aufklärung bei Herr Lanz. Ja, genau. Ich muss zu Markus Lanz. Mit der, mit der Riese, mit meiner Riesenlanze. Leute, wer hat Bock mir ein Kettenhemd zu kaufen, Leute? Weil 2024 musst du Kettenhemd anziehen, um aus dem Haus zu gehen, ey. Das ist so heftig, ey. Habt ihr gesehen, was ich auf Instagram gepostet habe, ey. Einfach so Ritteranzug. Und das Grandiose ist, wenn ihr da unten geguckt habt, in den letzten, in den letzten paar Stunden haben sich einfach 30 Leute, oder mehrere Leute dieses Teil gekauft. Weil die total Angst haben, ey. Das ist Wahnsinn. Siehst du nur noch so Ritter, wie die hier rumlaufen? Oh, boah. Einfach krass. Excalibur. Nicht mehr Ex-Muslim, sondern Excalibur. Nennt mich dann Excalibur. Dr. Scheer, Excalibur-Avir. Dankeschön, die Däge. Ah. Was? Kettenhemd mit Halalkreuz? Mit Halskrause, also. Halalkreuz. Ich hab Halalkreuz gelesen, aber du meinst, äh, Halskrause. Ja. Ja. Es ist einfach nur beschämend. Es ist beschämend, was hier seit 2015... Guck mal hier, ich hab ein Video gespeichert. Hört euch das mal bitte an. Die ganzen Straftaten. Das ist unglaublich. Die Messerattacke in Wangen ist nur der jüngste Fall einer ganzen Reihe von Gewalttaten, die in den vergangenen Jahren von Flüchtlingen verübt wurden. Attacken mit Messern haben aber auch insgesamt deutlich zugenommen, wie Marian Grunen berichtet. Würzburg 2021. Ein Flüchtling aus Somalia tötet drei Frauen mit einem Messer. Zahlreiche... Heftig, ne? Ein Flüchtling aus Somalia nackentherapiert drei Frauen auf offener Straße. Absolut krank. Absolut krank. Weiter. Weiter. Weitere Menschen verletzt er schwer. Illa Kirchberg 2022. Ein Eritrea ersticht ein 14-jähriges Mädchen. Irgend so einem Wahnsinnigen, der hier rübergekommen ist. Und wer übernimmt die Verantwortung? Habe ich nicht gesagt, auch die Muslime müssen hier um ihr Leben bangen. Heftig, ne? Wie hieß sie? Eje. Ja, genau. Eje hieß sie. Ja, genau. Ja, das ist auch wieder vergessen, in Vergessenheit geraten lassen, ne? Das ist auch wieder in Vergessenheit geraten lassen. Ach, die war Alevitin, ja? Okay. Aber trotzdem, es ist ein Menschenleben, ob sie Alevitin war, Sunitin war, Schiitin war oder was auch immer. Das ist eine unschuldige Seele, die aus dem Leben gerissen wurde. Ist doch völlig egal, welchen Glauben sie hatte mal. Ob sie Zeugen Jehovas war oder sieben Tags-Atlantist oder was auch immer. Dieser Mensch hat doch ein Recht zu leben. Ach, das ist doch egal. Bruckstedt 2023. Ein mehrfach vorbestrafter, staatenloser Palästinenser sticht mit einem Messer wahllos auf Mitreisende ein. Der Angreifer tötet zwei Menschen, verletzt weitere fünf teilweise schwer. Ein Palästinenser im Zug sticht wahllos auf irgendwelche Leute ein, ne? Zwei tot, unzählige schwer Verletzte. Ja klar, die können sich ja nicht Waffen besorgen, deswegen holen sie sich einen M-E-S-S-E-R. Dann kriegst du ja überall. Guck mal, wie die berichten, ein Mann. Sie sagen also nicht mehr den Syrer, der Typ, der seinen Zeigefinger hochgehalten hat im Gerichtssaal, der überhaupt gar keine Reue gezeigt hat. Das war der doch, der in diese John-Reed-Fitness mit McFit oder was das war, reingelaufen ist und einen 21-jährigen Dschihadist, den ich dann auseinandergenommen habe. So ein Dschihadist. Nyle, bitte spam mir nicht die Kommentare, wie ihr wollt. Ich bitte nicht. Mach ein wenig mal dein geistiges Auge auf und seh mal die Dinge, wie sie sind. Komm, du bist auch ein intelligenter Junge. Du erkennst auch die Dinge, die hier zur Zeit ablaufen, auch mit deiner Religion und was der Islam so seit 1400 Jahren verzapft hat. Also komm, ich bitte nicht. Knapp. Und auch in den letzten Tagen. Nienburg, ein Gambier greift Polizisten mit einem Messer an. Die Beamten eröffnen das Feuer. Der Mann stirbt. Uldinnen, ein Mann hat ein Messer vor einem Supermarkt. Als Polizisten eintreffen, bedroht er sie. Die Beamten schießen auf den Mann. Bei seiner Festnahme leistet er heftigen Widerstand. Immer wieder und vor allem immer häufiger wird in Deutschland zugestochen. Das belegen Zahlen des Bundesinnenministeriums. Im vergangenen Jahr gab es hierzulande 1160 Fälle von Messergewalt. Ein Plus von über 30 Prozent im Vergleich zu zweit. Heftig, ne? Ein Plus im Vergleich von 30 Prozent, was abgegangen ist durch die ganze Flüchtlingswelle. 1022. Besonders gefährlich? Bahnhofe. Mehr als die Hälfte der Taten wird hier begangen. Doch von wem? Auch hier liefert das Bundesinnenministerium Zahlen. 51 Prozent der Täter haben keine deutsche Staatsbürgerschaft. Besonders alarmierend, auch Kinder greifen immer häufiger zum Messer. Im vergangenen Jahr viermal so oft wie noch 2022. Die Messerattacke in Wangen. Ist das zu fassen? Ist das zu fassen? Was man sich hier reingeholt hat, ne? Das ist so krank. Wie willst du denn, wie willst du sowas denn erzählen? Man holt sich also Menschen rein, man bietet ihnen Schutz und Obdach. Und diese Leute ziehen M-E-S-S-E-R und hauen das in die Menschen rein, ne? Ich will gar nicht wissen, wie viele IS-Kämpfer hier in Europa sind. Was meint ihr, wie viele Leute von denen hier sind, wovon wir überhaupt gar nichts wissen? Was ich damals schon zu ABK gesagt habe, meint ihr Abdellahalim, ABK? Bist du das Wahnsinn, du Realitätsverweigerer? Die sind doch alle hier. Die sind alle hier. Zu zigtausenden und warten auf ihren Befehl. Unglaublich. Und dann, wenn die Leute berechtigterweise sagen, ey, das kommt uns so vor, als hätte man hier ein trojanisches Pferd, was hier gerade vonstatten geht. Dass man diese Leute hier einschleust und quasi das Ganze ja wie so ein trojanisches Pferd wirkt. Wer hat also ein Anliegen, diese ganzen Massen von Leuten aus ultraheftigsten Gebieten hier rüber zu holen? Unfassbar, unfassbar. Da haben wir ein Gehirngehirn gewaschen, ein Piervogel, der auf einmal wieder sagt, ja, guck mal, was die da sagen, als wäre der Islam und die Muslime so ein trojanisches Pferd. Ja, sehen wir doch, in der Realität macht das doch absoluten Sinn. Abu Hamza. In der Realität macht das doch absoluten Sinn, wenn wir sagen, dass das Ganze so wirkt wie ein trojanisches Pferd. Dass die Muslime, die hier reingekommen sind, die Kuffar, als das sehen, was sie sind, nämlich Ungläubige, deren Blut halal ist. Aber da du ja Abu Hamza bist, der perfekt Arabisch sprechen kann, perfekt Arabisch lesen kann, nicht in der Lage ist, die islamischen Schriften einmal für uns aufzuschlagen. Ja, kann ja auch nichts Gutes rauskommen aus deinem Mund, Abu Hamza. Was soll denn da Gutes rauskommen, Abu Hamza, aus deinem Mund, wenn du nicht in der Lage bist, die Bücher von Sheikh und Islam aufzuschlagen, wenn du nicht in der Lage bist, die Tafside aufzuschlagen, dass das Blut eines Kärfels nur unter dem Vertrag geschützt ist. Sonst ist das Blut eines Kärfels immer legitim. Unglaublich, unglaublich. Ja, der Pier Vogel muss natürlich diese Haltung einnehmen, weil er sich in einem machtlosen Zustand befindet. Befindet. Ach, du willst eine Quelle? Gib ich dir. Guck mal hier. Na ja, Moment. Hier, Imam Ibn Taymiyyah, Rahimullah, sagte, Und Kufr zusammen mit Muharrabah, Kriegslust, ist in jedem Kafir vorhanden. Daher ist es erlaubt, ihn zu versklippen, ebenso wie es erlaubt ist, ihn zu nackentherapieren. Abu Hamzah, sagst du nicht immer Rahimullah Ta'ala zu Ibn Taymiyyah? Hä? Abu Hamzah, und dann wunderst du dich, wenn du eines Tages aufgrund deiner Gesinnung von Menschen hier in dieser Gesellschaft auseinandergenommen wirst und du auch noch diese gelehrten Preise, die dafür zuständig sind, diesen Wahnsinn hier in Deutschland zu praktizieren? Hä? Abu Hamzah? Schande, 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 Schande. Imam al-Shaukani, Rahimullah, sagte, Der Mushrik, ganz gleich, ob er kämpft oder nicht kämpft, sein Blut ist halal, solange ein Mushrik ist. Das sagt zum Beispiel Imam al-Shaukani. At-Tabari, sagt zum Beispiel zur Suche 8, Vers 60, Rahimullah Ta'ala steht hier, sagte, Sie, die Gelehrten des Islams waren sich einig, dass wenn ein Mushrik die Rinde aller Bäume von den Haram in Makkah um seinen Hals und auf seinen Armen tragen würde, ihm dies nicht den Schutz gewährt, nicht nackentherapiert zu werden, außer dass die Muslime ein Abkommen der Dimmer oder der Sicherheit mit ihm abschließen. Oh, ich denke, Dr. Sheikh Abu Hamid ist ehrlicher, als diese gesamten Muslime, die hier sich nicht trauen, die Wahrheit über den Islam zu sagen. Ihr Miesen, ihr Miesen, keine Sorge, ich werde das überall in ganz Deutschland verteilen, macht euch keine Sorgen, macht euch keine Sorgen. Wenn ihr schon nicht zu eurer Religion steht, dann werden wir das Ganze thematisieren und die Muslime müssen sich dann Gedanken darum machen. Und wir werden das einer breiten Masse der Bevölkerung zeigen, damit alle sehen, was für eine Religion das ist. Und dann will ich nochmal sehen, ob du nochmal wagst, zu sagen, das hat nichts mit Islam zu tun. Wollen wir dieses Spielchen spielen, ihr Muslime? Wenn ihr euch also schämen für den Islam und wenn ihr nicht bereit seid, standzuhalten und die islamischen Schriften den Rücken zu stärken, dann geht raus aus dieser Religion. Dann habt ihr mit dieser Religion nichts. Hallo? 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 Hallo, Mama Juhu. Hallo? Ja, hallo? Hallo, ich bin von Gottes Segen. Gott segne dich und deine Familie. Danke, dass du hier redest. Es tut mir so leid, heute ist ein schwarzer Tag. Es ist Afghaner, gesetzloser. Was hat dieses Land mit uns gemacht, was ist Afghanist? Verrotten, zerfallen. Das ist dein Landsmann, du bist auch Afghan. Ja, leider, ja. Es ist so gesetzloser. Wir sind hier gekommen. Ja, viele Afghanen haben sich schon zu Bord gemeldet. Die waren sehr, sehr entsetzt, dass das ihr eigener Landsmann sowas macht. Es ist so. Und dann kommt ihr paar Muslimen und dann erzählt ein Märchen. Eine Dame war hier, eine Dornrothen schlafen. Ja, Islam ist friedlich, müssen sie nicht alles zusammen mischen und so weiter und so fort. Diese Wurzel ist diese. Das ist das. Das ist das. In Afghanistan sind wir 45 Jahre wegen dieser Glauben gekämpft. Zerrotten, zertallen, zerstritten, zerbomben. In Japan wurden zwei Bombeartümer geworfen. Jetzt Japan ist die ganze Welt vorne. Weil Gott sei Dank war kein Islam da. Ja, auf jeden Fall. In der Kindergarten, die müssen, die sind nach der Augen nicht zu. Die hat ihre Realität verschlossen und ihr Ziel in der Märchen, andere Leute auch. Ja, Islam ist sehr friedlich. Wo ist dieser Friede? Wo? Ja, gar nichts. Es ist so unverständlich. Ich ehrlich gesagt, ich schäme mich. Ich schäme mich zum Grund. Am liebsten, ich werde gestorben. Statt dieser Philistist. Ja, stimmt. Es ist so, es ist so geschehnend. Ja, ein Herr hat hier gesagt, diese Haditha sind alle falsch. Vorher im Anderzimisch, aber die Worte, ich konnte nicht da hochkommen. Diese Haditha ist nicht richtig. In der Haditha ist es nicht richtig. Entschuldigung, dass ich so sage. Dann musst du deinen Arsch hochheben, diese Brüche verbrennen. Sag, das ist nicht richtig. Und ich sage gar nichts. Aber wenn Hart zum Hart kommen, dass sie sagt, ja, diese Haditha ist nicht richtig. Was erzählt dieser, guckte. Was erzählt dieser dumme Arsch? Äh, äh, sowas nicht sagen. Mach's gut. Gott segne dich und deine Frau. Ich will sagen, aber das ist TikTok-Spurt. Nein, nein, sowas nicht sagen. Sonst werden wir gesperrt. Nee, darfst du, musst du aufpassen, was du sagst. Das ist heftig. Ja, aber, ja, ich verstehe auch die Aufregung, klar. Also, ihr seht das, was ich euch gerade vorgelesen habe. Das sind so Aussagen von den Gelehrten, von den Großgelehrten, ne? Wo der islamische Staat sich darauf bezieht und dementsprechend dann auch handelt. Also, wer den islamischen Staat verunglimpft oder gar behauptet, dass der islamische Staat ein idiotischer Staat ist, wie zum Beispiel vier Vogel, oder dass das eine Horde von Wahnsinnigen sind oder von Extremisten, die die Religion falsch verstanden haben, dann müssen wir eindeutig sagen, dass die islamischen Schriften das Gegenteil sahen, dass das die authentische Gruppierung ist und dass sie im Namen Allahs alles durchsetzen, was die Gelehrten sagen, was Allah sagt und was Mohammed in seinem Leben praktiziert hat. Deswegen, ja. Man bräuchte, man bräuchte, ich glaube, der Abu Bakr al-Baghdadi, ich glaube, der hatte mal eine Debatte geführt gehabt, ich glaube, der hat einige so Sekten dementsprechend demoliert, ne, aufgrund der islamischen Texte, weil der hatte ja einen Doktortitel im islamischen Recht gehabt, der Abu Bakr al-Baghdadi. Und ich glaube, man gehört zu haben, dass der irgendwo Diskussionen geführt hat mit den Leuten, um sie von seiner Ideologie, beziehungsweise vom Islam, von seinem Islamverständnis dann halt zu überzeugen. Und da hat er die einen nach dem anderen plattgemacht, ne. Weil er das alles im Einklang bringt, ne. Auch die sogenannte Dispensation innerhalb des Islams, ne. Dass der Allah zu verschiedenen Zeiten verschiedene Verse herabsendet und die die letzte Etappe von Mohammeds Leben, die, die diese Etappe ist, die die Muslime auch in die Tat umsetzen, sondern genauso handelt wie in Mohammeds Lebzeiten. In Schwachheiten ruhig sein, in Zeiten der Stärke angreifen. Wahnsinn, ne. Voll die brutale Religion. Voll die Leute. Ach, was sagt Hansi dazu? Was soll der denn dazu sagen? Der Ass sollte Michael Stürzenberger. Der würde am liebsten sagen, er würde am liebsten seine ekelhafte Gesinnung zur Schau stellen. Der Einzige, der es getan hat, war unser Disco-Tänzer, der Samra. Dieser Bauchtänzer. Ihr wird Bauchtänzer. Was der da sagt. Heftig. Was der da sagt. Ich hab mir gestern so eine Reaktion von, äh, einem. Von so einem, äh, YouTuber, der darauf reagiert hat. Ja, sehr viele IS-Sympathisanten sind, äh, mit ihren Accounts hier auf TikTok, ne. Seht ihr das? Sehr viele. Wir sehen in letzter Zeit ultra viele so, ähm, Fotos auch von Abu Bakr al-Baghdadi, die, seine Anhänger, die dann so, ähm, Videos hochladen und alles mögliche. Das ist heftig. Das ist heftig. Ah, die befinden sich alle in Deutschland. Das muss euch da sagen. Es sind sehr viele deutsche Accounts auch mit dabei. Sehr viele Twitch-Accounts. Ah, ah, mir bitte, Marcel, krass. Ja, Marcel, krass, was sagst du denn zu der derzeitigen Lage, die deine islamischen Schriften, ja, eindeutig, äh, belegen, ne. Also, Dr. Cheikh Rabboni. Mir war das schon damals bewusst, als ich mich vor 25 Jahren zum Islam bekehrte. Und da hatte ich schon den Vertrag gehabt, dass der Allah, s.w.t. mich dazu aufruft, äh, Anas Gläubige Nacken zu therapieren. Aber das habe ich außer Acht gelassen. Deswegen war ich viel damit beschäftigt, über Allahs Körperteile zu reden. Weil das erschien mir wichtiger für Dr. Cheikh Rabboni. Und Allahs Körperteile sind natürlich wunderschön. Und äh, ich hatte damals einen Hindu-Gott gelehrt. Aber heute bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass, äh, das alles natürlich Blödsinn ist. Und deswegen habe ich mir auch die Gedanken gemacht und bin da einfach rausgegangen. Und mittlerweile, äh, sehe ich mich halt gezwungen, äh, Maßnahmen zu ergreifen, die dann, äh, Allah Subhanahuata Allah von mich dann gemacht hat. Danke. Danke, Marcel, danke. Vielen Dank. Vielen Dank für dein Interview. Was sagst du dazu, Anas? Amir, Bro. Wo warst du? Ich bin doch hier. Wo war ich denn? Die ganze Zeit bin ich doch hier. Amir, Bro. Warum läufst du von mir weg, Amir? Amir, Bro. Ich laufe doch nicht vor dir. Ich bin doch immer hier. Mach du einen Livestream. Ich komme zu dir. Wir reden über einige Bestandteile des Islam. Ist doch kein Problem. Ach nein, Amir. Ich will doch, dass wir uns treffen. Gesicht zu Gesicht. Das habe ich ja auch mit Irrfern gemacht. Und das macht man ja heutzutage so. Ja, aber ich möchte das nicht. Ich will dich nicht treffen. Ich will dich nicht sehen. Wir können miteinander reden. Okay, ist kein Problem. Bin ich doch bereit. Ja, aber Amir, Bro. Das wird doch viel schöner werden. Dann kann ich ja wenigstens Klicks auf deinen Nacken machen und, und, äh, einfach wieder meinen Blödsinn erzählen. Komm, gönn mir das doch mal. Bro. Oh, komm, Amir, Bro. Oh. Nein, Anos. Nein. Don't worry. Be happy. Ah, Mann, Mensch. Mal Stand-Up-Comedy. Nein, Alter. Ab und zu mal mussten wir auch mal ein bisschen, äh, wir können ja auch über uns selber lachen. Ich lache ja auch über mich selber. Also ich bitte euch. Wenn wir hier und da mal ein kleines Scherz hier machen, ich denke, dass diese Leute auch ein bisschen drüber hinweg sind. Oder wollen wir das Ganze jetzt hier auf die, äh, Goldwaage legen oder was? Hallo? Doch nicht mit dem guten Dr. Scherer-Boamil. Hallo. Nee, das doch nicht. Der Dr. Scherer-Boamil, der darf da. Der ist doch ein Ehrengast hier in Deutschland. Der Ehrenausländer. Dr. Scherer-Boamil. Ich bin ein Ehrenausländer hier. Meint ihr, ich bekomme irgendwann mal meine eigene Straße? Die Dr. Scherer-Boamil-Straße. Stellt euch das mal vor. Ja, aus gegebenem Anlass und, äh, 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 aus, äh, äh, äh. Das Dr. Scherer-Boamil immer uns gute Aufklärungsarbeit geleistet hat und zu den Pionieren seiner Zeit gehörte, widmen wir ihnen eine Straße in Berlin. Die Dr. Scherer-Boamil-Straße mitten in Berlin-Kreuzberg. Ah! Ist das nicht wundervoll? Die Dr. Scheer Abouamilstraße, die wird dann immer, äh, äh, die wird dann immer, da kommen dann immer die Pilger hin, um die Dr. Scheer Abouamilstraße zu besuchen. Da kriegst du dann Camel-Urin. Ah, die Hetzstraße. Meint ihr, es gibt die sogenannte Hetzstraße? Bestimmt. Ach, Mann. Betet immer für mich ihr Lieben. Betet ihr, meine Wundervollen. Betet immer für euren Dr. Scheer Abouamilstraße. Ich komm gleich wieder. So, da bin ich wieder. Euer Dr. Scheer Abouamil wieder erlebt und lebt. Ja, gewisse Themen muss man halt immer wieder aufarbeiten, ne. Die dürfen nicht vergessen. Ich komm wieder. Corona und diesen ganzen Wahnsinn und daraus, ähm, äh, Böse zu drehen, ne. Was jetzt auf dieser, äh, in dieser Gesellschaft überhaupt abgeht. Wie die Leute drauf sind. Und, äh, wie sie bereit sind, anders, äh, Andersdenkende, äh, mit, 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 mit dem Hammer wegzuknallen. Das ist unglaublich. Bösartig. 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 Ja, wir haben das Mitgefühl füreinander verloren, ne. Diese, diese Liebe ist in dem, in den Herzen der Menschen erkalten. Die sind total bösartig. Total bösartig. Total bösartig. Total bösartig. Und so sagt die Heilige Schrift, ja. In den letzten Tagen wird die Liebe erkalten. Einer erhebt sich gegen den anderen. Und, äh, wir sehen das ja, ne. Diese Ellenbogengesellschaft ist simpel geworden, ne. Traurig, traurig, traurig. Obwohl die Bibel sagt, jeder ist seines eigenes Glückes Schmied, ne. Schade, schade, schade. Genau, der Mensch redet, wovon das Herz voll ist, ja. Selbe. Der Mensch redet, wovon das Herz voll ist, ja. Der Mensch sät aber auch, äh, sehr viel Böses. Und dann wird er auch Böses ernten, ne. Wer Böses sät, der wird auch Böses ernten. Wenn du Gutes siehst, so wirst du Gute ernten bekommen. Ich hoffe und bitte, dass, äh, diese Arbeit, die wir hier geleistet haben, dass sie in Ewigkeit niemals verloren geht und viele Menschen errettet wurden, wir viele Menschen erreicht haben und, ja, einfach unseren Beitrag dazu geleistet haben, ne. Wie ist denn die derzeitige Lage, immer mal ganz kurz. und es ist, der bei dem Messeangriff in Mannheim sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, lag tagelang mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Seine Lage war sehr kritisch und vor einer Stunde hat er leider sein Leben verloren. Ich möchte mein tiefstes Beileid an die Familie aussprechen. Sowas darf... Ja, hättest du mal deine islamischen Schriften aufgeschlagen, Serhat, Mr. Shishik, da hättest du verstanden, dass derjenige, der Michael Stürzenberger umlegen wollte und auch in den Polizisten gemacht hat, ein absoluter arnischer Muslim war. Der genau verstanden hat, wenn jemand seine Religion kritisiert, so Mohammed ihm das gesagt hat, dass man den Menschen nackentherapieren soll. Hättest du dich wenigstens auch mal entschuldigt für deine islamischen Schriften, hätte man gesagt, okay, der ist wenigstens ehrlich. Hättest du wenigstens gesagt, das hat mit... oder hätte man dich ernst genommen. Aber jetzt deine... Aber jetzt diese komische Mitleid- und Bekundungs-Dings und dies und das. Ja, weil er natürlich heftig selber in der Kritik steht mit seinen... mit seinen Islams-Zeugs, was er da macht und eher Demos veranstaltet und alles Mögliche. Der sieht eher so aus wie so ein westlich orientierter Mensch, dieser Aggressionsprobleme. Sieht ja eigentlich so aus wie so ein Moslem. Und ich glaube, der wird auch bestimmt so gehatet für seinen Aussehen. Das ist doch kein Moslem sein. Sedat ist ein Scharia-Befürwort. Aber was befürwortet der eine Gesetzgebung, die für ihn selber problematisch wird, das muss er mal geben. Das ist das Stockholm-Syndrom. Die alle leiden unter Stockholm-Syndrom. Also, lasst uns eine Gesellschaft, lasst uns Scharia einführen, eine Gesellschaft, wo unsere eigene Religion uns zum Verhängnis wird. Das müsst ihr euch mal geben. Lasst uns eine Gesellschaft nach der Scharia formen, die uns selber zum Verhängnis wird. Unglaublich, unglaublich. Ich weiß nicht, mir fehlen die Worte. Diese Leute sind heftig. Diese Leute sind so krass. Weidel greift wegen Mannheim frontal an. Tim Kellner, mal gucken, was der sagt. Oh, bei den Göttern, nein. Roderico Kiesewetter, CDU-Politiker bei Wahlkampf verletzt. Hier geht es jetzt weiter mit den Nachrichten, Gundula. Und die beginnen auch mit einem Angriff auf einen Politiker hier bei uns. Nein, was passiert? Wurde er weggemessert? Der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter ist an einem Wahlkampfstand in baden-württembergischen Ahlen attackiert worden. Der 60-Jährige wurde gestoßen und geschlagen und dabei leicht verletzt. Oh, bei den Göttern, das Mannheim ja einen Scheißdreck gegen. Und hier auch Lars Klingbein. Es ist unfassbar, dass er heute attackiert wurde. Aber über Mannheim konntest du, kleiner Heuchler, keine Silbe verlieren, oder? Und die Propagandamaschine läuft auf Hochtouren. Europa geht als islamfeindlich. Der angegriffene Michael Sturzenberger wird vom Bayerischen Verfassungsschutz beobachtet. Was soll das heißen? Warum wird der Michael Sturzenberger vom Bayerischen Verfassungsschutz beobachtet? Ich verstehe die Welt nicht mehr, Herrliche. Das ist krank. Warum sollte man ihn denn beobachten? Für was denn? Plant er irgendwelche Attentate? Das ist so verrückt. Das ist so verrückt. Warum sollte man ihn denn... Dahinter steckt eine ganz andere Maschinerie. Dahinter steckt eine ganz, ganz andere Maschinerie. Ist doch Quatsch. Wer soll denn sowas noch ernst nehmen? Also Startschutz für sowas für Michael Sturzenberger. Ich bitte nicht, komm. Das ist der Wahnsinn. Also ein Islamkritiker, der verstanden hat, was der Islam seit 1400 Jahren anrichtet und da, wo die Mehrheit der Muslime dann in einer Gesellschaft angekommen sind, um das Gesetz zu verändern, das sollten wir nicht thematisieren oder wie oder was? Dass der Islam seine eigene Gesetzgebung hat und niemanden über sich duldet, sondern alles dem Islam unterworfen werden muss. Was ist denn hier los in dieser Gesellschaft, Mann? What's happening? What's happening? What's happening? Ja, ja, genau so. Ja, ja, genau so. Ja, heiliger Bernhard, genau. Heiliger Bernhard, der von Maria, Mutter Maria, gestillt wurde. Hansi. Wo ist die Quelle Hansi? Google-Bild. Ich meine, wie? Wie will man sich noch auf den Knochen blamieren? Wie kann ein Mensch überhaupt noch sein Gesicht zeigen? Nach so einem Blödsinn. Ich zeig's, ich zeig's ja mir. Mami groß, Mami groß, wenn du mit einem Mann, Mami groß, wenn du mit einem Mann, eine Manna, mag mich riesengroß. Renni weg, Renni weg, Mami groß, Renni weg. Ja, wie gesagt, ich bin großer Hansi. Renni weg. Oh, Mama, was willst du? Wer entdeckt? Oh! Du bist eine große Luga! Oh, Mama, was willst du? Genau dieses Gespräch, wenn Italiener miteinander reden. Danke, Roman auf Gott. Ah, wo ist das? Ah, ja. Pavlito, genau, der Pavlito war das. Ja, wenn Italiener miteinander reden. Spannende Musik Oh, hey. Oh, hey, oh, hey, oh, hey. Oh, no, no. Oh, oh, hat, hat. Ja, 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 ja. Oh, mother, mother. Oh, mother. Oh, ma, ma. Oh, okay, ah. Oh, hey, oh, hey. ganze konversation führen das nenne ich tolle konversation es ist wie diese wundervolle konvertierung und so weiter und so fort hallo hallo jetzt nicht um abi wie geht es ja mir geht es gut gott segne dich und deine familie ich auch ich wollte dich mal fragen wann bist du eigentlich kommt ich bin nicht konvertiert wie bist du christlich geboren konvertieren kannst du in einer religion ich bin aber niemals in einer religion konvertiert aber so heiße ex muslim religion verlassen bis zu jesus christus dem ewigen sohn gottes gekommen also bist du nicht konvertiert konvertieren kannst du nur in einer religion ich bin auf die suche nach gott gegangen habe jesus christus gefunden und nennt sich diese religion nicht christentum ist eine religion also muss hier irgendwie konvertiert sein oder nicht der jesus christus hat gesagt ich bin gekommen um sünder zu rufen zur buße und nicht die die sich für gerecht genug haben okay okay aber zu meiner frage zurück wie kam es denn also dass du gesagt dass okay der islam ist falsch für mich ja ich habe meine eigene recherche betrieben und habe einige dinge heraus gefunden aus kohannis und sünder wo ich mir dachte dass das kann keine normale religion mehr sein allahs worte sind nicht perfekt in unsere heutige zeit auch überliefert worden du siehst ja das ist heutzutage mehr als 14 verschiedene koranversionen gibt und das nennt sich kredaart lesearten und diese weichen voneinander ab und keiner weiß genau was allah da wirklich herabgesandt hat das ist das schlimme daran und weil er total unterschiedlich voneinander und wie siehst du das bei der bibel die bibel hat ein grundtext ja und unzählige tausende von manuskripte die hausende von manuskripte und aussagen von kirchenvätern als mögliche die du die du das neue testament und beziehungsweise die bibel auch bis in unsere heutigen zeit rekonstruieren kannst dazu wurden ja auch die jesaiaschrift wollen am toten meer gefunden die eindeutig beweisen dass unsere bibel niemals verändert wurde nie also die bibel ist unverändert unverändert so wie sie ist ist sie immer noch gleich geblieben du bist ja immer so dings dass du gewisse verse aus dem koran zitiert was sagst du denn zu den versen aus der bibel die auch so extrem sind wie zum beispiel da wird ja auch zitiert mit kopftüchern frauen ohne kopftücher dass man die auch abschlachten soll ich weiß jetzt nicht zu 100 prozent aber so in dem kontext ist es dasselbe und die erstgeborenen die du musst dich mal ein bisschen damit auseinandersetzen was denn das warte mal ist das aus der bibel oder nicht nein was für abschlachten wie kopftuch mann ich glaube du verwechselst das ein bisschen mit islam oder was überhaupt nicht darum geht es ja okay was ist denn mit den erstgeborenen die umgebracht werden sollen nein die bibel ruft zur heiligkeit auf und wenn in der gemeinde eine gewisse ordnung herrscht der apostel paulus sagt wenn ihr in die gemeinde kommt dann bedeckt euer haupt oder wenn ihr weiß sagt oder wenn ihr betet doch nicht dass man jemanden abschlachten soll man was hast du denn gelesen ich glaube du warst bei eben bei mir in den büchern unterwegs das ist zu 100 prozent aus der bibel aber ich werde den vers mal raussuchen ist kein problem eine andere versuche ich erkläre doch meine schrift ja okay aber bist du dings oder was kennst du die bibel auswendig nein aber ich weiß wo gewisse stellen stehen und ich weiß worauf du hinaus willst okay ich werde ich habe ja gesagt ich weiß nicht zu 100 prozent ob abschlachten steht aber so im kontext war es dasselbe also enthalten wenn du sagst nicht zu 100 prozent wäre es dann nicht angeboten wenn du das einmal wenigstens lesen würdest es läuft auch dasselbe hinaus enthaupten umbringen töten ich danke dir für deine wundervolle für ein wundervolles wissen möchte noch etwas wissen meine letzte frage dürfen christen schwein essen oder nicht ich danke dir dass du dabei was gott segne aber warum gehst du nicht darauf ein warum machst du wie oft müssen wir das thema denn noch durchgehen wie oft sind wir juden sind die juden dass wir zum volk gottes gehören wo gott seine gebote und verbote für sein eigenes volk gegeben hat wir sind heiden die zum glauben an den herrn jesus christus kamen und der herr für uns andere gebote und gesetze hat wir gehören nicht zum irdischen volk israel wir gehören zum himmlischen volk gottes wir sind nicht dem irdischen volk gottes wir sind zum himmlischen volk gottes gehören und der herr sagte nicht was in deinem mund reingehen macht sich unrein sondern was aus seinem mund rauskommt genau diese worte die mohamed zum beispiel gewählt hat geh und weiss in den pn ist deines vaters oder hey kumpel dessen ist mutter eine abgeschnittene ich weiß nicht muss ich mich noch hier fußelig den mund fußelig reden oder was kann man ständig einige sachen auch mal merken und das ganze dann auch sein lassen mit diesen ständigen komischen 8 milliarden mal gestellten beantworteten fragen oder wie oder was ja gut ich hatte aber keine lust mehr mit ihm da rum zu diskutieren deswegen habe ich ihn raus getan und hier die antwort ihm nochmal gegeben falls ihn das interessiert weil er hat noch nicht mal als einmal sein koran gelesen nicht mal einmal die bibel gelesen haben auch wenn du vor allah stehst hoffst du auf rettung eines profiten nein der ewige sohn gottes ist noch gekommen um uns vergebung unserer schuld anzubieten deswegen sagt doch der herr ich bin gekommen sünder zu rufen zur buße ich gebe ihnen ewiges leben und sie kennen mich und ich kenne meine schafe und ich werde ihr hirte sein und sie werden meine schafe sein ich werde sie weiden und ich habe noch andere schafe die ich weiden soll und führen soll damit es eine herde und einen hirten geben damit es eine menschheit und einen gott geben soll und zwar jesus christus ja okay super super dass du mir zugehört hast aufzulügen sagt er unglaublich unbelievable jetzt müsste eigentlich dieser skit eingeblendet werden dieses oh mein krank ist derjenige der sagt dass gott erlaubt hat mit kindern zu heiraten das ist wirklich krank mit das ist das ist wirklich krank das muss ich doch zugeben aber nicht dr schere aber wenn der hier und da mal ein bisschen spielchen machen komm für wen arbeitest du für den herrn jesus christus my father in heaven i work for my father in heaven die denken ich komme von staatsschutz oder verfassungsschutz diese leute leute das müsst ihr euch mal geben die denken ich wäre so ein staatsschutzbeauftragter ich glaube ich dr schere aber war mir der alte staatsschutzbeauftragte danke aber ich würde eine gute figur abgeben war er staatsschutz dr schere aber auf der suche nach islamisten der gute alte cowboy dr schere aber mir der gute alte cowboy der cowboy aber mir Hahahaha Cowboy, Dr. Serabami Wer will den guten Cowboy aufhalten, ne? Ich bin der Auserwählte Gottes. Ich bin der Prophet. Und nur was der Koran sagt zählt. Dieser Mann zählt nicht. Diese sind dem Istvam verboten. Pierre Vogel und Ahmed Abu Ghraa. Und dieser Marcel Kras. Sie arbeiten alle für den Verfassungsschutz. Alle berühmten Imame, die du im YouTube kennst. Oder Osterkram. Diese Berühmten. Diese Abdel-Sammat oder wie die auch alle heißen. Abdel-Kahirien und alle wie die heißen. Die sind alles... Die arbeiten alle für Verfassungsschutz. Das sind alles Spione. Die lügen. Du brauchst dies oder nicht? Du brauchst ja diese nicht. Die gelernten Lügen. Prophet Mohammed das tut. Du sollst Prophet Mohammed nicht folgen. Du sollst den Koran folgen. Du sollst die Bibel nicht folgen. Du sollst Mohammed nicht folgen. Du sollst kein Christen mehr sein. Oder Jude. Du sollst Muslim sein. Und nur an dem Koran. Im Koran steht wie man betet. Wie man fastet. Wie man spendet. Diese Imame. Diese Schiiten. Und Sunniten. Und alle Bieten. Sie wissen nicht im Koran steht wie man betet. Sie wissen nicht wo im Koran steht wie man betet. Sie wissen nichts über den Koran. Sie haben ihren eigenen Koran. Die sagen dass Tiere überliefern gehen. Ihres Hunger besser ist als Dekoran. Ey so ein fertiger Typ. Da steht der mit so einem Stock da. Als wäre der so Moses oder was ey. Ja genau. 007 haben wir von Olaf Scholz ey. Oh man. Scholz heißt ja nicht Olaf. Hallo. 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 Hallo mein Lieber Gott segne dich schon deine Familie. Tachfirullah. Hä? Aschadu an la ilaha illallah. Aschadu an muhammedan rasulullah. Wow. Ganz auswendig für der. Als Muslim. Du bist den falschen Weg gegangen ex Muslim. Du bist den falschen Weg gegangen. Möge Allah dich recht leiten. Amin. Assalamu alaikum. Ja siehst du jetzt kriegt der Tesla an. Habt ihr es mitbekommen Tesla an? Ja. So was zu sagen. Ich punk punkte Kinder sowas in Gaza und so'n Blödsinn. Kannst du nicht einfach sowas sagen man. Und die Eltern von ihm haben ultra große Angst jetzt um ihn. Weil die Muslime ihn mehr wollen als alles andere. Ich hab ein Video gesehen von Tesla an. Wie er. Wie er. Wie er. Äh. Wie er. Sag mal schnell. So totale Angst zeigt so'n bisschen ne. Habt ihr das gesehen das Video? Oh. Oh. Da ist ne Hand. Wo war das denn? Ja auf jeden Fall hat er so mehr oder weniger ein sehr sehr betrübtes Gesicht aufgetragen und ähm realisiert jetzt gerade was äh was ihm widerfährt ne. Weil die Muslime haben ihn jetzt angezeigt und äh das ganze geht dann äh zur Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft schaut sich das an und er wird bestimmt aufgrund seiner Aussagen bestimmt irgendwelche Konsequenzen äh tragen müssen ne. Dass man Kritik am Islam ausübt oder dass man gar hier und da mal einen lustigen Vergleich zieht. Ich denke in so einer offenen Gesellschaft wie Deutschland ist das gar kein Problem. weil auch Christen und Buddhisten und Hinduisten müssen genau dasselbe aushalten in dieser ähm in dieser Gesellschaft. Aber die Muslime sind ja so bedacht dass sie direkt Andersgläubige dann oder beziehungsweise Leute die dann so ein bisschen sich darüber lustig machen oder was auch immer sofort äh mit Gewalt zu reagieren. Das ist immer der schlechte Weg. Immer der schlechte Weg wenn du mit Gewalt reagierst. Und dann verursachst du nur das Gegenteil. Denn dann bringst du die Menschen dazu erst recht dann weiter zu machen. Das ist das. Die Menschen denken sich dann aha. So läuft das also ab. Ihr wollt uns auf Grund mit Gewalt einschüchtern? Nein. Das geht doch nicht. Na die Muslime müssen sich Gedanken machen. Erstens um ihre Ewigkeit und zweitens über ihren Werdegang hier in Deutschland. Weil die Gesellschaft ist absolut total gespalten und die eine Fraktion die natürlich die Gefahren des Islams erkannt hat und das ganze thematisiert und zwar auf breiter Fläche. da sind natürlich die Muslime auf der anderen Seite die keinerlei Kritik zulässt, überhaupt den Islam gar nicht in Frage stellen lassen will und nicht bereit ist den Islam mal kritisch auf den Prüfstand zu stellen. Und bei kleinsten Äußerungen die sofort an die Decke gehen. Da fehlt ja nicht viel. Das ist sofort total voll mit TNT. Ich glaube dieser Aggressionsproblem oder was der hat ihn angezeigt. Ja genau. Der war das ja. Gucken wir mal. Aggressionsprobleme. Ja. Ich glaube da ist anders jetzt. Der Senat Senat Senat. Schischig. Ah ja hier. Die Anzeige gegen Tesla Han und zwar kommt die von Anas Islam. Es geht um seine Aussage, dass er sich wünscht Bomben auf Muslime zu werfen. Der Anas Islam hat den angezeigt, den Tesla Han. Heftig ne. Anas Islam hat Tesla Han angezeigt und die anderen genauso. Guck mal hier. Weil die Welt dadurch ein Stück besser wird. Oder er sagt, dass er sich ein Holocaust für Muslime wünscht. Oder er sagt, Chinesen wissen wie man mit Muslimen umgeht. Erschießungskommando. Andere ekelhafte Sachen sagt er auch. Und dann sagt er zu seiner Community, dass sie im Krieg gegen den Islam sind und dass die Community sich bewaffern soll. Also er ruft offiziell zum Terrorismus auf. Ja. Ähm. Der weiß noch nichts von seinem Glück, weil diese Anzeige ist neu. Und jemand hat es ja auch in seine Telegram-Ruppe reingeschrieben. Daraufhin hat er ein Video in seiner Telegram-Ruppe gepostet, wo er fast am Wein war, weil sein Vater sich extreme Sorgen um ihn macht. Er sagt, ich weiß nicht, ob ich noch Social Media weitermachen soll. Tesla, bitte mach weiter, weil das wird richtig cool jetzt. Und ich werde meine Community auf diese Reise mitnehmen. Das heißt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann folgt gerne diesem Kanal. Alles wird jetzt richtig geil, Leute. Ich habe schon die ein oder anderen Ordner auf meinem PC zusammen mit den ganzen Videos. Und das wird richtig lustig. Ich freue mich mega darauf. Und ja, Tesla. Ich würde mich auch mal mega freuen. Die islamischen Schriften. Worauf der islamische Staat sich bezieht. Wo du sagst, dass das nichts mit dem Islam zu tun hat. Einmal den ZDF, ARD und WDR durchzudrücken. Um dich beschämend zurückzulassen. Dass du nie wieder wagst zu sagen, dass der islamische Staat nichts mit dem Islam zu tun hat. Sondern, dass du nichts mit dem Islam zu tun hast. Das wäre angebracht. Dass du genau weißt, was Islam ist. Sehr hart. Mr. Schaschlik. Äh, Shishik. Hä? Dass du genau weißt, wie der wieder aussieht. Als wäre das Islam mit Seiten auf Null. Was ist das bitte? Das Haram. Mit deiner Haram Frisur da. Mit Haram Frisur Werbung zu machen für Islam. Das ist jetzt die neue, das sind so, äh, wie nennt man das? Äh, die, äh, die, ähm, 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 warte, wie nennt man das? Die moderaten Jihadisten. Es gibt sogar noch moderate Jihadisten, äh, äh, der Schaschlik, äh, Shishik mein ich. Mr. Schaschlik. Ja, ist beschämend. Selber scheint mir ein sehr gebildeter Junge zu sein, der nicht auf den Kopf gefallen ist. Aber beim Islam kriegt er das nicht hin. Beim Islam und die islamischen Schriften ist er absolut blind. Merkt ihr das? Es liegt also nicht an der Intelligenz oder was. Es liegt am Herzen. Er will nicht zulassen, dass der Islam seinem, äh, seinem wahren Weltbild zerbrechen würde. Verstehst du? Also seinem Weltbild gegenüber dem Islam zerbrechen würde. Deswegen hält er sich so mit diesen politischen Themen so, äh, fest. Oder hält sich daran fest und will sich nicht, äh, kritisch mit dem Islam beschäftigen, um herauszufinden, warum es überhaupt diese ganzen Organisationen gibt, mit dem Namen Alas, da Anlassgläubige angehen. Ja. Das will er natürlich nicht thematisieren. Aber ein Tesla-Hahn... ...auf einmal diese ekelhaften... ...sachen... ...ah, gut, ich weiß noch. Äh, jetzt so voll schadenfroh zu sein und jetzt da hinzugehen, Anzeige zu machen und sowas, ja. Ja, gut, die Community von ihm, wenn er dann zur Geldstrafe verurteilt wird, die bezahlen das dann. Egal. Aber das wäre mal angebracht, Mr. Shishik. Dass du mal den Islam und die islamischen Schriften auf, auf den kritischen Prüfstand stellen solltest, da. Wie heißt denn, wie nennt sich denn die Gruppe von Tesla-Hahn auf, äh, Telegram? Tesla... ...Hahn. Tesla-Hahn, shit. Das heißt? Wie heißt denn, die Gruppe von ihm? Odys inhalation 2.0. Ja mein Bester, Gott segne dich und deine Familie. Danke dir auch. Wie geht es dir? ich habe eine frage an dich ein oder mehrere also eigentlich eine weil ich habe nicht so viel zeit ich habe also ich bekomme ja mit klein auf verfolgt man dich ja natürlich bisher bekannt bei uns was ist passiert was ist passiert dass du diese denkweise also ich bin moslem ich bin handeler moslem aber ich frage mich einfach was ist passiert dass du diese denkweise und versuch es halt andere menschen davon zu überzeugen dass es richtig ist also irgendwas im leben ist auch vielleicht irgendwas passiert wo du sie sagst da muss ich jetzt anders handeln ja das problem liegt genau an den islamischen schritt selbst ja als ich damals anfing mich mit dem islam kritisch auseinanderzusetzen habe ich ja immer die befürchtung gehabt dass doch diese islamischen gruppierungen die im namen allahs ja an bord sind doch dass sie doch dementsprechend wahrhaftige systeme sind und dann siehst du dass wenn du die dann aufschlägst eins zu eins das produzieren was dort drin verzeichnet ist deswegen war ich dann entsetzt und habe mir gedacht was ist denn was ist denn verkehrt an denen die auf einmal im namen allahs dann ausrücken und die surah 9 vers 5 in die tat umsetzen und die ganzen anderen verse siehst aus dass der islam ein sehr sehr gewalttätigen kern hat aber bist du dir sicher dass du da nicht politik also politische sachen mit also du bist hat gefühlt politik und religion zusammen oder liege ich da falsch nein der islam ist ja durch und durch politisch das ist das problem der islam und der der mohamed war ja ein politischer führer der erste islamische sparte von ihm gegründet wurde war er in medina und von dort aus hat er dann seine gesetzgebung dann durchgesetzt und hat dann die ganzen dörfer von den juden angegriffen und sie ausgerollt und ok dann habe ich eine andere frage wenn du die zeit hast du sagst du sagst ja jesus ist so ein gottes richtig du sagst ihr sagt ja jesus ist so ein gottes ja er sagt es selber dann habe ich eine frage wo wo in der bibel sagt jesus selbst ich bin gott also wo in der bibel steht das dass ich gott bin also jesus muss er selber irgendwo gesagt haben ich bin gott das ist ja nicht also offenbar 21 7 kannst du das vorlesen vielleicht weil also bei der jesus christus sagt ich werde euer gott sein und ihr werdet meine kinder sein ich werde aber er sagt ja nicht ich bin es dann kann ich sagen ich werde dein gott sein was ist denn los mit ihr mann warum ich meine ich meine ich werde dein gott sein ich werde dein allah sein nein bruder unterschied ist bei uns bruder wir haben wir haben nicht mehrere testamente wir haben ein buch und den folgen wir die bibel entgegen die bibel entgegen ist ja mal gucken wie viel wissen du hast wie viele es geht um die testamente erne bei euch wurde eine neue offenbar bei euch wird das ja abgeändert oder liegt ich da falsch überhaupt gar nichts abgeändert das alte testament die büche der propheten die davon reden dass gott selber auf diese erde kommt dass gott mit den heidenvölkern neuen bund schließt und das wurde sich erfüllt im neuen testament mit jesus christus wir sagen ja wird sich drei kombination mit matthäus drei fest drei was die bücher noch niemals gelesen man oder ich bin mit dir reingekommen um die sache zu fragen nicht um mich mit dir zu streiten weil ich dir ehrlich so weil ich so nicht wenn du keine ahnung hast dann lass dich doch belehren oder liest doch einmal selber die bibel aber erstens bin ich extra dafür reingekommen um dich zu fragen ja wie ein normaler mensch oder lüge ich gerade ja aber du tust gerade so als wüsstest du über irgendwas bescheid und und hast nicht gesehen und du spielst dich so ein bisschen auf und ich sage nein es ist nicht dass du denkst dass das irgendwelche updates sind oder was auch immer nein der herr hat im alten testament schon durch seine propheten gesprochen und hat sich angekündigt auf diese erde zu kommen und im neuen testament ist so geschehen und die geschichte wird weitergeführt das ist eine riesenschöne geschichte die erzählt wird die liebesgeschichte gottes die in jesus christus sich erfüllt hat ja ich sag dir ehrlich ist ein liebesgriff an die menschen weißt du das eigentlich die bibel ist nichts anderes als der größte liebesverweis gegenüber den menschen es hat seinen grund dass der islam nach dem christentum gekommen ist es hat seinen grund es hat seinen grund und solange ihr das nicht versteht haben wir immer dieses teufelskreis dass jeder anders denkt aber alles mit der zeit ich wünsche noch das beste mein lieber ich wollte nur so ein zwei fragen stellen weil mich das interessiert hat man bekommt natürlich viel von mir mit deswegen ich wünsche noch ein schönes ja genau das sind diese muslime die dann wenn die mich sehen ganz normal auf mich reagieren und so zu denen gibt es ja tausend millionen verkehr sie wollen niemals da wollen sie mir auch nur ein haar krümmel oder schaden oder sowas aber darunter gibt es auch einige die dann nicht lange fackeln und dann direkt auch gewalt anwenden die Der beste Mann Amir, ja? Nein, Jesus ist der Beste. Nein, du bist der Beste. Nein, Jesus ist der Beste. Amir, du hast so einen coolen Charakter. Du bist so ein cooler Typ. Ja, jetzt ohne Scheiß. Ja, auf mich zu erhöhen, sonst komme ich den Löwen raus. Nein, jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt mal ohne Flax. Hol dir eine Frau, Bruder. Mach zwei, drei Kinder. Und dann machst du eine Familie. Kümmerst dich um die. Lass die Leute. Nein, doch auf damit zu. Lass die Leute doch mal. Oh, nee. Jetzt ohne Scheiß, ey. Die kleinen Löwen sind immer da. Ist doch das Beste, ey. Lass doch jeden, hört doch auf damit immer dieses, der eine ist besser wie der andere. Nein, hier gibt es keine, die besser ist wie der andere. Wir müssen die Wahrheit aussprechen und die Wahrheit hat einen Namen und die Wahrheit heißt Jesus Christus. Ja, die Wahrheit ist einfach, gründe Familie, Kinder, macht schön, geht Eis essen, sitzt euch in der Eistile, geht in Spanien. Okay, ich danke dir. Gott segne dich und deine Familie, Lavia. Wir hören uns, wir hören uns. Tschau, 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 tschau. Die Intelligenz beschützt sich nicht vor dem Islam. Kennst du den Fall von dieser Austreibung, wo die 22-Jährige in Berlin gestorben ist? Ne, was ist da passiert? Ich habe dir das mal auf Telegram geschickt, also dieser Gruppe von Danny, diesen Artikel. Eine 22-Jährige, kannst du nachlesen, steht bei der Tat oder kann jeder googeln? Ihr müsst einfach googeln, Berlin, Exorzistenfamilie wegen ... verurteilt. Eine 22-Jährige Dame konnte keine Kinder bekommen und man hat einen Imam geholt. Dieser Imam hat sie sieben Tage lang Salzwasser trinken lassen, eineinhalb Liter pro Tag, damit der Dschinn aus ihr Haus geht. Jetzt kommt der Hammer, ihr Mann ist Ingenieur. Ein Ingenieur. Wir setzen ja voraus, dass der Mann als Ingenieur ja irgendwie intelligent sein muss. Und ein Ingenieur wusste nicht, dass man nicht eben sieben Tage Salzwasser trinken kann. Die Frau ist qualvoll gestorben, das ist von keinem passiert. Oh mein Gott! Ja, wenn du jetzt in die Gruppe gehst von Danny, diese Illuminati-Aufklärung, dann habe ich das reingesteckt. Kannst du gerne den Leuten vorlesen oder ich lesen es vor, wenn du willst. Ich kann kurz sagen. Es hafert also nicht an der Intelligenz, das ist mir schon selber aufgefallen. Muslime sind hier und da natürlich Intelligenz, das ist Ignoranz und das verdorbene Herz. Mehr ist das gar nicht. Genau, das ist es. Wie gesagt, ihr könnt nachlesen. Es war eine sehr intelligente Familie, gut behütet. Ja, der Mann war, glaube ich, der Mann war, wenn ich jetzt nichts falsch sage, schon an die 40 und war halt Ingenieur. Ja, also ich als Nicht-Ingenieur weiß, dass man drei Tage ohne Wasser nicht überlebt. Und die Frau hat dann, man kann ihre Leidensgeschichte lesen, dann in den Kapitelartikeln. Weil ich glaube, was ich dir geschickt habe, ist die Berliner Zeitung, dass sie dann Halluzinationen hatte, teilweise dann die Organe versagt haben. Also sehr qualvoll. Und in ihrer letzten Flasche hat man knapp 40 Gramm Salz gefunden. Heftig. Okay, danke dir, ja. Ja, bitte. Okay, Urbane. Ja. Heftig. Das ist genauso, das erinnert mich direkt an die Geschichte von Mohammed, der gesagt hat, wenn ihr nicht wollt, dass ihr am Tag verhext werdet, so ist eine Ashwa-Dattl am Morgen. Dann wird euch Gift und Verhexung nichts passieren. Dann wird euch kein Gift der Welt, wird euch etwas anhaben können. Und dann siehst du auf einmal, dass Mohammed selber vergiftet wurde. Und dann sagen die zu mir, ah, mir beleidigt unser Islam. Ist denn nicht Imam Bukhari der Größte, der Mohammed beleidigt hat, der Größte Beleidiger eurer eigenen Religion, der uns sagt, dass Mohammed nicht mal selber auf seine eigenen Worte gehört hat, dass er Verse vergessen hat, dass er kein Voodoo gemacht hat beim Beten, dass er von einem Mann den Bauch küssen lässt oder selber den Bauch geküsst hat. Was ist das bitte, Mann? Und wenn wir dann erhebliche Zweifel haben an diesem Charakter von ihm, dann müssen wir in die Ewigkeit geschickt werden. Sag mal, habt ihr sie noch alle, oder was? Unglaublich. Hallo? Warum beleidigst du den Kommentar? Assalamu alaikum ex Muslim. Ja, aber warum beleidigst du denn in den Kommentaren? Warum sagst du in dem Andu-ID? Ähm. Ist das okay? Ist das schön, so zu reden? Warum? Sollen wir miteinander so umgehen? Ähm, natürlich nicht. Warum machst du das denn dann? Was hast du denn davon? Meinst du, dadurch wird deine Religion schöner aussehen, oder was? Oder bekommt sie immer weiteren Schaden ab? Meine Religion ist ja schön genug. Ja, aber du siehst ja, dass deine Religion dich nicht verändern kann, dass du in den Kommentarbereichen immer noch sehr wahnsinnig drauf bist, Mann. Ja, aber ich hab noch eine Frage. Ja, aber ich hab eine Frage, genau. Ich hab ein Kuffar. Hallo. Was? Ja. Ich hab ein Kuffar. Nein, ich bin kein Kuffar, wenn dann bin ich ein Kerl, bin. Kuffar ist die Mehrheit. Ich bin ein Kuffar. Danke, Carmen, ja genau. Ich bin Kuffar. Kuffar. Ich hab hier meine Ente. Kuffar, Kuffar. Kuffar, Kuffar. So ein Typ schreibt mir Kerl um zu Jesus Christus. Es ist noch nicht zu spät. Ja genau, für dich ist es noch nicht zu spät. Du bist noch nicht in die Ewigkeit gegangen. Du Kuffar. Kuffar. Herrlich, was krieg ich dann? Ja auch noch. Äh, hä? Wenn ich gewinne, küsst du meine Hand. Wenn du gewinnst, küsst du auch meine Hand. Ja, es war ein billiger Wetteinsatz. Wenn ich gewinne, musst du dieses Land verlassen. Wenn du gewinnst, küsst du es keine Hand. Machen wir. Woher kommst du? Auf welche Art kommst du denn? Ja, auf Buchse Rode komm ich. Buchse Rode kennst du Montana Blake? Ich wohne neben ihm. Ja? Ja! Hast du schon mal seinen Hund Kylo eingeblubbert? Nee, aber ich habe in der islamischen Schrift gelesen, dass dein Vorbild von Al-Hassan den PINIS geküsst hat. Wer? Mit wem? Ja, ich wollte noch ein bisschen spielen. Ich will doch nur spielen. Oder wie geht dieses Lied? Ich will doch nur spielen. Dankeschön, danke, Lieb. Ist das nicht dieses Lied gewinnst? Von wem war das nochmal? Jesus ist dein Rücken, genau. Mein Herr Jesus Christus ist mein Rücken. He's my back. He's my back. Aber wo war denn nochmal, kann mir mal bitte sagen, kann mir mal bitte jemand sagen, wo ich dieses Video von Tesla Han finde, wo er so diplomiert scheint? Wo findet man das denn nochmal? Ah, mir denn passiert nichts. Der geht über Südkorea-Account. Aber der lebt doch nicht in Südkorea, Mann. Der lebt irgendwo in Österreich oder hier in Deutschland oder was? Wo lebt denn der Tesla Han? Deutschland oder Österreich? Der lebt doch nicht in Korea oder was? Jetzt, guck mal, diese ekelhaften PORN-Seiten kommen ja auch wieder hin. Geh mal weg, ey, hier kann ja nicht wahr sein. Lockieren. 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 Lockieren was ich sage. Ich muss immer alles abkürzeln, mit irgendwelchen anderen Begriffen verzieren, damit ich nicht gesperrt werde von diesem System hier. Das ist krank, man. Obwohl ich doch nur das wiedergeben will, was hier geschieht. Selbst da werde ich aufgehalten. Das ist krank. Also muss ich eine Art Sprache entwickeln, um das System zu dribbeln. Systemdribbelung nennt man sowas. Aber seitdem ich Nackentherapie gesagt habe, höre ich, überall sagen die auch alle Nackentherapie. In fast jedem Stream. Ob es bei Muslime ist, ob es bei Christen ist. Und ich denke mir, guck dir, das waren alle sagen Nackentherapie. Alle sagen Nackentherapie. Alle haben dir das von Dr. Shea. Nackenmassage geht auf. Ja, aber Nackentherapie ist heftiger. Der therapiert so richtig deinen Nacken. Massage ist so billig. Aber diese Therapie, die er dann anbietet, und zwar mit seinem riesen SEBEL. Gottes Segen, Bruder. Gott segne dich und deine Familie. Danke dich auch, mein Bruder. Ja, um den Fall nochmal zurückzukommen mit Tesla Han. Ich meine, ich weiß nicht, so ein Gedankengang von mir. Ich könnte er das nicht eigentlich auch ausnutzen, wenn so ein Ananas ihn jetzt anzeigt, dass er dann irgendwie, stellt euch das mal so bildlich vor, so der Ananas auf einer Seite und der Tesla Han auf einer anderen Seite. Und der Richter steht dann da und dann sagt Tesla halt, ja, okay, Moment, Herr Richter, die Aussagen von mir waren zwar nicht korrekt, eventuell zu hart, und ich zahle jetzt die Strafe dafür. Aber was ist, was machen wir denn jetzt mit dem Koran? Kann man den Koran nicht anzeigen und sagen, hier sind Tötungsbefehle, was machen wir jetzt damit? Ja genau, was ist denn dann mit Ananas-Beleidigungen? Ja, schlimmer als das Vieh. Herr Richter, Allah beleidigt Sie, kann man den Koran anzeigen und Ananas? Richtig. Heftig, ne? Also, da würde ich echt gerne mal wissen, was der Richter dazu sagt, wenn man einfach den Koran mitnimmt zum Gericht und einfach mal vorliest und sagt, ja, hören Sie mal, Herr Richter, und hier steht so und so, was machen wir denn jetzt? Ja genau. Da müssen wir fair und ehrlich sein, wenn er also beleidigt und dazu aufruft, hier und da das zu tun, was ist denn mit dem Koran, der hier und da beleidigt und da und da aufruft, das zu tun? Richtig. Verstehst du? Sehr gut, ja genau. Ja, wenn er einen guten Anwalt hat, wenn Tesla einen guten Anwalt hat, wird das in den Sand gesetzt. Ja, ich glaube, das kannst du dann unter der Satire dann, glaube ich, dann mehr oder weniger, ja, verpuffen lassen. Das würde mich allgemein mal interessieren, ob jemand schon mal so gegen den Koran überhaupt mal vorgegangen ist, so rechtlich halt, dass er dann sagt, okay, das ist hier nicht korrekt, was hier steht, nicht so auf der Straße, sondern wirklich vor Gericht halt. Ich weiß nicht, wie man dann anzeigen soll, aber im Endeffekt könnte man ja sagen, ja, hier ist so ein Buch, das hetzt, wie hier ein Buch von den alten Deutschen da, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, mein Punkt, Punkt, Punkt Buch. Und ja, im Endeffekt könnte man das ja auch irgendwie halt verbieten lassen. Ich meine, da sind ja klare Tötungsbefehle drin im Buch und das gehört verboten, ganz einfach. Ja, sehr gut, ja genau. Damit könnte Tesla halt auch argumentieren, naja, ist so ein Gedankengang von mir einfach. Ja, gute Gedanken, ja, das ist ein guter Gedankengang. Ich wünsche dir noch viel Kraft, mein Bruder. Danke für deine Arbeit. Alle Ehre, der Herr Jesus Christus, dem wundervollen, gerechten, heiligen Amt Gottes. Amen, Amen. Mach's gut, Bruder. Okay, ciao. Ja, der Rabbi Mezani hat recht, ne? Was ist denn dann mit dem Islam und dem Koran und den islamischen Schriften? Die dazu aufrufen, den Staatsanwaltschaft Nackmi zu therapieren, den Richter dazu auffordern, Nackmi zu therapieren, ihn und zu unterdrücken und hast du nicht gesehen. Was ist denn dein Name? Joami, ich habe auch mal eine Frage. Ja. Kann man das Alte Testament dann auch verklagen? Was kann man? Das Alte Testament. Was ist damit? Könnte man auch dagegen richtig vorgehen dann? Nein, ganz und gar nicht, weil das Geschichten erzählt sind, die passiert sind auf verschiedene Völker. Aber der Koran durch die Gelehrten, das zeitlos gültige Wort Allahs ist, das zu jeder Zeit angewendet werden kann. Und wenn du zum Beispiel zur Suche 9, Vers 5 gehst und den Tafsir von Ibn Kathir aufschlägst, sagt er uns eindeutig, dies ist der Schwertvers, in welchem alle friedlichen Verse aufgehoben wurden. Und dies ist ein allgemeingültiger Vers, der auf jedem Platz der Erde angewendet werden darf. Weißt du, was das bedeutet? Diese Gesellschaft müsste millionenfach aufstehen und sagen, so, heute ist Feierabend, Islam muss auf den Index, alle islamischen Schriften müssen verboten werden, wer es wagt in Deutschland Werbung zu machen für den Islam, wird unter Strafe gestellt. Ganz einfach. Guck mal, ich habe ein Video von dir damals gesehen, wo du im Gefängnis warst, wo du meintest, ja, du hattest ein islamisches, eine islamische Zelle, du hast den Islam sehr ausgelebt, ne? Sehr weiter. Damals zu dieser Zeit und dann habe ich von ein paar internen Quellen gehört, sodass du im Gefängnis öfters mal die Seife fallen gelassen hast. Stimmt das? Die Seife habe ich fallen gelassen, weil ich die wieder aufgehoben habe, um meine Körper zu waschen. Aber warum geht denn dein Prophet in eine Dreck-Pan, wo tote Hunde drinnen liegen und menstruationsgefleckte Klamotten? Stimmt das? Liegt es daran, weil du iraner bist? Also weil du noch iraner bist? Oder weil du Boston warst? Dreck muss man mit Dreck behandeln. So, raus, verschwindet. Dreck muss man auch direkt mit Dreck antworten. Richtiger besessener Typ. Wie geht es dir, Ex-Muslim? Danke, mir geht es gut. Gott segne dich in deine Familie. Ich wollte fragen, du heisst ja Ex-Muslim und Mes-Muslim heisst ja Gott ergeben. Bist du ein Ex-Gott ergeben oder wie? Ne, Muslim bedeutet unterworfen, da du ein Kamelurin-Fetisch bist, verstehst du nicht, dass man Muslim nicht als Gott ergeben sehen kann. Wo ist denn Gott? Gott bedeutet Allah. Und wem bist du heute unterworfen? Und sprach mit dem? Siehst du, was du für einen Kamelurin-Verstand hast? Merkst du das jetzt? Warum heisst Jesus nicht Jesus, sondern Jeschua? Warum nennst du Jesus Jesus? Weil Jeschua, weil Jeschua... Weil du ein kleiner Bastard bist, du kleiner Nuttenkind. Jeschua heisst er, er wurde... Raus mit dir, du Satanist. Ja, siehst du, dass man solche Leute dann auch lieben muss, es fällt einem schwer. Aber was soll man machen? Möge der Herr ihm seine Worte vergeben und ihn zu sich führen. Amen. Möge der Herr seine Augen öffnen und er eines Tages zu ihm führen, wenn man soll. Amen. Ja, das ist das Gedankegut dieser Leute, ne? Und dann wundert man sich, warum Michael Stürzberg auf die Straße geht und davor warnt. Das ist so krass. Gott ist Segen, Bruder Amir. Gott segne dich und meine Familie. Danke, dich auch. Amir, es wird mal wieder Zeit für einen Kamelurin-Song oder Hefte für Frieden im Islam. Was hältst du davon? Ja, das wäre nicht schlecht. Du kannst mal so eine KI erstellen, dann kann er das machen. Amir, weißt du, was heftig heißt? Meine Cousine ist vor ein paar Jahren zum Islam kommt jetzt, sehr traurig. I'm my highlight. Ja, wirklich, also ganz schlimm. Und ihr Mann ist ein Hozha. Und da hat meine Schwester mir letztens erzählt, die war mal bei dem zu Hause und meine Schwester hat den so über Jesus erzählt. Und du musst dir mal vorstellen, der Hozha hat zugehört und war voll, ähm, ein, wie nennt sie das, voll, ähm, der hat voll zugehört, voll interessiert und hat sich überlegt. Und sie, sie konvertiert ist, war voll dagegen und ausgerastet. Das musst du dir mal überlegen, gell? Ja, das ist richtig. Ja, aber jetzt, ähm, nochmal zum Punkt, weil ich bin da eventuell bald zum Besuch. Kann ich mir mal so ein paar Knock-Out-Versen zeigen, dass ich mir die aufschreiben kann? Du bist da bei mir in der WhatsApp-Gruppe, äh, in der WhatsApp-Gruppe, äh, in der WhatsApp-Gruppe. Ja, genau. Da bin ich drin, aber da sind... Da hast du alles bezeichnet, da kannst du durchgehen. Was du brauchst, findest du dort. Aber, äh, da sind nicht alle so heftige Verse, gell? Bitte? Ich hab mir das mal angeschaut, also ich hab mir das angeschaut, da sind heftige Verse, aber so die ganzen Nackentherapie-Fersen und so hab ich da nicht gesehen. Ja, du siehst ja, dass ich die Aussagen von den ganzen Gelehrten auch bringe und auch Mohamed selber zitiere. Und ich die ganzen, äh, äh, bestimmt Wahnsinn, ne? Okay, schau mir das dann noch mal an. Du musst dich noch ein bisschen durch, äh, durchlesen dort. Okay, mach ich weit, ich will jetzt bald nochmal... Gott segne dich auch. Ja, danke, dich auch, gell, Gottes Segen. Ja, es ist natürlich, äh, es ist natürlich schwierig, ne? Aber nicht unmöglich. Auch er hat verdient, dass man ihn liebt, ne? Weil der Herr selbst den Leuten am Kreuz, die ihn, ähm, anprangten, beleidigten und alles gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nein, nein, ihr dürft euch nicht von solchen Leuten dann auch, äh, in diese Schiene bringen lassen, ne? Dass ihr dann anfängt, äh, ja, das will der Satan, ja. Ja, genau, Jesus Christus ist ja genau für solche Leute gekommen, um die Kranken zu heilen. Bruder, das weckt mich am meisten, mich regt das nicht auf, mein Bester. Das regt mich doch selber total auf. Am liebsten würde ich auch zurückbeleidigen, aber, ja, dann sind wir ja kein bisschen besser. Dann haben wir genau die Botschaft Jesu Christi verfehlt, verstehst du? Dank. Wir müssen uns also immer den Herrn, ähm, zum Vorbild nehmen, denn der Apostel Paulus sagt ja, ihr solltet ja so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Also die Gesinnung Jesu Christi sollte ja in uns sein. Wie kommt man in die Gruppe? Du musst da einen der Moderatoren anschreiben, der gibt dir dann einen Link. Lass ihn raus, den Tiger. Zeig ihm, was du kannst. Mit Kamelorien ist einfach gut. Komm doch endlich zu Dr. Chekrabouamil. Hahahaha. Kennt ihr noch diese Werbung? Hahahaha. Kennt ihr noch diese Werbung? Mit diesem Tiger da? Hahahaha. Paul Kellogg's Werbung, genau. Kellogg's war das, ja? Lass ihn raus, den Tiger. Zeig ihm, was du kannst. Hahahaha. Mit Kamelurin ist das guuuut. Hahahaha. 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 Tolle Werbung weiter, so herge. Hahahaha. Hahahaha. Sch aun und ich nur so halte das Ganze hier. Es ist echt nichts. Zwischendurch muss ich natürlich. Aaaaaaaaaaaaaaah. Aaaaaaaaah. Aaaaaaaah. Aaaaaaaaaaaaah. Aaaaaaah. Mgaaaaaaaaah. Aaaaaahh. E Alors갔 die Tiger, da war der noch klein, der Kellogg's Tiger. Hahahaha. Hahahaha. Der Kellogg's Tiger war noch klein. Der ist aber jetzt groß geworden, der Kellogg's Tiger, der spielt Fußball und so. Die Kellogg's ist groß, da. Oh, der Ex-Muslim ist auf Platz 3 in der Liga C4, Wahnsinn. Danke, danke, vielen Dank an alle, die hier geliked haben und Geschenke gemacht haben. Das war Wahnsinn, Hammer. Platz 4 sind wir jetzt schon, Leute. Ex-Muslim und Team. Ex-Muslim und KUKA-G. Ach, ihr Lieben. Diese sogenannte App hier, TikTok, ermöglicht uns, sehr viele Menschen zu erreichen. Und über viele Bestandteile zu reden. Oh, Dankeschön. Den Kranz, der Kränze. Ich muss mal dringend tanken gehen. Dringend tanki tanki machen, sonst bleibt der Dr. Shake gleich stehen. C4 Liga klickt explosiv. Ja, C4 ist doch Dings, ne? TNT oder was ist das? Danke, Marek. Dankeschön. Vielen Dank. Kannst Kamelorien tanken? Ja, ich wünschte, der Wagen würde mit Kamelorien fahren. Aber echt, heftig. Ich stelle euch mal vor, bald müssen wir alle so mit schutzsicherer Weste rumlaufen. Da gibt's schon einige Videos, die ich gesehen habe, wo die Leute total verunsichert sind und gesagt haben und die Regierung angeprangert haben. Muss ich mir jetzt Waffen besorgen oder was? Müssen wir jetzt mit Waffen rausgehen oder was, um uns selbst zu verteidigen? Weil das kann doch nicht angehen. In was für einer Gesellschaft sind wir angekommen? Ja, und dann hat er natürlich gesagt, wenn es sein muss, werde ich dann meine Familie mit der Waffe verteidigen. Ich will ja niemandem schaden, aber wenn es dann hart auf hart kommt, was sollen wir denn machen? So hat er dann gesagt. Ja, wer will denn diesen Typen denn, sag mal schnell, böse sein, wenn er zum Beispiel so denkt? Stell dir mal vor, da gibt's diese Leute, die wollen an deine Familie ran und wollen die Schnackentherapien und deine Familie fesken. Und dann auf einmal sitzt du da tatenlos zu oder guckst zu und hast sie nicht gesehen. Was ist das bitte? Und viele machen sich Gedanken in diesem Land und denken, ja, was sollen wir denn machen? Wenn die Regierung uns nicht schützen kann, ja, dann übt der eine oder andere dann Selbstjustiz dann aus. Ey, wo kommen diese ganzen PORN Seiten her? Das ist ja krank, Mann. Ist das so ein Bot oder was ist das? Ah, mir kauft diesen Ritter ganz schön. Hey, der ist zu teuer. Ich kann mir den nicht leisten. Ich muss dann zehn Jacken anziehen. Ich muss zehn Jacken anziehen, damit die Klinge nicht durchgeht. Das ist heftig. Das ist krass. Wir müssen eigentlich, wenn wir rausgehen, müssten wir unseren Hals schützen, unseren Körper schützen und so dann rausgehen. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ich will das nicht machen. Ich habe meine Möglichkeit, dass mein Jesus tun können. Das ist ja das nicht so, wenn wir uns gut bekommen. Du bist ganz schön. Ich bin ganz schön. Ich bin ganz schön. Das ist ja das nicht. Na 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 snah ja ja ihr lieben, ich wollte nochmal kurz da nochmal etwas sagen, wir sind in den krankesten Zeiten, die man ja überhaupt noch sieht. Falls mir irgendwas passieren sollte und ich dann auf einmal nicht mehr da will, ihr müsst auf jeden Fall diese Arbeit fortführen, egal was ist. Ihr dürft niemals aufgeben und euch einschüchtern lassen von den Muslime. Denn das wollen sie ja, versteht ihr? Und ihr habt auch eine große Verantwortung gegenüber dieser Gesellschaft, gegenüber auch den Menschen, die die Botschaft des Herrn noch nicht gehört haben. Aber wir müssen immer mit dem Schlimmsten rechnen, deswegen sage ich das hier nochmal. Falls da irgendwas passieren sollte und ich dann nicht mehr da sein sollte, um das Ganze zu machen, dann führt diese Arbeit auf jeden Fall fort. Und werdet immer mehr und mehr und mehr und mobilisiert euch, vereinigt euch oder wie auch immer. Aber diese Arbeit darf niemals aufhören. Nie. Ihr seht ja, wie wichtig das ist, wie viele Menschen dann zum Glauben zurückgefunden haben, den Glauben angenommen haben, den Islam in Frage gestellt haben. Wir konnten sehr, sehr viel erreichen und vielleicht sagt der Herr eines Tages dann, okay, Armin, deine Zeit ist gekommen oder einer von uns, egal wer, deine Zeit ist jetzt gekommen. Oder vielleicht will der Herr auch, dass ich im hohen Alter an irgendwas anderem stelle, weiß man ja nicht, aber man muss ja immer damit rechnen bei so welchen Leuten. Ja, ich will sowas eigentlich nicht sagen, aber wir müssen ja auch, wir müssen ja der Realität ins Auge blicken. Die Lage sieht nämlich sehr, sehr schlimm aus und schlecht. Und die Muslime sind sehr aufgebracht. Aber deswegen betet immer und bittet den Herrn, dass er immer weiter in Gnade hat und wir weiter in dieser Arbeit machen können. Und wir auch mit Muslimen ins Gespräch kommen, aber sie nicht aufgrund ihres Glaubens anfangen zu hassen. Ja, was nützt denn Pfefferspray, wenn sie auf einmal mit zehn Mann auf dich drauf kommen? Ich bitte nicht. Ich hoffe, du stellst dich nicht auf einen Platz draußen, gefährdest dich selbst und andere. Super. Ja, die Gefahrenlage ist extrem. Wenn der Staatsschutz sich also kontaktiert und sowas, dann weißt du, dass da... Ja. Nicht mehr zu Spaß ist. Ja, das haben wir heute, wir haben das doch schon seit gestern, haben wir es mitbekommen. Guten Morgen. CU 510. Ja, ja, der Staatsschutz hat mich am Samstag am Startschutzbeamter mich kontaktiert. Woher der meine Nummer hat, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber die sind in, weiß ich nicht, in sofort Nummer besorgt. Ja, der meinte, wie es mir geht, ob alles in Ordnung ist. Als hätte Gott ihm gesagt, dass er mich anrufen soll und mich fragen soll, wie es mir geht. Frag mal Dr. Scheer, aber wie es ihm geht. Dem guten Dr. Scheer. Ich habe dann zu ihm gesagt, er meinte, hast du Angst oder befürchtest du irgendwas um dein Leben? Weißt du, nein, ich habe keine Ahnung, das nachher. Er meinte, ja, achte auf jeden Fall um deine Umgebung und wenn was ist, dann kannst du entweder diese Nummer anrufen oder sofort die 110. Dein Name ist überall verzeichnet und die Polizei, die kennt dich ja schon. Mittlerweile bin ich ja schon bei jedem Polizisten bekannt. Das ist bei allen Polizisten bekannt, das ist unglaublich. Wahnsinn. Sobald mein Name so eingegeben wird, da sind die direkt alarmiert, sobald mein Name so auftaucht oder durchgegeben wird, da wissen die Polizisten sofort Bescheid. Wahnsinn. Ich habe euch ja erzählt, letztes Mal, ich gehe aus meiner Haustür raus und dann stand da auf einmal so ein Motorradpolizist, werde ich niemals vergessen. Dann steht der genau vor meiner Haustür auf seinem Motorrad und wartet, bis ich so rauskomme und guckt mich so lächelnd an. Meine ich so, gucke ich den auch so lächelnd an, sage ich ihm, guten Morgen. Sagt er, guten Morgen. Sag ich so, sind sie wegen hier, wegen meinem, ich hatte da irgendwie falsch gepackt, sind sie wegen meinem Auto da? Meint der so, nein, nein. Meint ich so, sie sind wegen mir da, sagt er, ja, ich bin wegen dir da. Als hätte so der Herr durch ihn durchgesprochen, so, wir sind da, um dich zu schützen. Heftig, ne? Das hatte so Gänsehaut, ne? Wahnsinn. Aber sein Gesicht war auch sehr, sehr freundlich. Bekam das so vor, als wäre er so, 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 total, so ein Engel auf Erden. Der hatte so ein totales Engelsgesicht, so als er gelächelt hat. Der war, der sah so freundlich aus, unglaublich. Der sah so ultra, kennt ihr so Menschen, die, wenn sie lächeln, so ultra freundlich aussehen? So, so kam mir das vor. Ich dachte, heftig. Und der stand, der saß da einfach auf seinem Motorrad und hat mich einfach so angelächelt, so. Heftig. Ja, die Polizei, ähm, äh, fährt so, glaube ich, mehrmals am Tag an meinem Haus vorbei, ne? Mehrmals. Allein nur aus, äh, Sicherheitsgründen, ne? Aber das Geniale ist, dort, wo, wo ich wohne, um die Ecke ist sogar immer Polizei. Das ist heftig, ne? Wo der Herr mich da hinbringt, ne? Da ist sogar eine Polizei, äh, mehr oder weniger eine Wache, oder? Da ist immer Polizeiwagen. Heftig. Einfach nur genial. Also in zwei Minuten wäre da immer irgendjemand da. Das ist heftig, das ist heftig. Aber wir dürfen ja unsere, ähm, unser Vertrauen niemals auf Menschen setzen. Klar, ich bin sehr begeistert über die Arbeit der Obrigkeit, auch wie sie, ähm, handeln und agieren. Also der Herr hat sie ja eingesetzt für uns. Aber trotzdem dürfen wir niemals den Fokus auf Jesus Christus, ähm, verlieren. Nicht, dass ich noch gleich stehen bleibe und, äh, du musst nie mit mir helfen müssen, wieder beim Abend schieben. Wisst ihr noch? Wisst ihr noch, als, äh, ich mit Mariam damals war das, ne? Äh, mit ihr gesprochen hatte. Und dann auf einmal mein Auto ausging, wegen, äh, irgendwie Batteriemangel oder keine Ahnung, irgendwas war da. Und dann weit und breit niemand, äh, in der Nähe war. Ich so, ich, mein Gott. Und dann auf einmal, weißt du, ihr müsst mal bitte beten, dass da jetzt jemand kommt. Und dann auf einmal, äh, alle Geschwister waren so am Beten. Auf einmal aus irgendeiner Ecke kam, von links kam dann irgendein, so ein Muslim. Und dann von rechts kam ein Muslim. Und, und ich in der Mitte und die beide kommen mir entgegen. Da hab ich genau beide angesprochen. Dann meinte ich so, äh, könnt ihr mir bitte helfen, den Wagen anzuschieben? Und dann auf einmal helfen die mir beim Anschieben. Einmal Gang, erste Gang rein oder zweite Gang war das. Bumm! Wieder weiter am Fahren. Wahnsinn. Wie der Herr diese zwei Muslimen dorthin geschickt hat. Wahnsinn. Ja, die Batterie war leer. Keine Ahnung. Irgendwas war da auf jeden Fall. Ich hatte da damals noch Probleme gehabt mit der Batterie. Jedes Mal, jedes Mal. Die hat sich irgendwie nicht mehr aufgeladen. Gott segne dich und eine Familie, mein Bester. Möge der Herr die Seele dieses Polizisten zu sich nehmen. Ja, wir wissen nicht, wie der Herr das entscheidet, ne? Ich wollte dich fragen. Ob er überhaupt was mit Jesus zu tun hat oder nicht, ne? Hast du mal nachgegoogelt, was für eine Bedeutung sein Name hatte? Ruven? Ja. Was bedeutet sein Name? Seht her, es ist ein Sohn. Heftig. Seht her, es ist ein Sohn. Und es ist einer der, in der Bibel, einer der zwölf Söhne, also einer der ältesten Söhne Jakobs. Wahnsinn. Der sieht auch sehr freundlich aus. Hast du ihn gesehen, was für ein... Ja, ich hab's gesehen. Wahnsinn, mir sind die Tränen gekommen. Wirklich so jung und echt... 29 Jahre hat eine Frau, Kind, alles. Das ist noch... Ja, ich will nicht sagen Kind gewesen, aber der war eigentlich... Ja. Hast du auch gesehen, was dieser Samra ausgesagt hat? Wer? Samra? Ja, der hat gesagt so, ja, Inschallah soll er sterben und so. Wahnsinn. Ja, gegenüber dem Stürzenberg, aber den Polizisten hat er nicht erwähnt. Ja, genau. Siehst du, in so einer Zeit, wenn du so eine Aussage tätigst, da brauchst du dich auch nicht zu wundern, dass die Leute dich dann ausweisen aus diesem Land. Mich würde es nicht wundern, wenn die Samra packen und in die Abschiebehaft stecken, ne? Ja. Lugia, danke. Seinen deutschen Pass entziehen, seinen deutschen Pass entziehen und nach Türkei abgeschoben wird, weil Türkei ein sicheres Land ist. Oder ist Türkei ein gefährdetes Land? Das ist absolut sicher. Absolut sicher. Also, wenn du mit so einer Gesinnung ins Internet gehst und da überhaupt gar kein Problem siehst, solche Äußerungen zu tätigen, ja, dann bitteschön. Dann trage auch die Konsequenzen, wenn die dich dann in die Maschine schicken und dir deinen Pass entziehen, egal ob du hier geboren bist oder nicht. Du bist ein Türke und dann wirst du nach Türkei abgeschoben, ganz einfach. Und dann siehst du die Tränen deiner Mutter, die du wieder verursacht hast. Warum? Weil du den coolen im Internet spielen willst. Da hat er schon mal seine Mutter da Tränen bereitet mit den Schiiten und so. Er will ja einen auf hart machen, schlägt er seine Mutter zur Seite und will die Schiiten so umlegen oder was auch immer der machen will. Er ist total gehirngewaschen, total am Ende mit seinem Disco-Imam, der noch heftiger aussieht wie 50 Cent und G-Unit. Das ist ein bisschen, mein Gott. Unfassbar. Was meinst du eigentlich? Wachen die Leute jetzt auf? Werden die Menschen jetzt irgendwie reagieren? War das ein Denkanstoß für alle, für die Politik und so? Was denkst du? Ja. Ja, der Samra ist, glaube ich, aus Gelsenkirchen, oder woher kommt der, ne? Ich habe keine Ahnung, woher der kommt. Ja, ich denke, mal gehört zu haben, dass der aus Gelsenkirchen oder so. Amir, was meinst du? Wird das irgendwas verändern jetzt? Werden die Leute aufwachen? Wird die Politik irgendwas unternehmen? Was denkst du? Es wird bestimmt zu Maßnahmen kommen, ja, aber das große Flächendeckende kannst du ja nicht retten. Das Kind ist im Brunnen gefallen. Natürlich stehen jetzt Parteien wie AfD und werden Zulauf bekommen, das ist klar. Du siehst ja, dass sie jetzt auch wieder ultra heftige Zulauf bekommen haben und viele, viele in diesem Land sich eine Remigration wünschen, sehr viele. Und du siehst, dass sie dann auch heimlich dann auch wählen gehen und dann siehst du, dass die Partei nach vorne kommt. Gesteuert aber, kontrollierte Opposition, die das Ganze ja verursachen möchte. Also, wir müssen abwarten. Ich bin selber gespannt, wie das Ganze weitergehen wird und was diese Elite vorhat. Ich meine, jetzt ist die EM vor der Tür. Es wird Massen von Menschen in einem Stadion sein. Ich meine, ich mache mir echt Gedanken, was da jetzt noch alles auf uns zukommt. Ja, was ist denn mit der Sicherheitslage jetzt für die EM? Welcher, welcher, die Leute sind sich ja gar nicht bewusst, dass der islamische Staat selber ja auch so Anschläge aufgerufen hat. Ja, super. Ich habe schon gesehen, dass in meiner Stadt wird vorbereitet, also die Polizei bereitet sich gegen Anschläge schon vor. Also das ist ja Wahnsinn, dass die sich schon in... Man holt sich also Leute ins Land, die nichts Gutes im Sinne haben und dafür verantwortlich sind, Andersgläubige dann, ja, nacken zu therapieren. Unfassbar. Amir, danke, dass du mich hochgeholt hast. Gott segne dich. Danke für deine Arbeit. Mach weiter, Bruder. Bete, bitte. Bete, mach wieder. Mach ich, Bruder. Danke, danke. Ciao. Toni. Grüß dich, Armin. Grüß dich, Toni. Nur zwei Sachen und zwar, die Freundin meines Bruders ist ja Kriminalpolizistin und Markus Lanz stahlt ja hier oder die Produktion ist ja hier in Hamburg. Also auf jeden Fall kenne ich die Post-Mail-Adresse. Ich weiß nicht, ob das Großes bringt, ob man sich da bewerben kann, aber eigentlich jetzt nur das Thema ja aktueller denn je ist und vor allem auch, was ja auch sehr unterschätzt ist, ist die Gefahr aus dem Internet. Das wird so stiefmütterlich behandelt. Das, was du die ganze Zeit machst, Aufklärung, 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 weil das ja meistens in Gruppierungen passiert, gefiltert wird und so aus acht Klasse. Viele radikalisieren sich ja dadurch, jeder Jugendliche hat ein Telefon in der Hand. Du kannst 24, 7 gefühlt immer auf alles zugreifen, ob man da die Möglichkeit hat, dass man dich da mal ins Gespräch reinbringt. Weil du kannst ja nicht nur vom Islam oder von Jesus Christus erzählen, sondern auch, wie es hier im Internet abgeht. Das ist ja echt mal eine gute Sache. Ja, aber die lassen so einen wie ich doch nicht da hin, Mann. Ach, der Pierre Vogel ist natürlich eine schillende Figur gewesen. Den haben die natürlich da hingelassen, weil er sehr viel Tumult gemacht hat in den Medien, weißt du? Und dann haben die den natürlich eingeladen. Aber ich frage mich auch, warum die solche Leute überhaupt einladen? Warum? Weswegen? Was für einen Sinn ergibt, dass denn so einen Selef wieder einzuladen, neben dann so eine Reichweite zu geben? Und es sei denn, der Pierre Vogel ist wirklich irgendjemand von, weiß ich nicht, von diesen Leuten da, ne? Ja, das hat mich auch gewundert. Weil im Endeffekt, wenn du nach Zahlen gehst, er vertritt ja jetzt, muss man so sagen, er vertritt ja jetzt nicht 4, 5 Millionen Muslime, wo man sich jetzt denken würde, hey, guck mal, damit können wir Wählerstimmen catchen oder damit schmieren wir ein bisschen Honig um den Mund der Muslime, sondern seine Gesinnung ist ja eher im kleineren Spektrum. Ja. Aber, ja, also mal gucken. Vielleicht klappt es, vielleicht klappt es ja nicht. Und die andere Sache, was ich sagen wollte, ist, wenn Leute hier reinkommen und suggerieren mit, ah, Ex-Muslim, dann musst du Iraner sein. So, äh, so von wegen, das sind weichgespülte Muslime gewesen. Kein Wunder, dass sie den Glauben verlassen, was, ah, Schwachsinn ist, weil, guck dir mal Iran an. Äh, fast Bilderbuchartig. Ich muss mal kurz telefonieren. Ja, alles gut. Also Leute, ich, äh, habe einmal die E-Mail-Adresse, äh, gepostet. Also wenn jeder, ähm, da einen Zweizeiler verfassen kann, äh, ich weiß, dass man da auch Anfragen stellen kann. Also auf jeden Fall, es wird gelesen. Es landet ja auch nicht im Spam oder dergleichen. Ähm, wäre echt eine schöne Sache. Weil Bruder Amir ja auch aus einer anderen, äh, komplett anderen Sichtweise auch erzählen kann. Vor allem, was hier auch im Internet, äh, äh, passiert. Nicht nur auf deutschen Straßen, sondern auch vor allem, was im Netz passiert. So, ich bin wieder da. Teil von Ihnen dürfte mit Ihnen. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ja, äh, und eine andere Sache. Also ich habe, äh, äh, damals mich, ähm, tatsächlich auch auf EM-Tickets beworben. Ja. Und, äh, allerdings dachte ich mir, entweder das Eröffnungsspiel oder das Finale. Und dann habe ich mich für das Finale entschieden, für vier Tickets. Und habe tatsächlich erst drei Tage später das dann gesehen, per E-Mail, den Zuschlag bekommen für das Finale. Ähm, und, äh, damals, also man konnte nur über, ähm, Kreditkarte zahlen, was ein bisschen damals schwierig war, weil es war jetzt nicht günstig und dann musstest du innerhalb von ein paar Tagen die Karten bezahlen. Aber das mal beiseite, äh, äh, schon Wochen später hatte ich zu meinem Bruder gesagt, ey, Alter, und dann ist das auch noch in der Stadt Berlin im Olympiastadion. Ja. Man hat, äh, äh, also ich nehme zwei Geschäftskunden mit um meinen Bruder. Und, äh, ja, man hat so echt ein mulmiges Gefühl, ne? Ja, das ist doch. Und vor allem, weil es auch, äh, sorry, nichts gegen Berlin, aber eigentlich doch, muss man das so sagen. Irgendwie, Berlin ist nochmal, ne, irgendwie eine andere Stadt, was, was sowas betrifft, finde ich. Sie ist anfälliger für alles, ne? Ja. Na gut, ähm, eine abschließende Sache noch, äh, dass mit Iran Leute reinkommen und sagen, ja, du musst bestimmt Perser sein, ne, weil blablabla, blablabla und hin und her. Äh, äh, wieso? Guck dir doch mal Iran an. Fast bilderbuchartig, äh, äh, setzen die den Islam um. Und die, äh, die Perser, die den Glauben verlassen, äh, sind die Intelligenten. Und es gibt, äh, weltweit sehr, sehr viele schlaue Menschen. Es gibt auch sehr, sehr viele schlaue Menschen, die leider noch in diesem Land gefangen sind, die aber sehr, sehr intelligent sind. Und das ist, ja, immer schwierig zu behaupten. Nur weil man Perser ist, ist ja klar, dass du dann den Islam verlassen hast, was, äh, mit dem einen überhaupt nichts zu tun hat. Blödsinn, es gibt Syrer, es gibt Afghanen, es gibt, äh, Nigerianer, es gibt, ach, von jeder Sparte gibt es. Nur bei, bei den Iranern ist das am häufigsten oder kommt das häufigst vor, weil die anderen sich nicht trauen, ihren Mund aufzumachen, das ist das Problem. Ja, und weil alle schlaue Menschen sind. Ich kenne so viele, äh, äh, auch aus Lüneburg, die, äh, in der Gastronomie tätig sind. Super friedlich, äh, äh, lebende Menschen. Und, äh, Mutter, Vater, äh, ich, ich, äh, wer, worauf basiert denn die Anekdote, wenn du in der Heimat, fragt man dich, äh, wenn du kein Arzt, kein Rechtsanwalt, äh, kein Arzt, kein Rechtsanwalt oder kein Mediziner geworden bist und trotzdem bist du, äh, Multimillionenschwer mit deinem Unternehmen, dann gilt das bei denen, ach, aus ihm ist nichts geworden. Ja, so in etwa, genau, ja, sehr heftig. Ja, na gut. Ja, die Iraner sind viel auf Bildung, halt, ne, also, das ist heftig. Das ist, das stimmt wirklich. Na gut, dann möge, äh, Gott dich segnen, uns alle segne und hoffentlich, dass dieser Albtraum irgendwann hier ein Ende hat. Ja, Amen. Okay, Toni, danke dir, ne? Danke für alles Wohl. Ciao. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ja. Das Ganze spitzt dich immer weiter zu, ne? Sowohl die Schlinge, sowohl die Schlinge der abgefallenen Christenheit wird zugedreht, also, und so. Was? Haben mir die Sagen, dass er Christ wäre? Was wäre denn? Was ist denn los? Habe ich irgendwas verpasst hier, oder? Was ist denn hier los? Was gibt's denn hier zu beanstalten? Ah, mir die Medien sagen, dass er Christ wäre, der Täter. Ja, das ist natürlich klar. Also, Christen ziehen los und besorgen sich ein, äh, ein, äh, M-E-S-S-E-R und, äh, hauen dann auf einmal in Islamkritiker rein. Natürlich, klar, Christen hauen in Islamkritiker rein. Es ist, es ist sehr weit hergeholt, dass eventuell ein Muslim sich ein M-E-S-S-E-R besorgt und in einen Islamkritiker reinhaut. Das ist viel zu weit hergeholt, dass es ein Muslim wäre. Hast du recht, das war ein Christ. So kaputt und fertig sind wir hier geworden. So kaputt und fertig. Ja, die Medien, die sagen noch nicht mal den Namen. Habt ihr gesehen, das war ein Mann, der, äh, in den Islamkritiker reingehauen hat. Die, äh, ich glaube, die, äh, versuchen sogar die, die Nationalität dieses Mannes zu verheimlichen. Ähm, ja. Ja, und dem Ganzen nicht noch mehr Putsch zu geben, weil die wollen so AfD nicht noch mehr, äh, Wind in die Segeln pusten, oder wie sagt man, ne? Dass sie noch mehr, ähm, vorangetrieben werden. Suleyman, ja genau. Christen heißen Suleyman. Christen heißen Suleyman und Mohammed und, äh, Ahmad und so. Ja, klar, naja, ja, klar. Ich weiß nicht, ich, ich, ich glaube, ich bin reif für Urlaub, ehrlich. Das ist, das ist, das ist mir alles viel zu heftig hier, ehrlich. Wenn ich solche Aussagen, äh, höre, die Medien sagen, dass der Typ Christ war, ne? Der hat einfach voll den Salafi-Bart, der Typ. Und, äh, da sagen die, äh, das war ein Christ. Ja, okay, unabhängig jetzt mal von seinem Bart, aber diese Gesinnung in einen Islamkritiker reinzuhauen. Ich kenne keinen Christ hier in Deutschland, der losziehen würde und ein MES-SER besorgen würde und das in die Menschen reinhauen würde. Also, komm, bitte. Die Leute sollen sich nicht lächerlich machen. Und zudem kommt auch noch, dass du sowas nicht dem Herrn Jesus Christus in die Schuhe schieben kannst, weil Jesus Christus niemals mit Gewalt reagiert hat. Das heißt, selbst wenn er ein Christ wäre, können wir ruhig und getrost sagen, das hat mit Jesus Christus nichts zu tun. Amen. Wir können das wirklich sagen, aber die Muslime können es nicht sagen. Wir Christen können sagen, das hat mit Jesus und der Bibel nichts zu tun. Aber der Muslim kann das leider nicht sagen. Das ist das. Weil seine Religion, weil sein Mohammed und weil seine Ideologie eins zu eins das wiedergibt, was sich dort drin verzeichnet ist. Er ist also und hat nach seiner Ideologie und Religion gehandelt. Aber wer würde denn auf die Idee kommen, als Christen durch die Gegend zu laufen und sagen, Jesus Akbar, Jesus Akbar, dass irgendwelche Leute in den Innenstädten rumlaufen und Jesus Akbar schreien. Jesus Akbar. Was ist das? Hat er Probleme oder was? Soll ich jetzt mit euch Zeichensprache reden oder was? Kann mal bitte jemand reinkommen und für Taubstumme mal hier für mich übersetzen oder was? Kann jemand sowas? Kann jemand die Gebärdensprache? Ja, wir müssen doch... Auf allen Linien müssen wir dabei sein. Ist doch kein Problem. Dr. Scheer Abou Amel ist für alle da. Dr. Scheer Abou Amel ist für alle da. Er sagt, Mensch, Mensch. Das haben die gelernt. Gebärdensprache, Mensch, Mensch. Warte, ich kann auch zwei, drei Sachen zeigen. Warte mal. Einen Moment. Du, 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 Jesus, Liebe, Jesus, Liebe, Jesus, Liebe, Jesus. Hammer, ne? Dr. Scheer Abou Amel kann Gebärdensprache, ja? So sieht's aus. Hatte ich keinen Empfang mehr gehabt oder was? Hi. Hi. Was geht ab? Hast du mich vermisst? Ich vermisse dich immer. Wo warst du? Boah, ich war ein bisschen da, mal da und so, du weißt. Ach so, okay, dann mach's gut. Amel? Ja? Also ich hab jetzt mit dem, äh, die E-Mail, die ich, äh, gepostet hatte, ähm, Hagedorn, mit dem Herrn Hagedorn, hab ich eben gerade telefoniert. Äh, es genügt, wenn man ihm schreibt, äh, und er kann das an die Redaktion direkt weiterleiten. Ja, vielleicht sind wir bei Dr. Scheer Abou Amel bei Markus Lanz. Ja, ja, ich hab, ich hab ihn, ich hab ihn da... Ich stehe da in mein Scheeranzug hin. Ja, und ich, ich steh, ich steh hinter dir mit dem T-Shirt, was ich noch im Büro habe. Nee, ähm, ich hab wirklich... Braucht euch, braucht euch Tickets für Markus Lanz. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Um eure Dr. Scheer Haut nachzuerleben. Aber ich glaube, er hat gar keine Zuschauer seit, äh, seit Corona, glaube ich, hat er keine Zuschauer mehr. Ja, aber das tut es ja, ja. Ja, aber ich hab ihn das so ein bisschen aufgedröselt, worum es geht, ähm, äh, ich meinte, dass man zumindest so den Kontakt, ich meinte zu ihm, weil er hat auch die andere E-Mail-Adresse genannt, die jetzt gerade Bruder Pavlos gepostet hatte, ich meinte, was ist Erfolgsversprechen? Er meinte, schreiben Sie mir direkt, ich leite das an die Redaktion weiter, vermerke auch, dass sie angerufen haben, ähm, wäre trotzdem super, wenn andere Brüder und Geschwister hier aus dem Chat schreiben, natürlich, äh, ähm, ähm, ja, seriös, äh, und wäre echt eine coole Sache, ne, wenn das klappen würde. Weil ich hatte ihm so kurz angedeutet, ich meine auch zu ihm, es geht auch vor allem, äh, er wurde auch erwähnt in dem Zusammenhang mit, äh, dem Anschlag in, äh, Mannheim. Und aber, dass man nur den Kontakt erstellt, weil den Rest kannst du am besten, äh, dich erklären, erzählen und worum es geht. Ja, okay, danke dir, Toni. Gut, so viel dazu, also wenn ich nachher, äh, im Büro bin, äh, mache ich mal eine E-Mail fertig, kann die, die, die ja screenshotten und erst mal vor, äh, dir schicken, dann kannst du die absegnen. Schauen wir mal, wenn der Herr das will, dann wird es so passieren, wenn nicht, dann ist nicht schlimm, wir machen weiter mit unserer Aufklärungsarbeit. Ich habe ja auch eine kleine Tür geöffnet bekommen, eine große Tür von Herrn Jesus Christus Offenbarung 3, die niemand verschließen mag, verstehst du, die niemand verschließen kann. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, da habe ich doch schon ganz Deutschland, Österreich und Schweiz ja schon erreicht, da brauche ich ja nicht ZDF. Ja, ich bin, ich bin mittlerweile so von der Reichweite fast wie ZDF locker, äh. Ja, was natürlich ein bisschen schwierig ist, äh, ich muss wirklich sagen, anfangs, äh, äh, es gibt ja auch Lanz und Precht, diesen Podcast, anfangs, äh, äh, bei gewissen Themen, äh, ist halt, äh, Lanz ja sehr, sehr eigen, wie er Fragen stellt und wie er nachhakt. Aber mittlerweile muss ich wirklich sagen, äh, wenn man sich, äh, die vergangenen, äh, Gästeabende angeschaut hat, wirkt er auch so leicht, ähm, mit seinen Nerven so angespannt, dass man merkt, man merkt, dass er, was das Thema Islam schneller hochfährt, so eine leicht genervte Art dann an den Tag legen. Damals war das alles viel toleranter, wenn er Fragen gestellt hat. Ja, ja. Ja, die wissen ja auch um die Gefahren des Islams, also die sind ja auch selber aufgeklärt, nur die dürfen das nicht äußern. Die müssen politisch korrekt sein. Ich, ich sehe schon, komm, du, äh, du, äh. Also ich bin politisch inkorrekt. Ich bin politisch inkorrekt. Bei mir gibt's nur Gebretter. Bei mir wird nur Gebretter. So wie ich 300 auf der Autobahn fahre, so werde ich auch mit 300 in diese Kamera brettern. Ich sehe schon, komm, äh, äh, du brichst einen Weltrekord. Äh, fünf Sekunden, Suche 9, Vers, äh, 5 oder Vers 28, 29, Tschüss, Sendung ist vorbei. Ja, genau. Ja, schauen wir mal. Dr. Schere und seine Hetzis, lass uns sich das nicht bieten hier. Wer lasst uns nicht hier abspeisen? Ja. Na gut, morgen, Bruder, dann fahr vorsichtig. Ja, tschau, 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 tschau. Dr. Schere, war mir bei Markus Franzi. Aber ich würde mir wünschen, dass er, äh, dass auch ein, äh, wie heißt der, äh, dass ein Tim Kellner auch mal da auftritt, ne? Der ist aber auch viel zu, äh, Wortgewandt für diese Leute. Yo, 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 yo! Hey, 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 hey! What's up, what's up? Nothing, what's up but you! You're very good, you! You're very good, you! What's up, what's up, what's up! Hey, hey, hey! Hey! Ex-Muslim! Ja! Ja! Wieso nennst du dich Ex-Muslim? Bitte? Wieso nennst du dich Ex-Muslim? Wieso nennst du dich nicht bei Namen? Ja, ja, weil ich Bock drauf hab, hast du ein Problem damit? Ja, hab ich! Ja, dann musst du weggucken! Nee, kann ich nicht! Ja, okay, warte mal ganz kurz, dann zeig ich dir mal was, guck mal! Ja, ja, guck mal! Ja, ja, guck mal! Ja, ja, guck mal! Ich mach dir noch ne Bye-Bye! Nett, dass du hilfst! Ja klar, ich bin ein netter, zuvorkommender zivilisierter Mitteleuropäer, der dementsprechend seine Mitmenschen Liebe und Gerechtigkeit an den Tag bringen möchte. Dr. Shetabuami, wie er leibt und lebt. Braucht ihr Hilfe? Ruft mich! Braucht ihr keine Hilfe? Und dann ruft mich auch nicht! Tschüss! Heute war ein guter Stream. Ich fand den Stream heute sehr sehr lehrreich, sehr sehr informativ, sehr sehr zuvorkommend. Die Gesprächspartner waren heute mehr oder weniger sehr gut, sehr gediegen, sehr verständnisvoll, bis auf den einen oder anderen, der wieder Kamelurin an den Tag gelegt hat, wie immer. Und wird dringend Zeit für die Rückführung der verblendeten Geschmarrots, also wie verblendeten Legehennen. Kamelwiesel. Ja, Leute, lasst das nicht so, dass ihr anfängt, die Leute zu hassen. Wenn du im Glauben bist, dann solltest du genau wissen, was du zu tun hast, den Herrn Jesus. So langsam aber sicher bekommt Dr. Sheetra von ihr Hunger. Ja, man muss diese Ideologie wirklich von einem Menschenrechtler nochmal, oder was heißt Menschenrechtler? Man muss das durch gesunde, also durch Hände mit gesundem Menschenverstand durchgeben. Menschen, die sich das Ganze nochmal betrachten, die sich die Bestandteile des Islams angucken und ob das den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt. Dieses Buch ist ja ein hetzerisches Buch. Und die Muslime können, wow, der ist fast da reingefahren. Verrückte. Also erstmal Abstand halten von dem vor mir. Ja, also das muss auf jeden Fall durch Hände durchgehen und durch gesunde Menschenverstand und das Ganze muss dann nochmal überprüft werden. Und dann muss man entscheiden. Ich dachte, in einer Demokratie entscheidet die Mehrheitsgesellschaft über den Zustand hier. Aber ich sehe auf einmal, dass in der Demokratie irgendwie die Mehrheit, der Meinung der Mehrheit irgendwie völlig egal ist und die Ängste und Sorgen dieser Gesellschaft total ignoriert wird. Also, ist das Demokratie oder was ist das? aqui, poo schon. Kameruweinmare noch, aber ich sehe Kameru kurz. worshäret, ich sehe Kameru. Aber wir dürfen uns niemals unterkriegen lassen. Armin, wir haben keine Demokratie, ja. Das sind auch schon sehr lange bewusst. Ja, wir dürfen die Worte von Horst Seehofer niemals vergessen, als er sagte, diejenigen, die gewählt wurden, haben nichts zu entscheiden und diejenigen, die entscheiden sollten, wurden nicht gewählt. Das ist heftig. Was für eine Aussage. Das nennt man so einen freudischen Versprecher oder was, ne? Weil die Leute sich dann dachten, wie, was ist das denn? Was erzählst du denn da in der breiten Masse da? So wie der Lauterbach auch damals in irgendwelchen Interviews hier und da mal die Wahrheit rausgerutscht ist. Das nennt man so einen freudischen Versprecher. Man will, man weiß die Wahrheit, vertuscht sie, aber irgendwie kommt sie dann doch raus. Durch einen Versprecher oder was? Katastrophe. Ich bin wieder geworden. Danke. Danke, Marc. Ja, Psalm hören wir auch gleich. Wartet, ich muss noch ein paar Sachen endetigen. Aber wer ist für dich zur Ermutigung? Ja, genau. Jesaja 41, 10. Ist auch einer meiner Lieblingsversen aus der Bibel. Aber mein absoluter Lieblingsvers ist 1. Johannes 4, Vers 6 bis 7. So, Dr. Cheikh Abouane ist wieder da. Mach mit Lanz auf TikTok. Stell dir mal vor, man kriegt so Markus Lanz an die Strippe für Livestream. Mit Dr. Cheikh Abouane. Markus Lanz an die Strippe für Livestream, die alle anschneiden, alle anschneiden, also ich muss nur einen in die Strippe kommen. Das ist das selbe Tüche. Ja genau, Markus Lanz ist eigentlich nur ein Redner vom Staat. Ja gut, man kann aber seine Reichweite, man kann die Reichweite von ZDF dafür nutzen, um Aufklärung zu machen und die Menschen auf Jesus Christus aufmerksam zu machen. Das ist ja natürlich Vorteil, ne? Fahrt vor und Nachteile. Du wirst natürlich dann noch bekannter und noch gefährdeter, aber ja, die Menschen hören dann die Botschaft direkt im Fernsehen. Das ist das Heftige. Sie hören dann von Jesus Christus. Wahnsinn. Das wird der Satan noch niemals zulassen. Weiß man nicht. Wer weiß. Vielleicht hat der Dr. Cheikh Abouane doch eine noch größere Tür geöffnet bekommen, um den Namen Jesu Christi durch die ganzen Medien durchzujagen. Das ist heftig. Leute, kehrt um. Ihr habt nicht mehr so lange Zeit. Ihr müsst umkehren. Jesus Christus ist gekommen, um euch Rettung anzubieten. Vergiss das niemals. Ihr werdet eines Tages sterben. Diese Welt geht dem Bach unter. Aber direkt wird dann etwas dazu gesagt. Das ist heftig. Ich hoffe, wer weiß. Wenn der Herr das erlaubt, dann ist das so gewollt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ist aber egal. Und ich glaube, wenn ich dann so rede, dann schneiden die das, glaube ich, raus oder was. Die sind ja so. Also von denen kannst du nicht erwarten, dass die ehrlich genug sind, um alles da auszustecken. Hallo? Was ist das? Was? Was ist das? Wo bist du da? Wo? Warte, was zeigte, wo ich bin. Ist das dein Kinderzimmer, oder was? Nein, mein Wohnzimmer. Du lebst doch mit deiner Mutter und deinem Vater zusammen, Mann, nicht? Nein. Bist du Muslim? Ja, warum tust du so, als würdest du alleine leben, obwohl du bei Mama und Papa lebst? Ich lebe wirklich alleine. Willst du jetzt eine Ruhntour haben, oder was? Ja. Ja, auch, aber. Ja, zeig mal, komm. Ich möchte gerne mal deine Wohnung begutachten. Willst du? Ja. Willst du aber nicht? Ja, das ist blöd, wenn man auf einmal Mama und Papa das riesige Bett sieht, ne? Der kleine Junge. Lebt in einem Hotel, Mama macht hier einen auf G. Mit seinem lila Zimmer, ey. Was war das, wenn ich das mal wüsste, was das war? Boah, ich glaube, ich esse mir mal ein Apfelchen. Ein Äpfelchen. Ein Äpfelchen. Der Danny, der isst ja nur abhausenlos am Essen. Bei dem hörst du nur Schmatzen in seinem Stream, ey. Der Bruder Danny, der isst nur am Essen, ey. Der ist auf Dauer Hunger, Hungerschaltung, ey. Unglaublich. Wie viel der auch essen kann, das ist nicht normal. Ich dachte, ich wäre ja schon der brutale Essen und so mit all you can eat und alles. Aber der, boah. Der macht dich richtig arm und isst dir noch die Haare vorm Kopf, ey. Reza hungert wegen Benni. Cool, cool. Ich sag immer, ja. Ja, kann durchaus sein, ne. Die müssen immer das Doppelte und Dreifache dann in Hessen machen, weil der Danny muss ja bedient werden. Lass uns so lange ein, lass uns Isaiah 53 ein. Isaiah 53. Und allmächtigen offenbar geworden. Er wuchs vor ihm ab. Wer hat unserer Botschaft geglaubt und wem ist der Arm des Allmächtigen offenbar geworden? Er wuchs vor ihm auf wie ein Spross. Er entsprang wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine besondere Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, das wir ihn begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und Mitleiden vertraut. Wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt. Er war verworfen und wir haben ihn für nichts geachtet. Doch er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen. Wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Um unsere Übertretungen willen war er verwundet. Um unsere Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. Wow, danke, Herr. Die Strafe zu dem Frieden lag auf ihm und durch seine Wunden ist uns Heilung geworden. Amen, danke, Herr. Wir alle würden umher wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Aber Gott warf unser aller Schuld auf ihn. Danke, Herr. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich. Er tat seinen Mund nicht auf. Wie heilig der Herr Jesus Christus ist, das können wir uns gar nicht vorstellen. Er hat geschlagen, getreten und er hat nicht mal seinen Mund aufgemacht. Wahnsinn. Er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren. Und er tat seinen Mund nicht auf. Er ist weggenommen worden aus der Angst und aus dem Gericht. Wer aus seinem Geschlecht dachte darüber nach? Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Er wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen. Man begrub ihn bei Gottlosen, aber im Grab eines reichen Mannes, weil er kein Unrecht begangen hat und nichts Trügerisches in seinem Mund gewesen ist. Es war der Wille Gottes, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, so wird er Nachkommen haben. Er wird seine Tage verlängern. Und das Wohlgefallen des Allmächtigen wird in seiner Hand gedeihen. Halleluja. Danke, Herr Jesus Christus. Danke für deine Gnade, Güte und Liebe, die du uns erwiesen hast, als du durch den Propheten Jesaja gesprochen hast. Diese Worte auf den Messias. Ja, viele Rabbiner geben auch zu, dass der Psalm 53, einer der höchsten Rabbiner bei ihnen, selbst die da Bambam und so, sagen Jesaja 53, ist der Leidensweg des Messias, der für die Sünden der Menschen bezahlen wird. Die höchsten Rabbiner. Da kann kein Jude kommen und sagen, nein, das bezieht sich auf Israel. Das ist Quatsch. Das ist völliger Blödsinn. Das sind Juden, die sich bewusst entschieden haben, Jesus Christus abzulehnen. Obwohl sie die Wahrheit haben in ihrer Schrift. Wahnsinn, in ihrem Tanach. Haben sie sich entschieden, Jesus Christus abzulehnen. Ist auch ihr gutes Recht. Sie werden dann aber einen falschen Jesus Christus bekommen. Einen falschen Messias werden sie bekommen. Den falschen Messias. Ja, kein Problem. Lehnt ihr also euren Schöpfergott ab, der ins Fleisch gekommen ist. Der Ewigkeit. Der Sohn, der euch geschenkt wurde. Ein Kind, das euch geboren wurde. Auf dessen Schulter das gesamte Dasein rute. Und man seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater Friedephörst genannt wurde. Habt ihr abgelehnt? Okay. Dann bekommt ihr den Antichristen. Dann brauchen wir uns nicht mehr zu wundern. Ja, die Juden werden auch durch die Hölle gehen. Das ist heftig. Durch diese gesamten Schriften und alles. Das ist heftig. Armin, lest mein Vers dazu vor. Wie meinst du das denn? Ich bin gerade am Fahren, ich kann nicht lesen. Und hier ist alles, ich bin gerade in so einer Baustelle. Kennt ihr das, wenn ihr dann auf der linken Seite fahren müsst und das alles so verengt ist, dass ihr fast so ein LKW am Küsten seid, ne? Ja, nur Millimeter. Das ist echt extrem, ey. Ich denke, jeder jeden Moment, ich fahre einem LKW da in die Seite rein. Aber doch durch ihre apometrisch Konzentration geht ja da schon hin. Johannes 10, Vers 33. Auch sehr, sehr wundervoll. Der Vers, die gesamte Bibel ist wundervoll. Und hier ist ein LKW, der sich in die Mitte des Hauses befindet. Und hier ist ein LKW, der sich in die Mitte des Hauses befindet. Ja, natürlich ist bei Sprüche 30 für Jesus der Sohn Gottes erwähnt. Ja, klar. Der Name des Sohnes. Der Name des Sohnes Gottes. Warte, wir schauen mal nach, was Ruven bedeutet. Was bedeutet der Name Ruven? Laut Wiktionary, der Tätige, der voll des Tatendrangs, der Verwegene, entstanden aus der altnordischen Sprache, wo er ursprünglich Ake bzw. Aki lautete und sich über Auge be... Uwe, Ruven. Uwe, was für Uwe, Mann. Ruven stammt aus dem Hebräisch und bedeutet Seed. Ruven, eine weitere Form, Rauben. Heftig. Mal gucken, was die Medien dazu sagen, was jetzt zur Zeit abgeht. Ruven, Ruven-Lauer-Polizist. Amazon bietet bis zu 8.000 Euro für Aus- und Weiterbildung. Die arme Familie, die Freunde, Verwandte, Wahnsinn. Die müssen ihren Sohn, Familienpartizist, um zu helfen, bezahlte das mit seinem Leben. Der bei der Messerangriff in Mannheim schwer verletzte Polizist ist tot. In Mannheim trauerten die Kollegen auf dem Marktplatz um ihn. Er wurde nur 29 Jahre alt. Isabel Bujana. 29 Jahre, ihr Lieben. Mannheim trauert, um den Mann, der sein Leben der Aufgabe widmete, Menschen zu retten. Als der Polizist genau das tat, wurde er selbst mit einem Messer attackiert. Er starb jetzt an seinen Verletzungen. Seine Kollegen und die Bürger, die öffentlich auf dem Marktplatz trauern, sind auch unheimlich berührt von dem, was hier passiert. Es ist ja mitten hier in der Stadt. Wir stehen jetzt am Marktplatz, wo das Ganze passiert ist. Es ist am Freitag und wir sind entsetzt, dass in unserer Stadt so etwas passieren kann, in unserer Vielfaltstadt. Ruven L. war Polizeioberkommissar und er war Organspender. Auch deshalb war sein Körper, nachdem der Hirntod festgestellt wurde, noch stundenlang an einer Herz-Lungen-Maschine angeschlossen. Am Sonntag um 17.03 Uhr wurden die Geräte abgeschaltet. Ruven L. wurde nur 29 Jahre alt. Mehrere Videos zeigen seine letzten Momente, als der Beamte mutig versuchte, den Messerangreifer zu stoppen. Ein 25-jähriger Afghane stach zunächst auf den Islamkritiker Michael Stürzenberger ein, der noch immer im Krankenhaus liegt, verletzt mehrere Menschen. Dann rammte er den Polizisten mehrmals von hinten das Messer in Kopf und Nacken. Erst dann konnte ein anderer Beamter den Angreifer mit einem Schuss stoppen. Die grausame, mutmaßlich islamistisch motivierte Messerattacke bewegt das ganze Land und auch die Politik. So schreibt Bundeskanzler Scholz auf Ex. Es bestürzt mich zutiefst, dass der mutige Polizeibeamte nach dem furchtbaren Angriff in Mannheim seinen schweren Verletzungen erlegen ist. Und Finanzminister Lindner kündigt Konsequenzen an. Der Tod des jungen Polizisten berührt mich sehr und mich macht wütend, was in unserem Land passiert. Gegen den islamistischen Terrorismus müssen wir uns zur Wehr setzen. Die Sicherheitsbehörden werden wir dafür finanziell weiter stärken. Schluss mit falscher Toleranz. Innenministerin Faeser spricht den Angehörigen ihr Mitgefühl aus. Ich bin zutiefst erschüttert, dass der Polizist, der eingeschritten ist, um Leben zu retten, durch die unfassbar brutale Messerattacke sein Leben verloren hat. In tiefer Trauer und Anteilnahme denke ich an seine Familie und Kolleginnen und Kollegen. 30 Kolleginnen und Kollegen des Polizisten sind aktuell dienstunfähig. Die Attacke belastet sie mental. Wenn man selbst Beteiligter an so einem Massaker ist, das muss man ja schon wirklich so nennen, dann geht das natürlich nicht spurlos an einem vorbei. Und das ist richtig, dass die beteiligten Kolleginnen und Kollegen sich jetzt in professionelle ärztliche Behandlungen begeben. Polizeiwagen werden nun Trauerflor tragen und die Fahnen an öffentlichen Gebäuden auf Halbmast gesetzt. Levy von Rando vor dem Kanzleramt in Berlin. Trauer, Entsetzen, groß. Und dann immer wieder verbunden nach solchen Taten und die Konsequenzen? Wisst ihr, was denn auch das Heftigere ist? Der hat ja nicht nur irgendjemanden auf dem Gewissen, der Typ. Der hat einfach einen Polizisten rumgelegt. Der Uwe Lauer, der war ja ein Polizist, Oberkommissar. Das ist heftig. Der hat also nicht eine gewöhnliche Person mal eben auf dem Gewissen. Der hat einen Polizisten auf dem Gewissen. Ja, für den deutschen Staat ist das natürlich extremst heftig. Für den Staat ist das natürlich nochmal eine Schippe drauf. Schönen guten Morgen, ihr beiden. Ja, diese Frage, die dürften sich jetzt viele stellen. Denn es hat ja über die Parteien hinweg in Bund und Ländern Bestürzung gegeben. Immer wieder aber eben auch mit der Forderung, dass etwas passieren muss. Der Bundespräsident zum Beispiel Frank-Walter Steinmeier, der eben auch nochmal beklagt hat, dass es hier eine Verrohung gibt in der politischen Auseinandersetzung und auch eine zunehmende Gewaltbereitschaft. Und man muss es auch ganz klar sagen, die Zahl der Messerangriffe, die ist in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. Und so werden jetzt eben immer wieder auch Forderungen laut, dass eben nicht nur der mutmaßliche Täter hart bestraft werden muss, sondern dass man das Problem sozusagen bei der Ursache packen muss. Da ist zum Beispiel der Innenminister aus Nordrhein-Westfalen, Bert Reul, der eben sagt, Messerkriminalität, die muss jetzt ganz stark in den Fokus rücken. Er sagt eben, dass es da mehr Kontrollen geben muss, was den Besitz und eben auch das Tragen von Messern angeht. Dass es auch Präventionskampagnen beispielsweise geben muss und eben natürlich auch härtere Strafen. Beim Missbrauch so fordert er das. Und auf der anderen Seite machen sich aber jetzt über die Parteien hinweg auch viele dafür stark, dass man etwas gegen Hass und Hetze von islamistischer Seite im Internet tun muss. Denn direkt nach der Tat, da ist ja im Internet ein Video kursiert auf der Plattform TikTok von einem Mann, der sich Imam Meti nennt, der das, was in Mannheim passiert ist, diese Gräueltat verherrlicht hat. Und der sogar auch dazu aufgerufen hat, dass es weitere Gewalt geben soll gegen Islamkritiker. Auch hier war das Ersetzen eben sehr groß. Da fordern zum Beispiel aus allen drei Ampelparteien Politiker, dass man hier sehr genau hinschauen müsse und eben zügig dann auch Strafverfahren einleiten müsse, wo immer das nachgehen würde. Leonie, welche Auswirkungen könnte denn diese Geschehnisse in Mannheim auf den Europawahlkampf haben, beziehungsweise auf die Europawahl? Die ist ja schon in sechs Tagen. Zuletzt war es ja eher so, dass andere Themen den Europawahlkampf dominiert haben, der Krieg in der Ukraine und auch in der Ost, beispielsweise hier in Deutschland, auch die große Sorge um die wirtschaftliche Gesamtlage und das Thema islamistischer Extremismus, dass es zuletzt vielleicht ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und jetzt durch diese schreckliche Tat in Mannheim wird das Ganze natürlich wieder ein bisschen in den Fokus gerückt. Und gerade die AfD hier in Deutschland und rechte Parteien in Europa, die machen sich das auch zunutze. Denn in Deutschland, innerhalb der AfD, wird diese Tat eben auch zurückgeführt auf die, Zitat, fehlgeleitete Sicherheitspolitik und Migrationspolitik der Ampel, die man eben in eine direkte Verbindung bringt. Die AfD-Chefs Alice Weidel und Tino Chrupalla, die fordern eben auch, dass es zum Beispiel keine Einwanderung mehr geben soll aus Afghanistan. Sie fordern sogar Rückführungen nach Afghanistan. Also hier wittert die AfD, die in Umfragen zuletzt ja geschwächelt hat, dies nochmal Punkte gut zu machen an den Eindruck. Im Moment steht sie in Umfragen bei 16 Prozent, was die Europawahlen angeht und auch bundesweit bei 16 Prozent. Und jetzt möchte man dieses Thema, das ja ein Kernthema ist, Migration und die damit verbundenen Probleme und eben auch Islamismus wieder nutzen, um bei der Europawahl eben nochmal, ja, eben ein paar Punkte zu holen. Da warnen aber dann eben auch Politiker von anderen Fraktionen davor, dass man das nicht mehr lassen dürfe, sondern dass man eben ohne Scheuklappen, aber gleichzeitig eben auch ohne Muslime unter Generalverdacht zu stellen, über das Thema Islamismus und mögliche Konsequenzen offen diskutieren muss. Ja, heftig, selbst der Imam Metti, der hat es durch die gesamten Medien geschafft, ne? Der Imam Metti, dann erwähnt er auch noch meinen Namen, den Namen von Elia und alles Mögliche, ne? Wahnsinn. Der hätte nicht gedacht, dass das so krass viral geht, ne? Über, 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 über. Oh, wow. Jetzt hat die Familie und Freunde und Verwandten natürlich zu kämpfen mit seinem Tod, ne? Wir haben da ihren Liebsten verloren und er ist weg, der kommt nie wieder zurück. Wurde aus dem Leben gerissen von irgend so einem Muslim, der die islamischen Schriften an dieser Gesellschaft praktizieren will. Mein Kollege, der fährt hier gerade an mir vorbei. Ja, besonders die Kinder, besonders die Kinder. Jetzt müsst ihr euch begeben, wie schrecklich das da gibt es. Dann gibt es natürlich nur noch die Heftigsten von allen. Das hat mit Islam nichts zu tun. Und, bist du auch jemand, der sagt, das hat mit Islam nichts zu tun? Nein, das hat, äh, nein, das ist ein Teufel gewesen, ja? Ja, okay. Das hört sich aber an, als hättest du deinen Infant nicht weggeschmissen. Ich finde, das war auf jeden Fall nicht gut von ihm. Gottes Segen für seine Familie, herzliches Beileid. Und, was soll ich dazu sagen? Ja, Deutschland hat sich das selber so gemacht, ne? Ja, genau. Deutschland hat sich den Wahnsinn hier rein importiert, und zwar massenweise. Und darunter gibt es natürlich ohne Ende Leute, die dann anfangen, Dinge zu tun, die Ultraschlipsen. Genau, das sind so. Und die anderen sind jetzt noch ruhig, bis der Ton oder bis der Ruf des Imams ertönt. Genau, so sieht es aus. Wir kommen aus einer Generation, wir sind es hier seit 20, 30, 40 Jahren in Deutschland. Wir können uns anpassen, so und so. Aber was sie da reingeschleppt haben, so und so, die sind alle kriegsgestört. Die haben keine Hemmungen und so. Und jetzt haben die das Ergebnis, ne? Ja, traurig. Das ist einfach nur traurig. Diese Gesellschaft geht den Bach runter, und die Menschen verstehen nicht, dass ihre Seele dabei auch aufs Spiel gesetzt wird. Und sie eigentlich zu Jesus gut ist. Die gucken nicht mehr zu Jesus, zweitens gucken die nicht mehr, was hier abgeht in diesem Land. Die verlieren den Überblick. Die machen über Sylt Aufstand, anstatt über andere Sachen Aufstand zu machen. Verstehst du? Ja, ja, klar. Ja, Sylt ist natürlich ein Vorwand gewesen. Und dann hast du gesehen, wie die auf einmal ihre Gesinnung der Leute hier in diesem Land, wenn zum Beispiel solche kleinen Deutschen dann da rumgrüllen, um Blödsinn rumgrüllen, dass man das dann aufgreift und dann so... Da machen die Aufstand, da machen die Aufstand überall, in welchen Medien auch immer, ne? Ja, genau. Also da sind die ganz schnell in sowas. Da sind die ganz schnell. Damit die Hauptsache, diese Rechts, Rechts, von wegen Rechts, die wollen nur... Sind nicht alle so Rechts. Die sind so... Die wollen ihr Land beschützen, so... Das heißt ja nicht Rechts. Deutschland hat einen Rechtstick. Die sind gestört. Verstehst du? Ja, sobald jemand hier in Deutschland irgendwie nur es wagt, Deutschland zum Beispiel den Deutschen oder Deutschland muss gesichert werden, die Grenzen müssen gesichert werden. Die SPD hat so ein Plakat gemacht, Deutschland den Deutschen. Hast du gesehen? Ja, ich weiß, ich weiß. Unglaublich, ja. Aber die kriegen keinen drüber, Alter. Ja. Ach, heftig. Wie gesagt, herzliches Beidat an diese Familie, an alle, die beteiligt waren. Aber das wird nicht besser, das wird immer schlechter jetzt hier. Das war nur der Anfang. Das sind die zarten Anfänge, gell? Die zarten Anfänge, die vorwehen. So sieht's aus. Ja. Ja, ich wollte noch viel erzählen, aber ich muss gerade ein bisschen was machen. Vielleicht komme ich später nochmal rein, okay? Bis später. Alles klar, ciao. Gott, weg für dich. Bis später. Ey, wie hört sich dieser Ton an, damit ich in Deckung gehen kann? Wie meinst du das? Ja, du hast ja gesagt, es sind viele, die schlafen, also die viele, die noch nicht aktiviert worden sind, die werden aktiviert durch so einen Ton. Wie hört sich der Ton an, damit ich dann in Deckung gehen kann? Du denkst, das ist dann so ein Pfeifen, was der Imam dann macht, ne? Ja, keine Ahnung, wie so bei Perch oder so, und dann geht's los. Nein, der Imam wird in der Moschee die Leute mobilisieren und dann aufrufen zum Kämpfen? Nicht, dass der einfach so einen Satz da sagt? Äh, so einen Ton von sich gibt, oder was? Ne, ich weiß es nicht. Also du hast ja gesagt, bis der Ton erklingt und dann werden alle erwacht und dann gehen alle los. Ich benutze, ich benutze Bildsprache und ich mein das nicht wortwörtlich, sondern dass der... Ja, weißt du, der Bildsprache benutzt auch. Was? Spione und Agenten benutzen Bildsprache. Aber sag mal wirklich... Aus, bitte. Kein Nerv auf sowas. Jetzt bitte nicht, ich bin sehr, sehr, sehr geladen. Ich bitte dich. Heute, bitte jetzt nicht. Bitte, bitte, bitte. Jetzt kommt der und geht mir auch nochmal auf die Nerven. Oh mein Gott, warte mal ganz kurz, einen Moment. Wir warten, ich blockieren, bitte, auf ewig. Was, was? Ich muss dich für immer blockieren, raus hier bitte. Wie ABK dich auseinander genommen hat, ich kann einfach nicht. Richtig beschämend, beschämend. Es ist beschämend. Diese Leute haben keinen Verstand, keinen Verstand. Ja, natürlich meint ihr das ernsthaft. Die sind so, die sind so. Der hier, der hier Auffassungsvermögen ist von ABK. Von Abichat. 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 Abichat in der Haus. Abichat. 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 dann wurde erwähnt ich komme sofort wieder ich bin ein prophet der erbe des kurans ja das steht unter tabletten ich glaube der ist gar nicht der ist gar nicht strafmündig oder was er strafmündig der ist glaube ich nicht recht zurechnungsfähig ich habe verstoß verwarnung bekommen das wurde auch nicht genehmigt ich habe versucht das ganze hier von dem team überprüfen zu lassen aber die haben es nicht genehmigt ich gehe raus und komme wieder gleich rein ja machen wir das so gottes segen ihr wundervollen dankeschön dass ihr da wart wir sehen uns dann gleich so gott will ja möge der herr jesus christus sein angesicht über euch leuchten lassen ihr wundervollen ich liebe euch von herzen möge der herr euch segnen müden und beschützen und sein angesicht über euch leuchten lassen vergisst nicht bleibt in der liebe und lasst nicht zu dass der hassen eure herzen zerfrisst weil das will der satan gottes segen ihr wundervollen gottes segen ihr wundervollen gottes segen ihr wundervollen bis später oder bis gleich oder so gott will bis gleich weil der vergiftet ist von seinem islamischen geist und glaubt mir dieser typ der hat bestimmt ganz normal gelebt ob ihr es mir glaubt euch hat eine frau er hat frau und kinder dieser suleman frau und kinder der hat einfach ganz normal hier gelebt ein bisschen ihr koran da dies da aber sobald es darum geht Allah und Mohammed zu verteidigen da kommt der letzte shisha moslem auf einmal auf den gedanken Allah und Mohammed zu verteidigen das ist das wahnsinn das verstehe ich nicht warum verteidigst du eine religion die nicht zögern würde dich genauso in die ewigkeit zu schicken aufgrund deines unislamischen verhaltens bestes beispiel ist ja isa schweißberg nein ich warum soll ich mich denn distanzieren also das hat doch warum soll ich das denn machen warum distanziert ihr euch denn nicht so wieder so was mit euch was mit euch so mit finger auf andere zeigen junge das kommt von deinen islamischen schriften dass der typ sich vergiften hat lassen was meinst du was denkst du die machen halt vor so einem isa heisen schwert äh meinst du die machen aus schwester isa waren die äh halt vor isa schwester isa der sich da wie eine frau hinstellt und äh tutorials macht wie man sich am besten pflegt das ist jetzt neuesten islam geworden das kannst du keine mit ich bin schockiert 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 einfach nur schockiert da kommt er auf den gedanken mal einmal in seinem leben ein wenig die sich zu verändern und zu sagen ich glaube eines tages wenn die muslime immer weiter zuwachs gewinnen und ich wie so ein kaffee lebe seiten auf null habe jedem mein körper präsent eine aura überhaupt nichts mit dem islam zu tun habe so tue als wäre ich ein moslem äh ein freizeit imam hier und da mal bin äh ich glaube die würden mir mein auto wegnehmen meine meinen ganzen besitz und takfir zu mir machen und mir mein blut zu halal erklären da kommt man nicht auf den gedanken mal zwei sätze zu lesen was es auf sich hat äh Allah und seinem gesandten loyalität zu zeigen ist das loyalität in dieser isa schweiz äh heißen schwert ich frage euch wir sind ja nicht im glauben im islam aber wie wirkt das denn auf einen muslim der so viel das sieht wie der lebt der macht einmal takfir auf diesen isa und dann ist er weg sein besitz wird weg der muslim aufgeteilt das war es das war es wenn selbst dieser walid el zain für die schon voller kaffee ist und der typ lebt ja so gut es geht nach dem islam hat eine andere auffassung der würde zum beispiel nicht solche tutorials machen wie der sich da präsentiert im spiel in den bau nackt und äh hast du nicht gesehen was ist das ja da braucht man sich doch nicht so wundern dass auf einmal eines tages deine eigenen glaubensgeschützter auf die gedanken kommen takfir auf dich zu machen und dir den glauben abzusprechen und dich aufgrund deines unglaubens dann in die ewigkeit zu schicken und dein blut vor halal zu erklären da muss man sich doch gedanken machen und sagen ey meine religion ist absolut wahnsinn diese religion artet überall aus die muslime sind bereit takfir auf dich zu machen man und dein blut für erlaubt zu erklären da muss man mal aufwachen als muslim und sagen ey wenn ich den nicht hardcore genug lebe dann bin ich ja ein käfel man wenn ich nicht das glaube was die glauben dann bin ich ein käfel in ihren augen und was muss man mit kuffar machen ja ich weiß nicht also irgendwo gibt es doch eine grenze der lächerlichkeit da kannst du doch nicht als tiktok muslim in deinem wagen sitzen den islam verteidigen obwohl der islam dir deinen besitz und alles nehmen würde aufgrund deines ungläubigen verhaltens wer ein volk der kuffar nachahmt ist einer von ihnen und ihr könnt mir doch nicht sagen wenn ihr denen zuguckt dass der irgendwas mit islam zu tun hat oder nicht oder nicht da passt genau die aussage von mohammad für ein volk nachahmt der kuffar und er kleidet sich auch gerne so ja schminktutorials fehlt nur noch dass er schminktutorials macht benimm du dich mal du bist doch hier bei mir das ist heftig ehrlich da fehlt nur noch dass er sagt ihr leute tragt euch mal ein bisschen mach mal ein bisschen puder da drauf damit die haut ein bisschen glatter wirkt ja genau wie mein hofner der einfach in der kamera seine fingernägel lackiert der typ und fußnägel und das sind die heutzutage diese verteidiger des islams das sind die apologeten des islams ein 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 eisenschwert schwert schwert der schminktutorials macht und ein degenerierter clown der sich schminkt grüne Haare hat wie sein der verstörende videos macht da auf irgendeinem spielplatz der irgendwelche kinder in den arm nimmt und irgendwelche kranken gedanken hat was ist das man ich geh kaputt das ist heftig liebe zu schminke genau liebe zu schminke das ist der neue name liebe zu schminke ja also komm irgendwo gibt es noch die grenze der lächerlichkeit auch für ihn ist ja nicht böse gemeint aber das wirkt auf einen muslim der ist ernst mit koran und sunnah und wir die wir so sehr schockiert sind dass die muslime dann aufgrund seines unglaubens ihn dann auch noch in die ewigkeit schickt versteht ihr wieder atmen ja du Luger genau einfach du Luger du bist eine Luger eine große Luger bitte Mami groß oh bitte Mami groß du hast Angst oh du hast Angst Mami groß jetzt mach ein Knockout das ist so krank wir leben in absolut verstörenden Zeiten Mami groß ich mach dich kaputt das ist heftig haben wir Meinung zu Vatos Locos das ist so ein Spruch im Spanischen verrückter Vatos Locos was war das nochmal verrückter Junge oder was ist das Vatos Locos Vatos 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 Locos Vatos Locos ich schüge ah mir bin am essen ja das essen kommt da regn wieder raus aus dem Dichse aus dem Mund ach so du meinst den Film ja Vatos Locos mit mit der Gummibärenbande genau liebe zu Teppichband ja genau auch noch nachher weint ihr warum sollen wir denn weinen mein Bester oder meine Beste ich weiß ja nicht was das ist ich denke du bist eine Frau mit einem Schmetterling im Profil ja aber das ist echt krank das ist wirklich krank hört euch mal bitte an was dieser Issa Eisenschwert zu sagen hat ist oder das wie ja bitte was der Typ sagt ich hab nur noch Fremdscharmen bekommen der Typ warte mal Issa eigentlich ist er intelligent natürlich ich verstehe nicht warum er warum er da nicht ähm so wie sagt man seine Sichtweise ein wenig ändert ne und die Dinge so sieht wie sie auch wirklich sind Issa Eisenschwert so wie ich das nicht verstehe wie jetzt gerade alle anfangen auf Social Media über Michael Stülzenberger zu sprechen so damit das ein für alle mal für alle klar ist ja guck mal was er sagt ich werde mich niemals von jemandem distanzieren schon gar nicht von irgendwelchen Leuten distanzieren ja ne als wärst du jetzt voll die Person die jetzt total gefragt wird was du davon hältst ey du bist ja jetzt voll die very important person oder was VIP unglaublich so nach dem Motto distanzierst du dich von der Tat von Michael Stülzenberger nein tue ich nicht ich distanziere mich nicht davon ich distanziere mich ja genau ja aber du hättest ja wenigstens sagen sollen das was dort passiert ist ist der absolute Wahnsinn und man hätte aufgrund seiner Aussagen ihn niemals körperlich angehen sollen sondern man hätte immer anders lösen andere Lösungen vorschlagen können anstatt Gewalt anzuwenden wie wäre es noch mit solchen Worten wo ist denn die Menschlichkeit von dem Typen hin merkt ihr wieder das Versuch zu verarmlosen und das Ganze unter den Teppich zu kehren nur damit der Islam nicht wieder Thema wird und die Menschen anfangen den Islam auseinander zu nehmen die islamischen Schriften und eindeutig sehen dass das alles alles vom Islam kommt wenig für die Taten von Hanau hat sich irgendein Deutscher dahingestellt hat extra ein Video gemacht und gesagt es tut ich habe nur Videos gesehen von Deutschen wie die ihre Bestürzung präsentiert haben wovon redet der Typ da man ganz Deutschland hat doch Anteilnahme genommen an dem Video von Hanau überall ist das rumgegangen weil der Typ ja ein angeblicher Nazi war da musste wieder ganz Deutschland Videos erstellen und sich so total wieder hinstellen und sagen ich schäme mich für mein Deutschland ich schäme mich ja was kann denn der einzelne Deutsche dafür dass der einer so ausflippt man unfassbar wie fast das für Gehirne haben diese Leute man Hauptsache reden Hauptsache reden wie kann das sein dass er überhaupt seine Schuhe zubinden kann bei so einem Auffassungsvermögen ich glaube der hat Klettverschluss ich kann nicht mehr bitte hilft mir doch mal kann mir mal bitte einer helfen von euch das geht doch nicht mehr das ist doch nicht mehr nochmal hören wir mal weiter was er sagt es geht doch darum dass man dass man wenigstens seinen Leidkund tut oder seine Bestürzung so ausdrückt denn egal was der Stürzenberger sagt ob er an dich Kritik nimmt oder an mir Kritik nimmt oder an irgendjemand anderen Kritik nimmt man sollte doch nicht mit Gewalt reagieren das ist ein No-Go man unglaublich man unglaublich Stürzenberger hatte eine große Fresse siehst du da kommt das Stürzenberger hatte eine große Fresse selbst wenn er eine große Fresse ausgehört hat der Typ ihn doch nicht mit dem M-E-S-S-E-R zu demolieren man siehst du wie er am liebsten sagen würde ja gut der Stürzenberger hat das verdient der würde das am liebsten sagen aber dann wird der einen Shitstorm bekommen dann wird der den übelsten Shitstorm bekommen der Typ abartig den Tag auf die Straße gegangen ist ein Hetzer ist ein Provokant ein Volksverhetzer der nennt also jemanden der besorgt ist um sein Land und gemerkt hat dass die islamischen Schriften zu ultra heftigen Gewalttaten aufrufen und der Islam seine eigene Gesetzgebung hat der über allen anderen Gesetzgebungen herrschen möchte und drakonische Strafen einsetzt schau dir mal den Typen an was der da von sich gibt und dann denkst du nicht dass irgendwie der Mensch auf die Straße geht und Berechnung hat dagegen etwas zu sagen geht das nicht in deiner Welt hinein passt das nicht dass man dann eventuell was dagegen sagt Schwester Issa der seines gleichen sucht und stellt sich immer dahin wo die ganzen Ausländer sind und reizt die Menschen keiner braucht stehen zu bleiben um mit ihm da zu reden keiner braucht stehen zu bleiben sich das anzuhören alle können ja weiter gehen wenn das niemanden interessiert kann er ja stehen bleiben zu hören und seine Meinung geben aber du siehst ja wie die Muslime sich benehmen du siehst ja wie die Muslime sich benehmen wenn sie dorthin gehen reißen das Mikrofon raus schlagen dazu grüllen da rum nicht einer der vernünftig reden kann nicht einen ach da ist ja Etekulla das kann doch nicht wahr sein Etekulla wir kennen dich Hallo Amir Etekulla ist da Hallo Amir Hallo Etekulla wo warst du so lange Gott segne dich bis aufs Blut da muss der irgendwann damit rechnen dass er dass er was abkriegt siehst du das heißt wenn man Kritik äußert und eventuell so ein bisschen provoziert mit den Aussagen da muss man natürlich rechnen dass man einen abkriegt der ist so fertig der Ausgewinn der ist so fertig wie der das rechtfertigt wenn man etwas sagt gegen den Islam und seine Bestandteile dann ist das natürlich legitim dass ein Muslim hingeht und ihm dann etwas antut schaut euch mal an was der Typ da von sich gibt das heißt mit anderen Worten wenn deine Worte mir nicht gefallen ausgehören und du ich mich von dir provoziert fühle dann komme ich mal nach Aachen und wenn ich dich in deinem Brabus sehe dann sage ich steig mal kurz auf Beifahrerseite mein Lieber ich will mal eine Runde fahren weil mir passt nicht deine Aussagen oder zieh dich aus dem Auto raus weil das und das hat mir nicht gefallen du hast mich provoziert ausgehören das ist nichts anderes du sagst nichts anderes also ich hole mir dann die Legitimation dich dann aufgrund irgendwelcher Aussagen die mir nicht gefallen und du mich provoziert hast dich körperlich anzugehen das nennt man Krisenverstand du hast ein sehr großes Gehirn ausgehören sehr sehr großes Gehirn man merkt richtig dass du ein studierter Atomwissenschaftler bist sehr gut meinst du den Menschen gefällt jede Aussage von dir meinst du die Menschen fühlen sich nicht durch dich provoziert meinst du die Menschen haben Lust auf jede einzelne Aussage von dir sollen wir jetzt genauso denken wie du ja ist nur eine Frage der Zeit weil der Ausgehörter immer provoziert kein Wunder dann gibt es auch direkt dementsprechend Leute die ihn dann direkt fertig machen oh bitte Herr ich kann nicht mehr man was ist denn eben los diese Menschen die sind heftig oh Herr Jesus bitte öffne ihm die Augen hör mal weiter ja da muss er damit rechnen dass irgendwas auf ihn zukommt er so laut schreit ja mit dem Zaunpfahl winkt er wartet nur darauf dass etwas passiert ja genau ihr habt ihn gehört also wenn er zum Beispiel Aussagen tätigt die dem einen oder anderen von euch nicht gefallen dann sieht er das als völlig in Ordnung an dass man dann irgendwann mal ausdickt und ausgehörtert aufsucht und ihn dann dementsprechend drangsaliert und physisch angeht schaut euch mal bitte an in seiner Welt wie er denkt wie er denkt anstatt wegzugucken wegzuschauen und wenn es einen provoziert einfach gar nicht darauf reagieren oder was ja das zeigt Größe das zeigt Stärke das zeigt Charakter das was du davon dir gibst ist einfach nur eine Rechtfertigung ja gut so wie es in den Wald schreist so wie du in den Wald schreist so schaltest du auch wieder hinaus so nach dem Motto ja tolle Logik tolle Logik ausgehört der wartet nur darauf dass irgendetwas kommt und auf ihn loszieht ja kein einziges ja also der Stürzenberger hat Lust jeden Tag auf Kundgebungen wenn er sie hält von Muslimen zusammengeschlagen zu werden schau dir das mal bitte an was der da sagt also Stürzenberger hat nichts besseres zu tun als Kundgebung zu machen und zu hoffen dass irgendein Muslim ihn da körperlich und physisch angeht sag mal hast du überhaupt noch ein Gehirn Oskel hast du überhaupt noch irgendein Gehirn in deinem Kopf ist da überhaupt noch Masse da drinne befindet sich da noch irgendeine Masse ohne die ohne dich jetzt ähm äh hier äh wie sagt man ohne dir jetzt nahe zu treten aber das was du von dir gibst das ist absolut gehirnlos absolut gehirnlos absolut gehirnlos der Muslim der hier drin ist ihr habt ihr müsst euch von niemandem rechtfertigen und ihr müsst euch genau ihr Muslime braucht euch von niemandem zu rechtfertigen eure Schriften sind zwar der absolute Wahnsinn und rufen euch dazu auf Andersgläubige physisch anzugehen aber ihr braucht euch nicht rechtfertigen macht einfach genauso weiter und schreit einfach das hat mit Islam nichts zu tun äh Islam ist Frieden Frieden Islam bedeutet Frieden wenn du etwas anderes sagst hau ich dir eine rein oh ja Islam ist Frieden und wenn du was anderes sagst hau ich dir so eine rein dass du nach Mekka fliegst ich hau dir so eine rein damit du einen guten Flug hast denn willst du nicht mein Bruder sein so hau ich dir die Fresse ein das kannst du keinem erzählen was für eine Ansicht was für eine Ansicht das ist krank das ist ein das ist ein belesener Mann der ist ein erwachsener Mann und was der Vorsicht da gibt hau bitte ehrlich ich kann nicht mein Rückgrat kommt gleich raus Muslime ihr braucht euch überhaupt nicht rechtfertigen wir schlagen auch bloß nicht Koran und die Haditha um zu finden woher hast du jemanden eventuell Legitimation herholt nein schreit einfach und rechtfertigt euch nicht sagt einfach das hat mit Islam nichts zu tun diese Tat obwohl Mohammed alle seine Kritiker umlegen ließ oh ja schreit weiter das hat mit Islam nichts zu tun oh ja man hält das nur so aus ich sag's euch es geht nicht anders ich kann das nur so aushalten dieses Taff aushalten dieses Taffentheater manchmal denke ich dass keine mehr von denen irgendwas da oben noch drin hat die reden einfach drauf los ohne sich mal Gedanken zu machen das ist so krank das ist einfach so beschämend und krank einfach verrückt einfach verrückt einfach verrückt hört mal weiter von niemandem distanzieren und wir distanzieren uns erst recht nicht siehst du von unserer Religion mit Sicherheit tun wir das nicht ja also mit anderen Worten wir distanzieren uns mit Sicherheit nicht von diesen Wahnsinnstexten die den einen oder anderen Muslim dazu befähigen selbst zu handeln und Mohammed aufgrund der Islamkritik dann zu verteidigen schaut euch das mal bitte an ja sowas musste man eigentlich der Polizei zukommen lassen die Gesinnung der Muslime sind heftig distanziert ihr euch erst mal von den ganzen von den ganzen Kriegen die in den letzten 280 Jahren veranstaltet siehst du jetzt sagt er ey Leute distanziert euch mal von den Kriegen die letzten 280 Jahre schaut euch mal bitte an wo der auf einmal hingeht jetzt geht er auf einmal zurück in die Geschichte so ausgehört Schwester ausgehört wir leben hier und jetzt und der Islam macht sich breit und der Islam beansprucht die allein einzige Gesetzgebung zu sein und sie sind es als legitim Gewalt anzuwenden um Allahs Gesetze hier nach vorne zu treiben sie sollen in Zeiten der Schwäche ruhig sein aber in Zeiten der Stärke sollen sie die Nicht-Muslime vor die Wahl stellen weil der Prophet das gesagt hat setzt die Nicht-Muslime vor drei Alternativen Islam Jizia oder TUD durch das durch ein M-E-S-S-E-R das ist die Doktrin des Islams von den ganzen Millionen von Menschen die hier auf dem Gewissen haben Arbeitet erst mal das ab bevor ihr ankommt und uns erzählt wir sollten uns für was distanzieren für einen Hetzer für einen Hetzer genau jemand der aus seinen islamischen Schriften vorliest und die ganzen Leute warnen und sagen Leute mit dem Islam stimmt absolut etwas nicht ihr seht doch wie gewalttätig die Muslime sind woher kommt das denn das hat doch mit dem Islam zu tun seht euch die Texte dann seht euch Mohammeds Leben an sie machen nichts anderes als das was Mohammed in seinem Leben getan hat mit Sicherheit werden wir das nicht mit Sicherheit werden wir das nicht seht ihr genau jetzt denken alle Muslime sind so ich gebe einen Kack drauf Alter was ihr denkt über Muslime ich gebe einen absoluten voll ich gebe einen absoluten Nonsens drauf was ihr über Muslime ja genau du gibst zwar Nonsens was wir über Muslime denken aber du kannst keinen Nonsens geben über das was du öffentlich alles so postest von dir und deine Glaubensgeschwister das dann sehen und natürlich dementsprechend dann irgendwann mal handeln werden aufgrund deines unislamischen Verhalten und dann Tag viel auf dich machen deine Häuser wegnehmen was du auch hast am Besitz und dein Blut für Halal erklären uns ist es egal was du da sagst uns ist es so völlig egal aber deine Religion ist es nicht egal Öskül Schwester Schwester Eisenerz deiner Religion und deinen Religionsangehörigen ist es nicht egal denn du benimmst dich unislamisch und wenn du die Ungläubigen nachahmst bist du einer von ihnen und dementsprechend ist dein Blut Halal es gibt Muslime die machen auf dich Tag viel sofort wenn die dich sehen selbst der letzte Muslim der in irgendeiner Shisha-Bar hockt wird sogar auf ihr Tag viel machen das geht mir völlig an das rutscht mir völlig den Buckel runter ihr könnt über Muslime denken was ihr wollt ihr habt doch nur einen Grund gesucht um endlich das sagen zu dürfen was in euren Herzen drin ist damit ihr eure Hetzerei endlich damit ihr eure Hetzerei endlich freien Lauf lassen ja genau also wenn wir dann auf die Bestandteile der islamischen Schriften aufmerksam machen die Gelehrten zitieren die Meinung der Sahaba uns so kundtun also dass die Sahaba deren Meinung über den Koran und die Hadith und alles mögliche dann sind wir natürlich Hetzer wenn wir die Leute dann darüber in Kenntnis setzen habt ihr das beschränkte diese beschränkte Art und Weise von ihm gehört wie beschränkt man sein kann damit die ihre Hetzerei freien Lauf lassen können die denken auch wir sind dumm oder so was für ein präziser Satz helft dich wie das auch noch passt du denkst auch ich bin dumm nein ich bin schlau wie das auf einmal passt der Ausgehörter ist heftig der ist richtig krass der gute alte Ausgehörter nein wir sind nicht dumm ja wir sind distanzieren uns von gar nichts und wir distanzieren uns mit Sicherheit auch nicht von unserem Buch Alhamdulillah genau Alhamdulillah einfach nichts mit Islam zu tun haben nie den Koran lesen einfach wie der größte Kaffee leben und wir distanzieren uns nicht von unserem Buch naja dein Buch distanziert sich aber von dir weil du wie ein Kaffee bist weil du wie ein Kaffee lebst und nichts mit dem Islam zu tun hast Junge du siehst femininer aus als eine Frau was meinst du wenn der islamische Staat dich in die Hände bekommt die werden dich an deinen Zopf packen und dann werden die dir mal zeigen was der Islam ist Junge hast du das ist unfassbar die haben Stockholm-Syndrom alle die verteidigen eine Ideologie die sie auf der Stelle das ist so heftig da kannst du schon mal den Dutt für die Leute bereit machen äh Schwester Issa vergiss nicht ein Tutorial zu machen wie man am besten einen Zopf macht mit äh hier die Haare ganz richtig fest machen wie der letzte Zuhälter und da oben dann diese äh Dutt das ist nämlich sehr wichtig damit die Art Hände besser funktioniert ich weiß nicht wo ich hier gelandet bin das ist krank das ist heftig man das ist einfach nur heftig also die Leute machen keinen Halt vor ihm der Arme der verteidigt eine Religion die aufruft ihn zu äh Nacke zu therapieren weil er so äh unislamisch lebt weil er ein Käfer ist der ist ein Käfer laut Muslime glaub mir wenn du Muslime fragst was die von dem halten die würden sagen das ist voll ein Käfer Mann der ist der Mawa Takfir auf dem sein Blut ist Halal glaub mir also die würden sagen ey der lügt über Koran und Sonder guck mal wie der lebt natürlich da freut der eine oder andere Dschihadist sich denken sich wow guck dir den mal an der sagt der ist Muslim und lebt noch schlimmer als die Kufan der handelöscht für ein Muslim aber lebt schlimmer als ein Käfer da ist ja eh wie kein mehr Muslim als der da ist ja Allahsbeskennig mehr Muslim als der Wahnsinn lieben unseren Koran wir lieben unseren Propheten der liebt sein Koran und liebt sein Propheten obwohl sein Koran sagt in Suche 66 Vers 9 in Suche 9 Vers 73 oh Mohammed sei hart gegen die Kufan und die Munafirin ihre Herberge wird Jahannam sein also gegen so Osghurs und so 99% der Euro Shisha Muslime und dann verteidigt er auch noch diesen Mann und dieses Buch Stockholm Syndrom Stockholm Syndrom das ist Wahnsinn Mann das ist dieses Mainstream kennt ihr so oh ich bin Moslem Handler ich bin Moslem aber mit dem Mund sind sie Muslime aber sie sind gar keine Muslime genau wie es manche Christen gibt die sagen ja Jesus Jesus aber sie sind gar keine Christen so einfach ist das mit dem Mund sind sie alle voll die Bekenner ja und da sind wir das beste Beispiel von dir und der normalste Muslim der normalste Muslim auf dieser Welt ja wird jeder Zeit genau das gleiche wiederholen er wird sich niemals von seiner eigenen Religion äh distanzieren wir distanzieren uns weder von unserem Buch noch distanzieren wir uns von unserem Propheten mit Sicherheit nicht ja warte mal oh danke Carmen Kufa die Kufa wir distanzieren uns nicht von dem Buch was für eine Aussage der ist 8 Milliarden Kilometer entfernt vom Koran und Sunder und dann sagt er wir distanzieren uns kein bisschen ja was hast du denn mit dem Islam zu tun gar nichts da dreht er ein Video wie der sich so profiliert und so ein Eis in die Kamera hält was er gerade bei Burger King gekauft hat sagt er oh die Leute haben mich jetzt dazu aufgerufen wegen Palästina auf mein Eis zu verzichten weil Burger King ja so eine jüdische irgendwas mit Israel zu tun hat der Typ der ist so fertig in der Birne der ist so fertig der Ausgüter da kauft er das Ding es geht ja um das Kaufen die Leute haben gesagt das bist so Wahnsinn oder was du hast doch schon damit du hast ihm das Geld gegeben und schmeißt auch noch das Essen in die Mülltonne so verrückt ist der ist das Hirn haben anstatt der dort vor dem Laden geht und sagt Leute supportet nicht so ein Laden gebt nicht einen Cent auf da profiliert er sich selber hält er dieses bescheuerte Eis in der Hand und sagt ja meine Community hat mich aufgefordert nicht mehr dieses Eis zu holen und ihr habt recht alles für die Kinder in Palästina dann schmeißt er das so in die Mülltonne aber hat das vorher bezahlt und hat das Geld den Leuten gegeben damit die wieder Kugeln kaufen um das einzusetzen da hättest du das Eis auch essen sollen hättest du auch das Eis essen können dann schmeißt er es in die Mülltonne hat der Firma Geld gegeben das Essen verschwendet und dann steigt er in sein Auto und denkt er ist der irgendwie überheld das ist der größte Witz man und dann setzt du dich in dein Auto und machst auch noch Videos anstatt du mal nachdenkst was du da überhaupt hochlädst man unglaublich aber die Leute haben natürlich Verstand hast du in den Kommentaren gesehen als ich noch nicht mal die Kommentare gesehen habe wusste ich ey ist der bekloppt oder was du hast doch die Firma gerade unterstützt auf einmal war ich die Kommentare an sehe ich genau alle haben die gleiche Meinung wie ich bist du verrückt oder was du hast doch diese Firma unterstützt mit deinem Geld und dann siehst du wie du das Eis auch noch in die Mülltonne schmeißt während andere Menschen nichts zu essen dann hättest du das Eis wenigstens noch gegessen was meinst du was Gott mit dir macht aufgrund deiner Taten dass du das Essen einfach wegschmeißt während Kinder auf dem Boden wo Sand ist die Krümel aufsammeln da schmeißt der Typ Eis in in die Mülltonne schaut euch das mal bitte an übel übel was für ein Zustand was für ein Zustand und da will er so mitreden über Islam Christentum und sowas da kommt er mit seinem auswendig gelernten Satz aus äh hier ähm hier wie heißt das Hikko Mahmadim Mohamadim und was er da gelernt hat Mohammed in der Bibel der hat so viele Ahmadinat Videos geguckt ey ja unglaublich hör mal weiter was er sagt machen wir nicht ja macht gar keinen Sinn macht gar keinen Sinn Dankeschön Dankeschön nein sollen die gar nicht die sollen nicht lesen sollen die machen was die wollen sollen die auf den Eiern tanzen sollen die sollen die sollen die sollen die im Kreis tanzen sollen die ein Breakdance machen das ist mir doch völlig egal das interessiert mich nicht ja hat irgendjemand gesagt dass es eine christliche Tat war als Andreas Breivik gegangen ist und in Schweden war es glaube ich ja 19 was hat denn Anders Breivik mit äh mit Jesus Christus zu tun der Herr sagte doch liebe deine Feinde du wollen die denn dich hassen kann man ihn also Christ nennen oder was dann schauen wir was der schon wieder macht die Logik von dem Menschen hin gerichtet hat hat irgendjemand hat irgendjemand gesagt dass es eine christliche Tat war Einzeltäter Psychopath er hat ein Manifest geschrieben von 600 Seiten wo er seine christlichen Werte verteidigt hat wo er seine christlichen Werte verteidigt nein wo er einfach seine verstörenden Worte wiedergibt in einem Blatt Papier das war das Einzige und da haben wir bei Anders Breivik ja gesehen was da abgegangen ist ja wer kann denn jemanden ermorden und sich auf Jesus Christus berufen das ist ja verrückt ein bisschen Gehirn einschalten verlange ich schon er hat geweint im Gericht aus Stolz welch eine wunderbare Tat er vollrichtet hat nein das ist ja eine Quasselei also wie ich das nicht verstehe wie jetzt gerade alle anfangen auf Social Media dieser Eisnerz der über mich halt stolz und leider die heftigsten Videos wieder warte was ist das hier so hängt offen und so wo er seine Brust zeigen und sowas ist das Muslim oder was was meinst du was meinst du was der islamische Staat mit ihm macht was meinst du wenn die Muslime anfangen irgendwann mal so Vorkehrungen zu treffen die werden den so auseinandernehmen das glaubt ihr gar nicht das ist die traurige Realität schau mal du machst voll gut heftig absolut krank was für verstörende Sachen die davon sich gegeben hat wir distanzieren uns kein bisschen wir sind stolz auf unsere Religion wir sind stolz darauf dass wir so viel Wahnsinn in unseren Schriften haben möge der Jesus Christus ihm die Augen öffnen wenn ich ein bisschen hart geredet habe dann tut mir das leid aber bei sowas rege ich mich extremst auf und der scheint mir den Eindruck zu machen dass er noch wenigstens intelligenter ist als der durchschnittliche Euro-Shisha-Moslem aber der ist ja noch heftiger als ich dachte der Issa also der Ausgehörer der ist ja noch in seiner Denkweise noch beschränkter als der letzte Euro-Shisha-Moslem der in irgendeiner Shisha-Bar abhängt und mit seinen Freunden über Islam diskutiert Ah Amir der macht sich lustig bei uns ja Lass den oh Dankeschön Lass den der soll sich lustig machen ist okay aber dann muss er damit rechnen dass wenn Dr. Sheikh Abu Amir und sein Team auf ihn reagieren dass wir auch ein bisschen was lachen wollen oder? oder nicht? Gleichberechtigung für alle oder ihr Lieben? Postbotte schaut euch das mal bitte an Prototyp guckt euch das bitte an wieso geht das nicht? ja der Yusuf Yusuf sagt Postbotte Botte vielleicht meint er Jebotte Postbotte vielleicht meint er auch Servisch Jebotte kann auch sein das kann alles sein tut mir leid ich wollte nur mal was ich wollte nur mal vielleicht eine kleine Denkanstoß mitgeben oder vielleicht eine Vermutung äußern könnte ja auch so sein ich weiß es tut mir leid ich wollte das nicht machen ja ich weiß es tut mir leid manchmal überkommt mich das es tut mir leid mit dem Verzeihen hallo 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 mein lieber Gott segne dich und deine Familie was kann ich für dich tun ähm gar nicht brauchst dich halt nicht gar nicht wundern finde ich was Giva so spricht du machst ja halt nicht das gleiche also von daher ich mache eigentlich das gleiche auf eine andere Art und Weise ja ja du und das jeden Tag deswegen verstehe ich nicht wieso du jetzt irgendwie meggerst meggerst ich verstehe nicht was du denn was du denn möchtest willst du denn von mir ich sag wieso beschwerst du dich über jemanden obwohl du doch dasselbe tust das inwiefern was denn was mache ich denn was mache ich denn was mache ich denn hetzen hetzen ja also wenn ich gewisse äh gewisse Leute reagiere meine Meinung wiedergebe und die beschränkte Sichtweise äh Sichtweise einiger Menschen äh so sich rauskristallisiert und ich das Ganze thematisiere dann bin ich am hetzen oder was ich meine ich meine dein Bruder hat einen Dämon gesehen könnte ich jetzt auch live gehen und die Geschichten darüber erzählen wer hat deinen Dämon gesehen deinen Bruder der Hund mein Bruder hat keinen Dämon gesehen sondern hat eine Geschichte erzählt die seinem Hund widerfahren ist weil er auf einmal in die Luft so gesprungen ist weil er da irgendwas gestoßen hat mein Bruder hat einen Dämon gesehen da sieht man wie da sieht man wie du Videos guckst und wie du meinem Bruder zuhörst da sieht man ich möchte ihn ja gar nicht persönlich angreifen aber das ist ja auch ne crazy dann gib das doch dann gib das doch richtig wieder wie wärs mal damit er hat gesagt er lag da und auf einmal ist sein Hund weggesprungen ja richtig was sagst du denn zu dem Stürzen ja genau aber du hast gesagt ich hatte den Mond gesehen aber was sagst du denn zu dem Stürzen mega Beileid auf jeden Fall zu den beiden was ich mal zu Tage was ich mal was ich zu Michael Stürzen drüber sage er hat zu dem Vorfall also wir reden schon seit drei drei Tagen darüber und du sagst was ich dazu sage das ist so krank das ist einfach krank das ist so krank komm bitte das ist krank das ist einfach noch nicht mehr normal Servus Hallo mein Lieber Gott segne dich und deine Familie Dankeschön deine auch und wie geht's dir so ja handel Jesus wie geht's dir ach ganz gut gerade ein bisschen am spazieren ja schön ich finde das gut was du machst so mit dem aufklären und so aber bist du nicht eher für Liebe anstatt für Hass so ein bisschen Hass bist du nicht eher so für Liebe anstatt für Hass verbreiten so ein bisschen wo verbreitest denn Hass ja so keine Ahnung das kommt mir so ein bisschen vor als hättest du schon so ein bisschen Hass gegen den Islam so es gibt ja auch gute Menschen so im Islam weißt du wie ich meine ja aber du musst doch differenzieren zwischen Menschen und Ideologien oder oder schaffst du das nicht ja klar schaffe ich das natürlich aber manchmal kommt mir das ich hab nichts gegen dich als Person ich hab nichts gegen dich als Person aber manchmal so wie du redest und so das kommt mir wirklich so vor als hättest du so einen tiefen Hass in dir so als würdest du keine Ahnung so alle Moslems irgendwie tot sehen wollen oder so so kommt das einem rüber nein auf keinen Fall Mann ich sag dir immer Herr bitte öffne ihnen die Augen ich sag nicht Herr vernichte diese Menschen ja aber das kommt ja so damit redest du ja wenn dir das so vorkommt dann musst du mir doch mal richtig zuhören mach ich doch und ich würde mir das Quatsch erzählen aber guck mal es gibt doch auch Menschen die den Islam so die den Islam leben aber sowas nicht gut heißen mit töten und was weiß ich weil es gibt Leute die ihre Religion normal ausleben so weißt was ich meine und die fühlen sich dann was heißt normal ausleben ein Dschihadist denkt auch dass er seine Religion normal aus die gehen normal zur Arbeit wie du die essen das gleiche essen wie du die trinken das gleiche trinken wie du die haben Kinder wie andere Menschen die leben einfach ihr Leben fernab von ihrer Religion ja das heißt ja die leben einfach ihr Leben aber trotzdem leben sie ihre Religion und sehen sich als Moslem weil sie als solche geboren wurden ja die können sich noch 10 Minuten als Moslem sehen wenn sie nicht nach Suche 2 216 kämpfen sind sie überhaupt gar keine Muslime weil Allah ihnen das ja vorschreibt guck mir mal alleine deine Kommentare an wie verhasst die Leute sind guck mal wie verhasst die Leute ja wenn du so ein Kloch erzählst das ist doch keine Frage ich versuche doch gerade mit dir ganz normal zu unterhalten oder nicht ja aber das ist doch nicht ganz normal unterhalten du machst dir Vorwürfe die überhaupt gar keinen Halt haben du bist doch der der die Vorwürfe macht gegen die Leute ja aber ich beweise ja auch meinen Standpunkt beweis du deinen Standpunkt wo hast du bis jetzt was bewiesen wo hast du bis jetzt was bewiesen ich danke dir dass du dabei warst verschwinde komm nie wieder hier hin hast du das kapiert wo hast du das bis jetzt bewiesen ich denke dass niemand so viel mit Quellen redet wie ich wenn jemand doch redet dann bin ich das doch mit Quellen wie ich das immer wieder sage ich hasse das ohne irgendwie Quellenangabe zu geben wo was verzeichnet ist dann schau dir das mal an wo wir gelandet sind was soll ich noch dazu sagen ihr Lieben was soll ich noch dazu sagen ist das beschämend wie nennt man sowas denn bitte verzeiht mir aber wie nennt man sowas dankeschön danke danke euch ihr Lieben kann man mal bitte eine Antwort geben warum diese Menschen so sind hören die mir überhaupt gar nicht zu oder vielleicht bin ich ja nicht klar und deutlich in meiner Wortwahl oder seht ihr das genauso oder was jetzt mal ohne Spaß kommt das bei euch jetzt so rüber dass ich so einfach mir nichts zähn nichts rede wie RTL Sat.1 und ZT11 oder wie oder was ist das verrückt ist das verrückt man denkt man hat schon vieles gehört da wird man wieder eines besseren belehrt du redest doch auch einfach so und du machst auch einfach so wie was ich prüfe doch mal den Standpunkt ne ich hab noch nie gesehen dass du deinen Standpunkt prüfst ich weiß nicht ich werde glaube ich verrückt ich musste so ich brauch dringend Urlaub ehrlich ich brauch Bahamas oder sowas ich brauch richtige Bahamas hafeln die ab in den Urlaub hafeln die ab hilf dich dann kann ich wenigstens unterpeilen wenigstens weiter dann tut mir das nicht so weh mit Kokos und so nix Hallo mein Lieber Gott segne dich und deine Familie dir auch ich hab eine kurze Frage und zwar ich hab ein Video auf TikTok gesehen von einem Atheisten der hat mit einem Christen telefoniert der hat so ein Show ich weiß ob du ihn kennst ja ja der mit der Brille ne ja Richard ne Richard nennt er sich ne ja also irgendwie der Christen hat gesagt ne ne dieser Atheist hat ihm gesagt ich wollte dich fragen vielleicht hast du eine Antwort dafür er hat ihm gesagt guck mal your Bible telling you ähm to kill someone Sklaverei und dies und das und alles so richtig schreckliche Sachen und der Christ antwortet ja das alte Testament das alte Testament das zählt nicht und dann sagt er äh ja glaubst du an diese 10 Gebote der so ja natürlich der so du Dummkopf die 10 Gebote sind im alten Testament der so wie was also du kannst nicht auswählen an was ich glaube an was du glaubst und was nicht also verstehst du was ich meine an die guten Sachen er hätte einfach antworten er hätte einfach antworten dass dieser ähm Kriegstext dem alten Testament auf verschiedene Völker angewandt wurden diese Völker haben natürlich sehr schlimme Dinge getan und haben gegen Gott gesündigt sie haben ihre Kinder geopfert dem Boloch dem ähm dem Boloch und dem Baal und haben miteinander Schändlichkeiten getrieben haben Israel angegriffen die ganzen kanaitischen Völker und Gott hat dann sein Volk benutzt um diese anderen Völker zu strafen aber Gott ist gerecht genug und hat auch andere Völker benutzt um sein eigenes Volk zu strafen wenn es gesündigt hat und wenn es aus der Reihe getanzt ist siehst du wie gerecht Gott ist aber das sind Leute die einfach einen Hass auf die Bibel haben und nicht begreifen wollen dass Gott gerecht ist Gott ist immer gerecht und das verstehen die meisten nicht aber er sagt das sind so wie Befehle bitte aber der hat ein paar Sätze gesagt ich weiß nicht mehr im Kopf Exidius 21 keine Ahnung und gesagt guck mal das sind Befehle 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 zu der damaligen Zeit die auf verschiedene Völker angewandt wurden diese Amalekiter gibt es doch gar nicht mehr diese kanaitischen Völker sind doch gar nicht mehr da das alte Testament waren die Kriegstexte mit Israel und den Völkern die um Israel herum waren das existiert doch alles gar nicht mehr so wir sind im neuen Mut nach Eremia 23,23 dass der Herr Jesus Christus unter Gnade stellt Gesetz und Gnade das darf man doch nicht miteinander vermischen ok das heißt die Antwort ist man darf das nicht vermischen man darf das alte Testament das für die für eine bestimmte Zeit gültig war bis der Messias kam nicht verwechseln mit der Gnade die wir im neuen Testament haben durch Jesus Christus unseren Herrn denn du musst Jeremia 23,23 lesen wo der Herr einen neuen Bund und Bund stießt ok 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 das wollte ich nur ein bisschen weil der andere aber konnte ja sobald du dich damit auseinandersetzt das alte Testament kannst du aber nicht ablehnen du musst es erklären was dort passiert ist ja es gab Völker die unschändliche also sehr schändliche Dinge getan haben und ihre eigenen Kinder geopfert haben das liegt zum Beispiel auch in 1. Samuel 15,3 wo der Herr befohlen hat ein ganzes Volk auszuradieren und zwar von klein bist groß alles ja aber warum ist das steht davor und dann steht davor räche dich an Amalek und dann denkt man sich aha also hat dieses Volk vorher Israel angegriffen und ihre Männer getötet Frauen geschändet und Kinder umgelegt und dann heißt es Auge um Auge Zahn um Zahn verstehst du dann ist das gleiche mit dem Schweinefleisch zum Beispiel Schweinefleischverbot ist auch das alte Testament kann man das auch aussuchen das Schweinefleischverbot galt für die Juden du bist doch kein Jude du bist ein Heide der zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kam du hast nichts mit dem Gesetz Mose zu tun du gehörst nicht zum irdischen Volk Gottes du gehörst zum himmlischen Volk Gottes das darf man nicht durcheinander bringen man muss die Heilszeit also die Heilsgeschichten und die Heilszeitalter einhalten und nicht durcheinander bringen ja aber das heißt die Zehngebote waren ja auch für die Juden oder wie war oder wie kenne ich das Zehngebote sind in unserem Herzen hineingelegt worden es ist doch klar dass jeder von uns ganz genau weiß dass wir nicht stehlen sollen lügen sollen die Frau unseres Nächsten begehren sollen es ist doch klar das sind die Gesetze die Gott uns in unserem Herzen gelegt hat da brauchst du nicht zu sagen ja das alte Testament das ist das Gesetz was Gott in unser Herz gelegt hat wir sollen nicht stehen wir sollen nicht lügen wir sollen nicht morden wir sollen dies nicht das das ist das ist normal du kriegst doch du weißt doch ganz genau dass diese Dinge schlecht sind ja ja ok das wollte ich nur fragen Mami danke ja Gott segne dich und deine Familie ich auch ciao ciao osman osman wache auf der du schnippst osman wache auf der du schnippst osman rede mit dr. scherab um mich hey 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 keine ahnung ich hab gar kein Thema ich wollte einfach nur so hochkommen du wolltest einfach nur so hochkommen ja ja kennst du jesus christus wie steht's alles klar wie läuft die Arbeit ja perfekt ich geh ja für dich arbeiten damit's dir gut geht nein ich mach das immer noch damit es dir immer gut geht osman ich liebe dich ich geh für dich arbeiten kein Problem osman jo ich geh ich wach ja danke danke dass du meine studienzeiten egal egal hey inshallah hey inshallah hey hey inshallah nein ich wollte es eigentlich nur so hochkommen ich guck mir das ja gerade ein bisschen an deswegen ja ist schon verstörend was in letzter Zeit abgeht ne ja guck mal ich sag so ja jetzt denk ein bisschen an die Zukunft weißt du und ich weiß nicht ob es jetzt ja hast du selber denn Angst hast du denn selber Angst eines Tages Opfer von sowas zu werden das kann ja dich auch treffen guck mal ich sag mal so ich das kann schon gut guck mal du weißt was das krass ist ich finde guck mal ich will jetzt nicht gegen jeden hier so was böses sagen oder so aber man muss sagen wo viele von unserer unserer Religion so die Neue hier sind in Deutschland so die sind auch leider tendenziell sehr aggressiv weißt du was ich meine weißt du was das krass ist so du läufst so du bist guck mal guck mal ich stotter jetzt hier ich bin zuerst mal jetzt hier so live du rühre dich du redest gut kein Problem du redest super guck mal du läufst irgendwo lang und dann siehst du so deine deine Leute so weißt du und die gucken einen böse an und dies und das ist richtig krass eigentlich ja ja aber du siehst ja Osman dass das jeden von uns treffen kann egal ob du ein Muslim bist oder jemand der jetzt Christ ist oder was du bist am falschen Zeitpunkt zu dem falschen Ort und dann bist du auf einmal dran da tickt einer aus von den Leuten die gerade frisch hier hingekommen sind und denken dass die Dschihad machen müssen weißt du was ich meine was hast du ein Johnny aber uns alle recht bleiben einfach ja fertig aber das ist trotzdem krass das ist vor allem so deine eigene Landsleute weißt du was ich meine das ist das heftige und man sagt freundlich man sagt freundlich Salamu alaikum oder so man kriegt kein Salam zurück gucken einen nur böse an und so das ist heutzutage ist so ja vielleicht vielleicht gefällt dir dein Salafisten-Bad nicht vielleicht denken die du bist so ein Top-Blinger oder sowas nein du hast schon mehr Badwuchs als ich das muss man sagen weißt du was das lustige ist aber ich hab mal so ein Video gesehen so aus dem Iran da war irgendwie so eine schietische Feier oder so komm mal bitte näher ins Bille vor komm mal bitte näher ins Bille vor komm mal bitte näher ins Bille vor Ja und da kam dann auf jeden Fall da war so ne schietische Feier und danach da war so ein Typ und auch so der sah eins zu eins aus wie du ne und das war auch so einer das war auch so ein Christ was hatte der so ich weiß nicht wie man das nennt das ist so ein Stab gewesen aber danach war da so ein Kreuz drauf und er läuft da so lange ich dachte du.. ey ich meine das ernst ich dachte du bist das ehrlich jetzt? Vielleicht fahre ich das auch und habe mich getarnt, weil jetzt meine zwei Brüder sind ja Makar und Foris. Foris, diese Foris Kitchen und der Makar. Das sind meine zwei Zwillingsbrüder. Das ist jetzt so eine neutrale Frage, aber darfst du nach Iran? Nein, ich darf nicht nach Iran. Ich werde sofort eliminiert. Krass, ja. Aber schönes Land, ehrlich. Aber sag mal ehrlich, Osman, wenn man dich so fragt, hast du überhaupt Lust auf diese Leute, die jetzt hingekommen sind und jetzt voll so Scharia danach fragen und so? Hast du überhaupt selber als Muslim Bock, dass hier irgendwann mal die Scharia herrscht und wir durch Religion jetzt regiert werden und alles? Du jetzt als Muslim, ich weiß, irgendwo ist das schwierig, weil du willst ja eigentlich Allahs Gesetz, aber auch irgendwie nicht, ne? Na, guck mal, natürlich, so normal betrachtet und so, natürlich, das ist das Beste für alles, für die ganze Welt. Aber, aber guck mal, jetzt kommt das Aber. Man kann nicht von 0 bis 100 das jetzt so durchpushen. Oh, so und so. Stürzenberger jetzt das und zum Beispiel da ein Mannheim, was da jetzt war und sowas. Das kannst du nicht einfach so bringen, so, weißt du? Ich meine, das ist, na ja, egal. Egal, ich wünsche dir das Beste an mir, ja? Mach's gut. Ich dir auch. Ich wünsche mir von Herzen, dass du anfängst, das Injil zu lesen, das Neue Testament. Ah, jetzt ist er rausbekommen. Ah, schade. Ach, ja. Nein, der Osman war jemand, der überhaupt gar keine Lust auf Scharia hat. Man hat das doch gemerkt, man. Der Typ hat da sehr keine Lust. Viele Muslime haben überhaupt gar keine Lust, dass die Gesetzgebung hier verändert wird. Sie wollen einfach ihr Islam leben so, wie sie den kennengelernt haben. Einfach mal in die Moschee zu gehen, zu beten und dann wieder ihre Dinge nachzugehen. Sowas, wie sie so sehen, wie die Christen hier so leben. So wollen auch die Muslime leben. Aber darunter gibt es Leute, die dann auf einmal anfangen, die Gesetzgebung versuchen zu verändern und durch Scharia zu ersetzen. Und dann siehst du, dass andere Muslime eigentlich gar keinen Bock darauf haben. Auch die Türkei haben keine Lust auf das zweite Iran. In Ägypten haben die keine Lust auf ein zweites Iran. Und, und, und. Was meint ihr, was jetzt bald demnächst wieder passieren wird? Bestimmt wird von der Gegenseite wieder irgendwas kommen, wo auf einmal irgendjemand wieder irgendwo rein stürmt und dann wieder dementsprechend ein unfassbares Ding macht. Habt ihr auch so das Gefühl, ihr Lieben? Ich habe schon seit Tagen, seitdem das passiert ist, habe ich das übelste Gefühl, dass schon wieder auf der Gegenseite der Muslime dann wieder irgendwas passiert. Merkt ihr das? Ja genau, das meine ich. Ja, unabhängig jetzt von der EM, aber habt ihr auch so dieses komische Bauchgefühl, dass irgendjemand so ein zweites Hanau macht so? Ich habe das übelste Gefühl, ne? Ja, ja, immer oben drauf achten, wenn ich stumm bin. Keine Sorge, ihr Lieben, ich bin da. Keine Sorge. Solange ich noch atme, habe ich immer gesagt, werde ich immer live kommen, auch damals zu den YouTube-Zeiten. Es wird wieder Zeit, dass ich wieder loslege auf YouTube. Gott sei Dank, mein Lieber. Gott sei Dank, mein Lieber. Aber ich bin gerade komplett am Ausrasten, ne? Weißt du, weißt du, dass es gerade in einer falsche Schlange gerät, dass dieser Osman? Weißt du, wie linkt er gerade, weißt du, wie linkt er ist? Ehrlich? Ich habe vor fünf Minuten geschrieben, Kamelurin sind mit Sympathisanten. Weißt du, was er danach geschrieben hat? Ich, deiner Schwester. Ja, ja, die sind so. Alle haben diese gesehen. Aber gut, der würde niemals die Scharia selber wollen. Das hat man schon gemeldet anhand seiner Reden zu haben. Und Amir, ähm, was wollte ich schon mal mit dir reden? Ich bin gerade total so, ich weiß nicht, ob ich weinen soll, ausrasten soll. Ich weiß gar nicht, ob es gerade in Deutschland los ist. Bei der Asylsache haben alle Videos gemacht, TikTok, YouTube, haben alle darüber geredet. Und jetzt bei dieser Sache mit diesen Polizisten sind auf einmal alle leise, ne? Ja, ist normal. Diese Gesellschaft ist so. Sobald irgendwas mit Nazis ist, du siehst ja, habe ich doch den Song abspielen lassen. Nazis raus, Nazis raus. Ne, aber ich glaube ich nicht hier. Die sehen in jedem einen Rechten, wenn er zum Beispiel irgendwas gegen Islam sagt. Äh, irgendwas, äh, anstandet in dieser Gesellschaft. Irgendwas, wenn irgendwas schief läuft. Sofort bist du rechts, das ist das Wahnsinn. Deswegen trauen die meisten Deutschen sich nicht etwas zu sagen, weil sie nicht in eine Ecke gedrängt werden wollen. Und dieses Spiel ist so perfide. Deswegen müssen die Ausländer, wir, die wir überhaupt nicht zu diesem Land gehören, müssen auf einmal ihren Mund aufmachen, weil das ja unsere Heimat ist. Der Iran ist ja gar nicht mehr meine Heimat. Deutschland ist ja meine Heimat. Verstehst du? Ich bin ja als kleines Baby hierhin gekommen. Was habe ich denn von meiner Heimat denn mitbekommen? Gar nichts. Nichts. Ich habe von meinen Eltern die Sprache gelernt bekommen, habe ein wenig die Kultur noch so mitbekommen. Aber was habe ich denn mit Iran zu tun? Gar nichts. Nichts. Ich bin mit fünf Jahren nach Deutschland gekommen. Also 2011. Da war ich fünf Jahre alt. Ich war noch nicht mal als Urlaub machen oder so. Ich habe keine Ahnung, wie mein Land jetzt heute so ist. Und dann siehst du auf einmal, wie dieses Land, wo du groß geworden bist, wo du die Werte halt mitgekriegt hast, dass es auf einmal total zugrunde geht und fast jeden Tag irgendwo ein Anschlag verübt wird. Der macht mit MESSR da was. Der macht dort was. Und was ist hier los, Mann? Du siehst ja doch unser Olaf, unser Weihnachtsmann, unser Schneemann. Du weißt doch, wie der heute im Interview geredet hat. Ach, da sind Extremisten und was weiß ich. Das kannst du auch wirklich keinem erzählen. Hallo. Weißt du mich? Ja, jetzt höre ich dich wieder. Unser Olaf, unser Schneemann. Du weißt doch, wie der heute geredet hat. Er meint, das sind Extremisten und was weiß ich. Da habe ich so in den Haften gekriegt. Ich weiß, ich dürfe dich nicht hassen und so, aber ich bin einfach im Auslast in der Zeit. Ich kann uns nicht mehr ertragen. Was soll ich dir dazu sagen, ehrlich? Am besten seinen Fokus auf Jesus Christus setzen und Aufklärungsarbeit machen. Etikola, bist du da? Etikola? Wir sehen dich. I see you, Etikola! Tja, ok mein lieber. Gott segne dich. Alles klar, pass auf dich auf, lass dich nicht unterkriegen, beruhig dich, geh immer in dir, alles klar haben wir. Ciao. Tschüss. Na. Jaja. Alle mal 100.000 voll machen, die 100.000 haben auch noch nie mal geknackt, das ist ja Wahnsinn. Live-Sichtbarkeit ist eingeschränkt, wird bearbeitet. Unglaublich.